ja hallo ich habe mal wieder lust auf shogun 2 total war und diesmal möchte ich spielen fall of the samurai das meiner meinung nach beste total war spiel von allen total war spiel und da habe ich mir überlegt ich möchte für das shogunat mit den iso spielen herausforderung schwer bei den iso gibt es minus zehn prozent baukosten von schlössern und ansonsten hat man für traditionelle einheiten also sowas wie katana und speer infanterie also nahkampfinfanterie hier vorteile und hier noch für den agenten und ich möchte gerne mit den iso dann die republik ausrufen und deswegen natürlich die lange kampagne auf dem schwierigkeitsgrad schwer weil ich das spiel schon mal gespielt habe und damit auch eine herausforderung nach der sengoku zeit herrschte 200 jahre lang frieden in kyoto regierte der kaiser weiterhin als gott geweihtes staatsoberhaupt die wahre macht lag allerdings beim tokugawa shogunat das reich also unsere familie ist seit jahrhunderten dem tokugawa shogunat treu ergeben und erhielt diese ländereien im borshin krieg kämpfen die kräfte des shogunats gegen die des kaisers jeder clan muss einem von beiden die treue schwören das hauptziel also los geht's mit dem clan iso hier die erste mission standardmäßig für jede fraktion wenn man mit ihr beginnt erhöhte entwicklungsstufe eures clans also die entwicklungsstufe dass sie sich erhöht dafür darum muss ich mich jetzt nicht aktiv kümmern das passiert von selbst also von alleine ja die also sind hier im norden von japan umgeben von hauptsächlich shogunat treuen fraktionen und die strategie ist dass ich mich hier nach norden von japan orientiere und das erste ziel was ich also mir vornehme ist diese provinz erobern weil da kann ich bessere schusswaffen infanterie ausbilden das könnte ja auch hier und hier und hier auch irgendwo aber hier ist schon ein bisschen weit weg und deswegen hier rekrutiere ich dann und hier habe ich ja den bahnhof und dann kann ich dann wenn ich hier die truppen rekrutiere die hier mit der bahn dann später dann hier immer nach süden fahren so und dann platziere ich dann hier auch noch schiffe dass ich hier auch abgesichert bin zur see und wenn ich dann eben dann die unabhängigkeit erklärt weil dann sind ja eigentlich dann alle oder die alle oder die meisten weiß ich gar nicht mehr genau ich glaube ich glaube alle fraktionen sind dann mit mir im krieg oder oder ja und dann kann ich mich hier absichern mit den schiffen und vor invasionen und hier die truppen dann schnell mit dem mit dem zug hier nach unten befördern so die frage ist jetzt hier das ist das problem hier noch im süden und die provinz denke ich mal die wird dann schnell erobert von den usa hier mit denen ich mich dann auch später verbinden möchte und hier das ist der gegner vielleicht habe ich glück und die lassen sich hier aufwiegeln also hier mit dem agenten kann nicht attentate auch schon aufwiegeln vielleicht habe ich sehr schön hier eine sehr große armee ist erschienen die erobern die das heißt ich habe meine ruhe hier die werden von der sei erobert die jetzt von den rebellen und dann habe ich im süden meine uhr und dann kann ich mich dann gleich schon auch in der nächsten runde hier nach norden orientieren ich denke mal ich werde zwei runden rekrutieren hier kann ich schon mal oder soll ich drei runden rekrutieren was habe ich denn überhaupt für einheiten ich rekrutiere mal drei runden und dann kann ich hier schnell nach oben ziehen so und dann hier noch bauen also ich das noch mal weglassen dann baue ich hier noch den hafen ja ich lasse das jetzt noch mal weg und das brauche ich nicht das kann ich abreißen weil unser shinobi der hat hier ganz gut arbeit geleistet im süden das heißt ich brauche keinen neuen rekrutieren und bringt mir nicht viel hier möchte ich auf jeden fall ein industriegebäude dass ich hier die einnahme erhöhen ja geht immer hier wieder die provinz bei dem geld hier ganz drauf hier standardmäßig sich erstmal um die wirtschaft kümmern also ich denke ich mache erstmal die beiden und dann hier hier plus zwei pro runde wirtschaftswachstum durch technologie ist ganz gut für die wirtschaft diplomatie ist im moment nichts zu tun hier die werden ja seiner obersten jetzt sei das sind unsere verbündeten nagaoka das ist auch sehr gut und dann wenn ich mich hier mit den usa verbündet dann bin ich hier nach süden abgesichert und ich denke mal dann habe ich dann auch noch mal mit also mir zeit verschafft wenn ich dann die reichsteilung auslöse dann mit der unabhängigkeitserklärung und hier die mit den sendai die sind zwar auch mit dem schoko für den shogun aber mit dem möchte die möchte ich gerne erobern das heißt die möchte ich jetzt nicht wirtschaftlich stärken deswegen dass ich das mal und hier kann ich natürlich noch nichts machen so die frage ist jetzt ob ich denn die schiffe braucht brauche also ich denke mal ja dadurch dass sie halt sehr viel unterhalt kosten also so 250 pro runde durch die mal versinken weil die brauche ich nicht sind ebenso schwache schiffe und ja hier die die schiffe sind eh nicht so wichtig im moment ja gut dann ab mit die nächste runde hier verschwindet das sichtfeld genau ich denke mal drei runden rekrutieren und dann habe ich eine gute armee und dann machen hier möchte ich auf keinen fall ich möchte euch nicht wirtschaftlich stärken sondern ich möchte euch ja dann erobern die sollen schön wirtschaftlich schwach bleiben das ist nicht so dass ich hier im norden das schnell hier überrennen kann wachsende unruhe wenn ich die hier rein schicke dann kann ich das hier auch maximal lassen ja rekrutieren nein also rekrutieren ist mir jetzt wichtiger als jetzt bauen weil ich möchte hier dann schnell dann hier nach vorne vor rücken bevor die armeen da so stark werden also das heißt jetzt habe ich gar nicht nach süden geguckt aber egal ich denke hier haben die rebellen erobert und dann habe ich hier im süden die rober sehr schön nein noch mal rekrutieren ach genau bei denen also hat man hier die streiter macht streit macht weißer tiger und zwar sind die besser als diese herrbahn infanterie diese standard einheiten zwar haben die hier bessere präzision und bessere nachlade fähigkeit jetzt noch mal eine runde rekrutieren und dann nächsten runde dann geht es dann hier nach morgen hier sehr schön haben sie die stadt erobert dann marschiert du mal hier nach oben als spion und was nehme ich denn hier hingabe beim unterdrück setzen von truppen das hast du hier noch so erfolgschancen des agenten höhere fluchtschance minus 15 prozent kosten minus zwei prozent zufriedenheit das also dir das ist sehr gut das gefällt mir auch sehr gut also an zetteln von revolten das habe ich ja gerade genutzt an zettel von aber das gefällt mir auch sehr sehr gut also das nehme ich auf jeden fall also ich denke mal dass ich vielleicht eine nächste runde dann zwei lernpunkte habe dann mache ich das hier und ja das ist ja nicht so wichtig also standardmäßig dann hier okay was bei dem gefolge also attentate und hier beim konvertieren nein ich nehme mal hier die attentate okay eine runde noch und dann geht's los hier passt alles hier auch dann weiter also bisher ist noch nicht viel passiert außer halt dass sie jetzt hier die rebellen die im süden da die ruhe geschaffen haben okay ja dann auf geht's und du spionierst hier mal genau so jetzt baue ich hier das heimgewerbe oder warte mal wenn ich ich muss mal gucken nee ja dann hier heimgewerbe genau ähm ja passt alles ja die armee ist eigentlich ganz okay und ich denke da kann ich da hier erstmal alles überrennen und hier ganz gut vorankommen hier noch eine runde standardmäßig packballet okay Frühling. Hier Technologie erforscht. Plus 1 Zufriedenheit in allen Provinzen. Sehr schön. Okay, dann jetzt hier Krieg erklären. Ja. Ne, brauche ich nicht. So, marschieren wir weiter. Okay. Ja, aufwiegeln. Ne, das lasse ich mal. Ja, so kann ich das schnell erobern. Hier könnte ich mir vielleicht überlegen, aufzuwiegeln. Wobei, der würde dann schon an Erfahrung gewinnen. Das überlege ich mir. Ja, fürs Bauen habe ich eh nicht genug. Hier erst mal beruhigen. Wobei 900 ist halt schon... Also 900 ist schon ganz schön viel. Auf der anderen Seite besteht halt die Möglichkeit, dass ihr hier eine Erfahrung gewinnt. Und durch das mögliche Landgefecht hier könnte ich dann auch nochmal Erfahrung gewinnen hier mit den Truppen. Also ich denke mal, ich tue dann hier aufwiegeln. Ja. Also weiter. Nein. So, ich denke mal, ich mache jetzt mal aufwiegeln. Oh nein. Katastrophe. Vielleicht weil es halt die letzte Provinz ist hier von der Fraktion, deswegen ist es vielleicht nicht so einfach hier aufzuwiegeln. Aber ich habe Gott sei Dank nicht so viel Geld verloren. Hier wieder hoch. Und da passt alles, der dann weiter wieder. Hier ist auch keine neue Fraktion erschienen zum Handeln. Also mit der Diplomatie ist auch erst mal nichts. Ja, ich probiere es nochmal mit dem Aufwägeln. Weil es ist halt schon sehr, sehr gut, wenn die Truppen hier in Erfahrung gewinnen, weil die Erfahrungen rechnen sich halt richtig heftig. Gehen wir hier nach Norden nochmal auch versuchen. Sehr schön. Okay. Okay. Ja, dann los. Ja, automatisch. Zum Versaille machen lohnt sich auf keinen Fall. Plündern nicht, weil hier die Unzufriedenheit viel zu hoch ist. Also friedlich besetzen. Okay. Boah, das ist mal eine ganz schön große Armee. Hm, da muss ich auf jeden Fall nochmal rekrutieren. Ah, ich glaube... ...ne, das lasse ich machen. Hier, das passt. Das lasse ich. Und hier habe ich nicht genug. Na ja, das Problem, ich kann jetzt hier nicht gleich hierhin marschieren. Warum bin ich denn mit dem befeindet? Ach so. Okay. Ähm, erstmal die hier. Ich hoffe, dass die Rebellen hier gleich angreifen, weil das halt schon ganz gut wäre. Weil, da könnte ich die ja nicht ganz gut zurückschlagen in der Stadt. Und dann hätte ich die Sache erledigt. Und hier die Truppen könnten dann an Erfahrung gewinnen. Also dann, ab und zu die nächste Runde. Also die Josai, die lassen sich Zeit. Die müssten aber irgendwann bald erscheinen. Hier. Hm. Dieser Clan hat euch den Krieg erklärt. Okay. Ne, brauche ich nicht. Brauche keine Unterstützung. Okay, alles in Ordnung. Hm, das ist meine ganz schön große Armee. Also ich muss mal gucken, wie viele Einheiten sind das jetzt hier. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Wie viel habe ich? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Okay, dann rekrutiere ich nochmal. Und dann in der nächsten Runde dann. Vielleicht kann ich hier einen Attentat ausführen. Sehr gut. Ja, dann versuche ich es schon mal, oder? Erstmal hier gucken. Also wie hier Technologie passt. Hier die Stollen rauf. Bauen. Kann ich irgendwas bauen? Na, also hier möchte ich einen noch rekrutieren. Ähm. Ne, hier auch nichts. Ja gut, dann speichere ich es erstmal. Okay. Also, versuche ich es auch gleich. Ja, mache ich. Und nochmal speichern. Möchte ich es selber machen. Erstmal nochmal warten auf besseres Wetter. Perfekt. Hier die Stadt, äh, die stört ein bisschen. Das ist jetzt nicht so günstig. Deswegen gehe ich mal hier hinter die Stadt. Vielleicht rückt er ja zu mir vor. Wäre nicht schlecht. Ja. Okay, so passt perfekt. Und dann dahinter die... Ach, die sind hier auch. Warte mal. Ach, die sind auch. Hier... Infanterie. Okay. Warte mal, was kosten die hier? Ähm. Cool. Okay. Ich dachte, das wären irgendwie Nachkampfinfantrie. Habe ich mich geirrt. Okay. Sehr schön. Alle auf breiter Linie. Und dann hier... Auf der einen Flanke, auf der anderen und in der Mitte die... Katschi. Und hier dahinter die Generäle. Ja, dann so. Sollen Sie doch versuchen, gegen euch stattzuhalten, General! Mal gucken, ob er jetzt hier anrückt. Nö. Na gut, dann rück ich halt an. Ähm, warte, ich rücke mal so an. Ja. So. Das gefällt mir sehr gut. Dann kann ich mich hier auf den Hügel zurückziehen, der hier... ...richtig, richtig geil gelegen ist. Machen wir schneller. Und die sollen auch laufen, weil hier Ausdauer ist sowieso egal. Dass es halt einfach schneller geht. Weil ich kann hier mehr... ...mehr dessen hier mal die Stadt angucken. Wie die so hier designt ist. Mit so traditionell japanischen Gebäuden hier. Höher. Okay, also diesmal ist der Gegner ein... Wie heißt das? Ähm. Also einer, der halt abwartet. Okay. Dann... Aber was hat der denn jetzt vor? Hä? Will der jetzt fliehen, oder was hat der jetzt vor? Oh, nervig. Ich möchte doch hier schnell das Gefecht führen. Und hier ziehe ich hier ständig hinterher rin. Ich hoffe, dass der hier nicht fliehen möchte. Wer möchte hier auf den Hügel, oder was will er denn? Okay. Ähm. So. Mein Lord, euer General wird angegriffen! Hier sind schon die ersten Angriffe. Die ich hier bewundern kann. So, Angriff. Okay, hier flieht er. Kannst du die hier erreichen? Ja, so, dann hier Angriff. General, los. Verfolgen. Und hier. Verfolg du hier. Und du verfolgst die hier. So, geht nun mal hier raus. Und ihr marschiert hier weiter. Was hat er denn vor? Hier angreifen. Ich merke, dass es gar nicht so günstig ist gerade. Oh, 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 oh. Hier, zurückziehen. Oh, unser General. Nicht gut. Gar nicht gut. Hier haben wir einige verloren. Und ich denke, ich denke, den Generalen nicht, oder? Okay, schau mal. Hm, ich hoffe nicht. Eine Einheit ist erschöpft, mein Lord. Ja, egal. So, kann ich jetzt hier alle erreichen? Oder habe ich hier meine Truppen zu breit aufgestellt? Ja, geht mal weiter. Und ihr geht mal dahin. Oder... Ja, genau. Geht du mal dahin. Und ihr geht hierhin. Sehr gut. Und du weiter nach vorne. Und du genauso. Ja. Schön so breit aufstellen. Okay, sieht gut aus. Hier wird auch gut getroffen. Ja, ich lasse mal die Schützen schießen. Die Nahkampfinfanterie, die kann auch hier warten. Die schicke ich da noch nicht. Wobei... Na komm, danke. Und ihr, wo seid ihr? Greift mal hier an. Boah, hier haben die auch schon so viele Verluste erlitten. Hier schießt ihr auf meine guten Nahkampfinfanterie-Einheiten. Ja, ich denke, das war's dann jetzt. Ihr geht mal hierhin, dass ihr dann schnell verfolgen könnt. Ja, angreifen. Aber was sind die jetzt so zackhaft? Standhaft. Okay. Wie sieht's hier aus? Ganz schlecht. Was ist denn hier los? Ach so. Okay. Ich denke, die schicke ich mal wieder zurück. Und die möchte ich nämlich nicht verlieren. Und ihr verfolgen. Ja. Ja, okay, das war's. Ne, dann greif du mal lieber hier an. Und du hier. Na, ich möchte verfolgen, dass es jetzt hier wirklich war für die Rebellen hier. Und hier angreifen noch. Verfolgen. So, schneller. Okay. Okay, der macht hier. Und. Genau. Geh mal hier drauf. Ja, wie sieht's hier aus? Äh, 51. Und hier. Ja, geh mal da hin. Ja. Sehr gut. Einige Truppen haben schon an Erfahrung gewonnen. Vor allem hier die Schwertin-, also die Nahkampfinfanterie. Weil das macht sich halt schon sehr, sehr bemerkbar. Also hier, Moral fast um das Doppelte sich erhöht. Und Nahkampfabwehr sogar irgendwie verdreifacht. Also. Es ist halt schon sehr, sehr wichtig, dass die Truppen hier eine Erfahrung sammeln. Okay. Warte, hier ist noch was. Dann mal hier. Okay, egal. Gefecht beenden. Ein entscheidender Sieg. Das heißt, der Gegner wurde komplett vernichtet. Nein, doch nicht. Nochmal nachsetzen. Automatisch. Keine Truppen verloren. Und ich bin mit dem General nochmal aufgestiegen. Äh, aufgestiegen, genau. Hier, standardmäßig. Also das hier ist hier das Begehrenswerte. Und dann natürlich hier. Beim Gefolge. Plus 20 auf diplomatische Beziehungen. Ja, geh ich doch mal auf diplomatische Beziehungen. Okay, kann ich jetzt nichts mehr machen. Kann ich hier nur rekrutieren. Achso, genau, das habe ich ja schon gemacht. Ähm. Okay. Dann in der nächsten Runde dann hier hin. Und dann so. Genau, passt alles. Dann weiter. Ich hoffe, dass die hier im Norden nicht zu stark werden. Weil die haben ja zwei Provinzen. Und dann können die schon ordentlich rekrutieren. Ich habe ja unten schon gesehen. Okay. Ähm. Die Nagaoka werden angegriffen. Ja. Ähm. Tue ich, ähm, mich verbünden, ja. Den Krieg auf Seiten des Verbindes beitreten. Ich denke, das ist sowieso hier eine Einheit. Die wird uns sowieso nicht angreifen. Ja. Warte, ich schau mal. Mit wem sind wir da jetzt im Krieg? Ja, hier mit irgend so einer Einheit hier unten. Aber die Nagaoka, das sind halt schon starke Gegner. Also ich denke nicht, dass die hier besiegt werden. Und falls, dann bräuchten die auf jeden Fall ziemlich lange, bis die hier bei mir sind. Und dann könnte ich halt hier auch noch rekrutieren. Ähm, ja, mache ich hier mal. Große Ortschaft. Geh du mal hier nach Norden. Und du gehst in die Stadt. Ah. So. Das dauert noch ewig. Ich seh's gerade, noch zwei... Ja, noch zwei Runden. Aber wenigstens hier. Die sind sogar... ...auf Level 2 aufgestiegen. Sehr gut. Und die hier auch. Sehr gut. Also das Gefecht hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also die, ähm... ...haben an der Fahrung gewonnen und... ...ja, geh du mal hier hin. So, für irgendwas anderes hab ich kein Geld mehr. Steuern passt. Hier nochmal gucken. Eine Runde noch. Okay, dann... ...weiter. Und hier, Gott sei Dank, kommt hier keine Armee. Kann ich hier schnell... ...die hier erobern. Wobei, hier ist ja auch wieder blöd, weil diese sind ja... ...kaisertreu und, äh... ...da müsste ich dann hier nochmal die Truppen lassen. Und währenddessen könnten die hier halt so eine richtig große Armee... ...vleicht, ähm... ...produzieren. Also ich hoffe nicht. Die Feder tötet und rettet ebenso viel wie das Schwert. Mission erteilt. Elimiert einen beliebigen General im Kampf. Was hab ich davon? Plus zwei Moral... ...aller Landeinheiten für zwölf Runden. Na gut, wenn ich das... ...wenn es passiert, dann passiert's. Hier passt's. Hier nochmal die Steuern rauf. Und dann... ...weitermarschieren. Und ich denke mal, hier rekrutiere ich nochmal. Oder warte, ich schaue jetzt mal, ob ich was bauen kann. Ja, rekrutiere ich hier. Okay, ne Geisha brauche ich eigentlich nicht. Okay, jetzt eine ziemlich schwache... Also dann, dann geh du mal hier weiter. Okay. Ja gut zu wissen, dass ihr... ...wenigstens kein Angriff kommt. Aber ich glaube, eine starke Armee wird da schon sein. Deswegen rekruttiere ich auf jeden Fall nochmal. Eine Einheit. Genau. Also weiter. Okay. Okay. Ein Rang aufgestiegen. Ja, das ist auf jeden Fall... ...anders als bei Shogun 2. Weil bei Shogun 2 sind die ja nur den Rang aufgestiegen, wenn... ...ähm... ...also die in der Stadt verblieben sind. Und nicht einfach, wenn die irgendwo rumstanden. Ja, ist auch gut, wenn die hier aufsteigen. So, auch wenn sie nicht in der... ...in der Stadt sind. So, dann hier. Ja, schnell. Sehr gut. Wir haben sogar einen General getötet mit... ...plus 2 Moral. Gibt's irgendwelche Rebellen? Auch nicht. Perfekt. Sehr gut. Okay. Hier... ...plus 5 Angriffsbonus. ...für alle in dieser Provinz rekrutierte Einheiten. Also diese Provinz ist hauptsächlich gut für die Rekrutierung von... ...traditionellen Einheiten. Also Nahkampf... ...Infanterie. Und es ist auch sehr gut, dass hier schon mal ein traditioneller Dojo ist. Sehr schön. Also hier passt alles. Und hier den Markt. Ja, baue ich das doch schon mal. Genau. Hier, minus 1 auf Modernisierung. Aber die Modernisierung, die geht sowieso ganz schnell voran. Also... Es hat halt einfach hier den Vorteil... ...plus 2 Zufriedenheit in dieser Provinz. Also das möchte ich auf jeden Fall machen. Sehr schön. Hier könnte ich dann vielleicht noch so eine Kashi... ...oder so eine... ...Jahri-Ki rekrutieren. Mehr kann ich jetzt eh nicht machen. Dann wieder... Hier ist das Problem... Ne, gar nicht. Die sind ja auch für den Shogunat. 100% für den Shogunat. Sehr gut. Dann kann ich dann gleich wieder hier weitermarschieren. Ja, dann könnt ihr hier gleich wieder zurückgehen. Oder wie sieht's hier aus? Also wenn hier jetzt keine große Armee kommt... ...dann marschiere ich doch hier so nach oben. Genau. Okay, weiter. Sehr schön. Ja, jetzt geht's gut voran. Ganz am Anfang hatte ich halt richtig Glück... ...dass hier die Rebellen... ...hier gekommen sind. Weil dadurch habe ich dann jetzt nicht so viel Zeit verloren... ...hier mich um den Süden zu kümmern. Aber ich wundere, dass die Josai hier... ...nicht in die Gänge kommen. Hm. Hm, brauche ich eigentlich nicht. Also im Moment brauche ich keinen General. Weil ich habe zwei und... ...ähm... ...ja. Oder vielleicht kommt später keiner. Dann... ...mh... ...mh... ...hier... 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 ...die Rebellen weg. Ja. Ja, weiter mal schön. Habe ich jetzt zwar wieder ein bisschen verloren, aber passt. Hier passt alles von der öffentlichen Ordnung. Okay, dann... Warte mal. Ja, dann geh du mal hier hin, wie ich deine nächsten Runde hier rein tun kann. Hier könnte ich noch einen Ninja rekrutieren, das mache ich doch mal. Äh, hier Shinobi. Ja. Was ist denn hier eigentlich los? Hier sind noch die Rebellen. Und hier bei den Verwündeten, da passiert es auch erstmal nicht so viel. Hm, die brauche ich eigentlich hier nicht. Geh du auch mal hier nach oben. Wenn hier gar nichts ist, dann rekrutiere ich hier nochmal. Nee, das kann ich ja nicht. Okay, passt alles. Weiter. Also hier passt's, dann... Weiter. Sehr gut, dass hier keiner mehr ist. Kann ich hier... ...hier von links dann erobern. Also erstmal sich hier kümmern um die Steuern, dass hier alles passt. Okay, dann geh du mal hier rein. Na, passt immer noch nicht. Okay, dann muss ich hier die von den Steuern befreien. Und weiter. Warte. Warte mal, wie lange dauert das noch? Zwei Runden. Aufwiebel? Hm, ja mach ich mal. Okay. Okay. Jetzt können jetzt natürlich sein, dass hier so eine riesige Armee erschienen ist, die nur schwer zu besiegen ist. Aber... Wenigstens habe ich dann jetzt hier garantiert abgesichert. Und du gehst hier auch mal als Spion vor. Okay, hab ich noch irgendwie was zum Bauen? Nein, dann war's das auch schon wieder. Ja. Okay. Weiter. Und mich wundert, dass hier bei den Josai da nix los ist. Und bei unseren Verbündeten... Ah, jetzt was passiert. Sehr schön. Gut, dann habe ich hier jetzt abgesichert. Und ich hoffe, dass die mir dann auch das Bündnis erklären. Weil wenn die mir das Bündnis erklären, dann ist es sicherer. Okay, irgend so ein kleinerer ist... Warte mal. Oder soll ich es schon mal versuchen? Ach, die Josai haben die Loyalität gewechselt und sind jetzt für den Kaiser. Hm, das ist jetzt nicht cool. Oh, das ist gar nicht gut. Hätte ich schon... Hier ist alles für den Shogun, aber hier die Josai. Hm, könnte ich dich vielleicht doch hier noch gebrauchen. Oh, das ist gar nicht gut. Ach, deswegen ist nicht viel passiert. Woooooohwowoahwoahwoahw Warte mal, kann ich das schaffen? Ich werde die Bereiche wieder zu machen. Also wie viele Einheiten hätten wir hier? 4, 8, 12, 14... Äh, 4, 8, 12, 15... Hm... Vielleicht aber wenn ich einen ausschneide... den hier nein okay dann geh du auch mal hier war das ist gar nicht gut hier solch mal ein eine katschi vielleicht wieso kann ich ja nicht zwei rekrutieren ja warte mal dann warte ich jetzt noch mal eine runde warte ich noch weil das jetzt schon eine sehr starke armee und ich bin ja auch ein bisschen unsicher mit den usa hier im süden deswegen rekrutiere ich hier auch noch mal was das ist schon ganz schön viel was ich jetzt hier an an truppen rekrutierung und unterhaltskosten jetzt hier auf mich nehmen muss ach die hat uns den weg versperrt in der nächsten runde geht es dann hier nach oben und ich denke das war es dann hier für den norden aber jetzt hier mit den usa habe ich gesehen das ist natürlich nicht gut das gefährdet meine strategie weil ich wollte ja hier in ruhe mich nach norden ausbreiten vielleicht hätte ich hier mit dem schiff hier noch süden segeln können dann hätten sie wenn ich vielleicht mit wenn ich mich wenn ich mich mit ihnen schneller verbündet hätte dann hätte ich dann dann hätten sie verzichtet ich bitte um beistand wie die sind mit den edo verbündet habe ich das richtig gesehen wie die edo die sind doch gerade für den samur für die samurai nehmt folgende provinz ein die hier das ist nicht cool aber wenigstens habe ich noch genug zeit um hier zu rekrutieren und ich möchte den gerne militärischen zugang ne die haben schon militärischen zugang die sind mit edo verbündet aber die edo die sind doch hauptsächlich eigentlich für den shogun oder nicht das ist echt nicht cool na gut so weiter ok es dauert noch zwei runden hier hat er dir attentat verwundet ok passt hier noch mal versuchen ist ja teuer aber so viel geld verschwendet egal ich kann jetzt hier noch mal rekrutieren und falls ihr kommt dann hoffe ich dass ich hier belagert werde und dass ich die armee dann hier schlagen kann oder dass es hier einfach schnell genug geht dass ich hier wieder mit der armee nach süden gehen kann ok gut dann weiter also für den norden habe ich jetzt die ausreichende armee hier vielleicht noch ein spannendes gefecht hier mit diesem clan da also wurde ich ja gerade geschwächt habe weil ich das den general verwundet habe und die um den sei habe ich ja noch zeit ich weiß gar nicht wo jetzt hin egal in der nächsten hunde gehört udo mir und die sind auch für den shogun sehr gut und dann marschiere ich hier schnell nach erwarte und dann hier hoch oder ich mache hier so eine runde und dann hier nach süden wieder sehr schön die haben jetzt ja auch mal was vorangebracht ah mit denen hier mit denen hier die sind kaiserlich mit dem möchte ich dann möchte ich ja auch erobern wie sieht es hier aus hier wieder hoch ok ja rekrutiere ich hier noch mal es ist richtig blöd dass ich jetzt nicht genug geld habe zum bauen aber vielleicht deine nächsten runde also ist halt die frage hier wie kann ich dem hier trauen hier muss ich schon auf jeden fall mein geld ausgeben für rekrutierung ok weiter allerdings wenn ich jetzt zu viel rekrutiere und ich halt noch genug zeit habe also dass die josai dann nicht so aggressiv sind und jetzt nicht sofort hier mich angreifen werden dann wäre es jetzt ein fehler so viel zu rekrutieren weil dann wäre das geld besser angelegt in gebäuden herbst herbst minus zehn prozent von bauernhöfen generierter wohlschein in allen provinzen ok jetzt sinkt unser also sinkt der handeinkommen ja mache ich das mal hier weil ich jetzt halt noch nicht die zweite stufe habe ok soll ich die jetzt angreifen oder soll ich jetzt einfach die stadt erobern ich denke ich greife die hier an damit die truppen eine erfahrung gewinnen können und hier möchte ich noch mal den general das ist nicht gut aber hier kann ich es abonnieren er sabotieren hier mach mal das ja ok ja dann schreif dir mehr an ja weil dadurch kann ich halt eine erfahrung gewinnen für die truppen und das bringt mir halt sehr viel also ja gefährlich sind auf jeden fall die ganzen katschi die ich da gesehen habe okay also offenes feld keine äh kein gebirge kein berg kein nix kein wald so also ich stelle hier erstmal breit auf boah das ist zu breit ok dann geht ihr mal hier hinten hin und ihr auch und ihr geht hier hin ne warte ihr geht hier hin ihr jenen und ihr hier hin ok das gefällt mir ganz gut sollen sie doch versuchen gegen euch stand zu halten general warte mal was habe ich jetzt hier hm dann geh du mal hier hin was hat er denn hier vor ja dann geht ihr mal da hin ja beschleunigen na warte mal so und rennen boah er möchte hier auf den einzigen hügel der hier ist ok also diesmal ist die ki auf jeden fall ganz schön fixiert ähm zu parken also sich zu verteidigen nicht anzugreifen hier die passive rolle zu spielen aber ich habe ja die überlegene schusswaffeninfanterie wir haben ja bessere nachladefähigkeit und bessere präzision ok ok weiter sehr schön oh wow 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 ja hier und ihr so ok ihr bleibt mal warte mal ihr geht ihr geht hier hin und ihr ja warte mal ihr tue ich mal zurückziehen herbeininfanterie ja schneller oh die brauchen ja so lange ok äh angriff und ihr stellt euch mal so auf ja so sehr gut das gefällt mir auf jeden fall sehr sehr gut also hier passt alles super ich bin da schon richtig richtig viele verluste aber hier natürlich die rechte seite ist schon ein bisschen bitter aus genau verwickelt ihr hier in warte ihr könnt nochmal hier hingehen ne warte mal äh so genau perfekt ja und die hier können ja auch schießen obwohl die hier hinten sind ja nicht cool warte warte hier schön stehen bleiben und ihr stellt euch mal hier hin äh wie sieht das aus ihr wo seid ihr denn ähm angriff hier greift hier an und wo seid ihr ihr greift hier an hier das gefällt mir auch überhaupt nicht geht mal ein bisschen weiter nach hinten und ihr auch hier tun die äh truppen aber schon ein bisschen einbrechen wer geht immer hier hin unterstützen also moralische unterstützung leisten und ihr versucht mal da nach hinten hier noch ein bisschen weiter nach vorne mein lord euer general wird angegriffen wo boah die jahri äh kida die sind ganz schön stark so sehr gut los positioniert euch so und hier greift die hier an hier geht mal so nach hinten sehr gut hier gefällt mir überhaupt nicht gar nicht gut hier sind noch sehr viele truppen das sieht gar nicht gut aus ja hier angreifen und warte mal ich gehe mal mit dem general hier sehr gut du reitest mal hier nach hinten eine einheit fliegt vom schlachtfeld mein lord hier ist noch alles offen jahri katschi hier okay aber sie sind mitgenommen das sieht nicht gut aus könnt ihr vielleicht hier noch mal nach hinten ja vielleicht kann ich sie hier noch zum fliehen bewegen wenn die hier fliehen dann war es das vielleicht wollt ihr fliehen warte ich war es einfach auch mal oh nee kommt wieder weg hier wankend ja ich möchte hier nicht mein general riskieren okay die fliehen ja was haben die denn jetzt noch vor ich möchte jetzt noch verfolgen was noch ich noch verfolgen kann hier warte wo ist denn noch was hier nein ich möchte jetzt noch verfolgen was noch ich noch verfolgen kann hier nein okay hier nur noch nee aufhören zu schießen nicht dass ich hier noch mal ein general zu schießen da so und schneller so okay passt ja es ist ein bisschen blöd dass ich jetzt so viele truppen verloren habe aber mal gucken was ich jetzt in erfahrungen vielleicht gewinnen konnte dadurch teurer sieg teurer sieg aber wenigstens habe ich keine einzige truppeneinheit verloren und der general ist aufgestiegen so wie sieht es jetzt hier aus okay alle truppen haben eine erfahrung gewonnen das ist mindestens level 2 und ich bin hier mit dem aufgestiegen plus 10 prozent einkommen plündern ermöglicht es allen flotten gefechte bei nacht zu kämpfen brauche ich nicht plus 5 prozent verstärkungsrate und bewegungsreichweite das nehme ich und ist hier noch irgendwas ermöglicht gefechte bei nacht und das bringt mir nicht viel plus 2 rüstung plus 15 prozent laufgeschwindigkeit ist nicht schlecht plus 25 prozent anzahl leitwache aber ich nehme mal das hier noch plus 2 rüstung ja wobei ich habe ja dann später sowieso einen schusswaffen general deswegen spare ich jetzt hier nochmal weil hier das also diese hier sind sehr wertvoll dann hier für level 5 okay dann lass ich das mal und hier darf ich natürlich nicht mit allen truppen verfolgen sondern hier muss ich natürlich ich gehe mal mit denen ähm hier mit denen hier nur also die ich halt äh wahrscheinlich nicht verlieren werde hier ja mach mal kurz einen prozess mit denen habe ich was verloren nein sehr gut okay sehr gut die frage ist soll ich mich da jetzt wieder zurückziehen aber er hat hier eigentlich nur zwei generäle in der stadt und halt hier die garnition wahrscheinlich muss ich dann jetzt hier das gefecht selber führen weil ich sonst beim also beim automatischen gefecht würde ich wahrscheinlich viele truppen verlieren hier oder ich begebe mich halt nochmal in meine eigene provinz zurück okay dann würde ich sagen dadurch dass ich jetzt hier noch zeit habe also hier der im süden noch nicht kommt ähm baue ich hier was genau hier habe ich industriegebäude gebaut warte ich vielleicht kann ich was anderes bauen äh da baue ich den hafen genau ja oder nein baue ich lieber hier das gebäude ähm oder soll ich hier die ich baue hier die kadetten ja dann kann ich hier mit effektiveren einheiten mich verteidigen also vom süden her ja okay passt alles dann schaue ich nochmal hier und hier passt alles dann weiter nochmal wieder hier groß dass ich hier sehen kann was passiert das wäre ganz gut wenn die nagaoka sich ein bisschen hier nach rechts orientieren würden okay aber wenigstens nicht mit so einer großen armee das ist schon mal eine erleichterung das ist eine armee die kann ich abwehren okay hier sind die ja auf jeden fall auf eroberungszug hm ja sehr schön und auch noch aufgestiegen so was habe ich jetzt hier minus zwei auf zufriedenheit das ist sehr sehr gut und das gefällt mir sehr gut minus 15 prozent kosten dann nehme ich mal hier und hier genau perfekt und hier ein gefolge noch ähm minus 25 prozent attentate und hier du kannst auch noch was machen armee sabotieren ja hm hm okay ich glaube äh das muss ich dann selber machen weil hier würde ich zu viele truppen verlieren also gerade die muss ich auf jeden fall rausnehmen also ich speicher dann hier nochmal und dann gucke ich hier was ich hier an truppen mitnehmen kann ok ok wenigstens ist das jetzt in der nächsten runde hier geschafft und mit dem bin ich noch nicht befeindet also die ähm ziehen hier wenigstens noch nicht gleich nach süden und diese armee das sind hier sechs truppen die könnte ich hier besiegen das heißt hier möchte ich auch noch kurz warten auf vielleicht die kadettenschule also ich halte jetzt auf jeden fall sinnvoller hm hier erstmal also was ich jetzt gemacht habe ok also in der nächsten runde kann ich hier dann zwei rekrutieren und dann soll ich die auf jeden fall ja aufhalten ok kann ich vielleicht noch was machen ne so jetzt muss ich gucken wie kann ich jetzt die stadt gut erobern ich hoffe dass er jetzt nicht rekrutiert dann ist es nämlich einfacher ok warte mal ich möchte nochmal versuchen ja ähm ne warte mal ne warte warte hier muss ich auf jeden fall jetzt rekrutieren ja das muss ich erstmal machen habe ich jetzt noch genug gold aufwiegeln ne das brauche ich nicht hm hm nochmal das hier sehr schön ok was habe ich jetzt hier sabotieren beim also hier sabotieren Attentate hm ja nehm ich einfach mal das hier plus eins für Attentate und ja nehm ich das hier ok also muss ich finanziell erstmal gucken passt alles hier passt alles ok dann speich ich mein ok so jetzt muss ich natürlich gucken dass ich nicht äh zu viele Truppen hier rein tue die dann hier sterben werden also wenn ich jetzt die hier mitnehme dann würde ich auf jeden fall sterben die würde es nicht schaffen ich sag mal alles was so bis 30 ist tue ich mal hier raus ja geht ihr mal ok sehr gut sehr schön und die sind auch noch auf Seiten des Shogunat das heißt äh hier kann ich eigentlich sofort weiter marschieren ja marschiert doch hier gleich weiter äh das brauche ich hier nicht nix damit sehr schön jetzt habe ich endlich meine wertvolle Provinz hier ähm erobert die halt wirklich sehr sehr wichtig ist für die Truppenrekrutierung das ist jetzt halt wirklich die wichtigste Provinz und ich habe jetzt hier auf beiden Seiten äh links und rechts habe ich jetzt Häfen was könnt ihr noch machen was könnt ihr noch machen ja dann geh du mal weiter und spiel und nimmst mir hier ah ich glaube hier muss ich auch noch ein bisschen warten weil wie lange dauert es hm vielleicht 2-3 Runden oder so also ich meine das kann ich ja wirklich vergessen also ok dann schaue ich mal was jetzt hier passiert Gott sei Dank haben wir hier jetzt nicht mit so einer mega starken Armee also das ist auf jeden Fall eine Erleichterung hier kann ich schon mal reparieren na gut warte mal die Flotte hier na wenn ich jetzt meine Flotte nicht versenkt hätte dann äh könnte ich hier den hier bekämpfen aber egal ich rekrutiere einfach nochmal eine stärkere Flotte und dann war es das hier auch mit dem Schiffangriff hier von dem Gegner ok jetzt ist die Frage soll ich jetzt eine Runde warten noch dass er mich angreift oder kann ich jetzt schon ihn angreifen also ich habe hier sechs Truppen und er hat auch sechs Truppen aber hier besser für überlegene Truppen ok dann habe ich keine andere Wahl als hier zu warten und hier warte mal Edo die sind doch hier auf der Seite des Kaisers oder ne ne warum sie die da mit in your side verbindet aber wenigstens kann ich mit denen heute ist ein guter Tag ein Freundchen warte mal heute ist ein guter Tag heute ist ein freundschaftlicher Besuch gute Konversation und womöglich ein profitables Ergebnis für uns alle perfekt und äh Bündnis Treffen mit Freunden sind immer ein angenehmer Zeitvertrag super sehr gut es ist mir eine Ehre euch zu begrüßen es ist immer nett wenn Freunde zum Gespräch kommen äh Zahlen hm ok ja dann handel doch mit denen vielleicht Kriegsbeitritt ok ok na gut sehr schön dann bin ich mit denen verbündet die haben ihre ihr blödsinniges Bündnis da auch beendet mit den USA weil die sind ja jetzt hier für den Kaiser und mit denen hier auch noch Handel schön ein freundliches Gesicht zu sehen äh blüßens nicht aber Handel auf jeden Fall sehr gut hier habe ich jetzt endlich auch mal wieder meine Ruhe hier im Süden ich möchte hier einfach mich erstmal auf den Norden konzentrieren ok hier angreifen macht keinen Sinn warte ich halt einfach ab die nächste Runde hier auch Quatsch äh stelle ich mich hier mal an die Grenze hin und und Geduma hier spielen wir ok wobei er hat hier eigentlich so wie gar nichts was habe ich denn hier noch hm also wenn ich jetzt hier ihm den Krieg erkläre und weitermarschiere dann hätte ich also ich wäre halt in zwei Runden dann wäre ich bei ihm und wenn ich jetzt wenn ich es jetzt nicht mache dann wäre ich erst in drei Runden ja komm dann erkläre ich hier gleich den Krieg ja nee brauche ich nicht sprecht ja ja ich hoffe er kommt jetzt hier nicht von von Norden hier nach Süden das wäre jetzt ein bisschen blöd ich hoffe er möchte hier seine Provinzen verteidigen und hier nicht hier so Marsch machen ok hm Mist ok vielleicht äh reicht's ich hoffe mal also ich habe die auf jeden Fall von den Stollen befreit ok ich möchte hier ganz gerne so schnell wie möglich besiegen also das wäre schon ganz angenehm und wenn jetzt hier eine Rebellenarmee kommt dann ist das jetzt auch nicht so tragisch hier hat er sich wieder zurückgezogen äh äh warte mal taktischer Rückzug äh warte mal taktischer Rückzug ok wir haben sich zu einem Aufstand gegen uns erhoben ähm ja passt oder soll ich hier hingehen? nein nein weil ich möchte hier Schiffe haben das ist gar nicht so verkehrt ja dann gehen wir hier zurück das ist auch nicht so schlimm weil dann können unsere Truppen sich ja besser noch regenerieren ok ja dann gehen wir hier nach Süden ok hier hat er die Armee ja das ist schon ein bisschen blöd dass der hier ich schicke mal den hier als Spion hin und hier also du hast jetzt eh keine Wegpunkte mehr ok ok da ich jetzt hm ich glaube ich mache erstmal ne Kadettenschule also hier baue ich dann kein äh Wirtschaftsgebäude ok 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 er hat sich zurückgezogen hm man könnte jetzt hier ziemlich viel zerstören aber ich habe jetzt nicht genug Geld um noch zwei Truppen zu rekrutieren deswegen muss ich den jetzt hier walten lassen aber das ist aber schon ein bisschen blöd dass hier der Matsume hier so aggressiv hier ist ich möchte ganz gerne auch den erobern den möchte ich auf jeden Fall auch besiegen ne mit dem möchte ich nicht handeln weil der soll nicht so stark werden außerdem hat sie hier Eisen und dann kann ich hier das verbessern aber im Moment hätte ich ja jetzt nicht genug Geld also ich könnte jetzt ein Handelsabkommen machen aber ich habe ja nicht genug Geld und ok ok passt alles dann da geht es wieder auf unsere Bauernhöfe nicht gut ich glaube da muss ich hier den hier auf jeden Fall auch besehen also habe ich schon mal zwei Armeen also dann kann ich ja noch eine zweite dann nach Norden schicken unser Shinobi wurde entdeckt feindlicher Raubzug ok ja dann hier mach doch mal die hier weg hier ok ähm automatisch mach doch mal geh du mal hier raus sehr gut sehr gut hier auch so standardmäßig plus eins auf den Angriffsbonus der Leibwache des Generals flößt feindlichen Einheiten Angst ein also das ist wirklich perfekt Pickelhaube Gaijin fürchten einen Mann der stilvoll genug ist diesen Helm zu tragen cool äh dann marschiert man hier ok 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 kann man sich aufwiegeln ähm ähm ja ok 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 der schickt hier ganz schön viele Armeen hier hin ich hoffe dass ich hier schnell genug bin ok super jetzt habe ich mein Geld wieder verschwindet ok ähm nächsten Runde versuche ich wieder etwas zu bauen und hier passt es dann weiter. Okay, ich kann es doch nicht bauen, ich muss erstmal hier zwei rekrutieren, um diese Plage hier loszuwerden. Shinobi wurde entdeckt, feindlicher Raubzug, Unruhe und Winter. Minus 5% auf die Bewegungsreichweite von Armeen auf der Kabalienkarte. Na gut. Oh Mann. Streitmacht. Schwarze Schildkröte. Okay. Oh, die sind aber nicht besonders toll. Warte, ich muss mal gucken, wie die im Vergleich zu den Standarden erhalten sind. 30. 30, 30, 4. Achso, die sind einfach auch genauso gut wie immer. Okay. Sehr gut. Also hier habe ich auch mal, im Süden ist nochmal eine gute Armee ausgehoben. Mit dem Gebäudebau, das muss halt noch warten. Hier passt alles. Mit der Diplomatie, da kann ich jetzt auch nichts weitermachen. Ja, dann marschieren wir hier weiter. Wurde er hier besiegt, oder was ist hier los? Wie, die Runden noch? Ah, zwei, drei Runden. Okay. Steuern, passen, dann... Achso, warte. Bin ich schon bemerkt? Wer ist schon längst? Ja, dann... Hier. Aber das habe ich auch vergessen, die ganze Zeit. Okay, weiter. Ja, läuft eigentlich ganz gut bisher. Nur mit der Wirtschaft, also mit den Finanzen, sieht es halt wirklich noch nicht gut aus. Aber da müsste ich halt dann auch Modernisierungsstufe 2 erreichen, um halt eben plus zwei Wirtschaftswachstum pro Runde dann erforschen zu können. Unser Shinobi wurde entdeckt. Na, dann gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Maschieren wir weiter. Okay, nächste Runde ist schon soweit. Geht nun mal hier nach hinten. Aufwiegeln? Ne, brauche ich nicht. Okay, in der nächsten Runde war es das hier. Und da... Muss ich mal drüber überlegen. Also... Jetzt scheint mir schon ein bisschen stark zu sein. Aber wenigstens kann ich jetzt die Nervensäge schon mal beseitigen. Auch in der nächsten Runde dann. Gut. Das passt. Das passt. Dann... Weiter. Okay, bis jetzt noch nicht viel passiert. Wie sieht es denn hier überhaupt aus mit den Yusai? Hat der hier irgendwelche Feinde? Ne, nur uns. Na gut. Wir machen mal den weg. Sie hat ja hier schon diese Yu-ge-ki-tai. Hm. Ähm. Soll ich das jetzt machen? Ja, mache ich Angriff. Auf ins Gefecht in der Winterlandschaft. Die Lage passt. Das Wetter. Super. Sonst muss ich erst mal warten. Sehr gut. Zum Angriff, mein Lord. Ja, Angst in ihre Herzen. Ja, schau ich mir hin. Aber sie marschieren auf mich zu. Viele Samurai. Und diese überlegene Linien-Infanterie. Und ich habe hier die da. Streit macht schwarze Schildkröte. Okay. Na, wo sind sie? Ähm. Geht mal weiter. Wow, 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 wow. Der möchte hier unbedingt den Hügel erobern. Hm, das schaffe ich nicht rechtzeitig. Okay. Dann zurückziehen. So. Sehr gut. Und ich habe Gott sei Dank noch keinen Schusswaffengeneral. Weil der kann dann gut die Einheiten, also die Truppen verfolgen. Okay. Ihr geht mal so hin. Hier auch. So. So möchte ich das anschauen. Ja, Angriff. Hier, unterstützen. Okay, sehr gut. Hier, das kann ich noch verbessern. Äh, geht mal dahin. Und du, ich fürchte, euer General, schräg den Truppen schon Gefahr. Ja, und du so. Und du so. Ja. Äh, hier Angriff. Was bringt der denn jetzt? Geht mal so hin. Diese elenden Feiglinge. Eure Männer laufen davon. Egal. Hier, die können hier die schön treffen. Okay, hier mache ich mir ein bisschen Sorgen. Äh, geht du mal da weg. Ja. Geht du mal hier weg. Nicht, dass du hier noch drauf gehst. Fände ich uns nicht so gut. Und hier passt alles. Die Linie im Country, auf jeden Fall. Äh, hier unterfütteln. Eine Einheit flieht vom Schlachtfeld. Okay, sieht ganz gut aus. Aber die Linie im Infanterie ist ja standhaft. Und ihr geht mal ein bisschen weiter nach vorne. Und du auch. Ja, was ist denn hier überhaupt noch? Hier, die da, weg damit. Und hier ist noch was. Oh, Gott sei Dank. Hier diese starken Einheiten, die hat er hier noch hinten gelassen. Äh, dann geht ihr mal da hin. Und ihr auch. So. Was haben die denn vor? Die sind doch keine Nachkampfangreifer. Was wollen die denn? Wollen die jetzt mit dem Nachkampf angreifen? Oder was wollen die? Ja, los. Oh, jetzt greifen sie sich zu dem Schwert dann. Äh, halt. Und hier nochmal nach hinten schießen. Und hier verfolgen. Nein, ich möchte die vollständig besiegen. Genau, hier keine Chance. Äh, es war schon richtig geil, wie die hier niedergeschriebenen Metzl da wurden hier. Wie sie hier in die, in die Linie da gelaufen sind. So, los, hier noch. Schneller. Und was ist hier noch? Okay, egal. Noch die hier und dann war es das. Äh, ihr entkommt hier nicht mehr. Sehr gut, auch hier. Erfahrung gewonnen. Okay. Naja. Knapper Sieg. Keine Einheit verloren. Oh. Ich habe es nicht ganz geschafft, ihn aufzureiben. Okay, dann in der nächsten Runde. Eine Einheit hat überlebt. Ach, kaum mehr. Und hier so viel Schaden angerichtet. Kann ich wenigstens was bauen? Perfekt, den Hafen. Den baue ich mal. Mhm. Angriff. Also, muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich das jetzt überhaupt schaffen kann. Puh, locker. Tano, wie ist das? Okay, ich habe kein Geld mehr. Ich habe kein Geld mehr. Hier ist eine Schadenbeammer. Hm, aber erst nächste Runde. Also, das kann ich jetzt nicht machen, oder? 5 Sekunden. Ah, doch. Hier vielleicht. Wenn nicht, dass er dann wieder was rekrutiert. Nee. Egal, wenn es nicht packt, also wenn ich nichts so nicht automatisch machen kann, dann belagere ich einfach lang genug, bis hier die Truppen sich verringert haben. Weil das jetzt hier, dieses Belagungsgefecht zu schlagen, wäre halt schon sehr, sehr verlustreich, dadurch, dass ich jetzt hier auch schon so angeschlagenen Truppen habe. Weil also gerade hier meine Nachkampfinanterie ist halt sehr angeschlagen und ja, und das wäre halt jetzt nicht unbedingt so gut hier, die hier zu opfern, weil die jetzt halt auch schon nach einer Fahne gewonnen haben. Aber wenn er mich jetzt hier angreifen würde, aus der Stadt heraus, dann könnte ich ihn ganz gut abwehren. Genau, ich denke mal belagern, hoffen, dass er mich angreift, weil dann war es das für ihn. Ansonsten, drei, vier Runden. Sehr schön. Auf zu diesem Gefecht. Hier sehe ich einen Berg, den ich wahrscheinlich nicht rechtzeitig erklimmen kann, aber den hier, den könnte ich schon erklimmen. Das heißt, ich setze meine Truppen jetzt darauf ab, dass sie hier diesen Berg hier erklimmen. Und ich denke mal, da mache ich mal zwei rein. Ähm, eine weniger. Okay. Genau, ihr dahinter. Und hier der General, und hier geht hier an die Flanke. Okay, passt. So. Ja, sehr, sehr geil. So, geht hier mal schön hier auf den Berg. Mua. Ja, oder so. Ja, gefällt mir sehr gut. Sehr schön, er möchte hier nicht diesen Berg nutzen, das gefällt mir sehr gut, wenn er hier so in dieser Mulde da marschiert. Ja, dürfte eigentlich, äh, nicht so schwer werden. So, mal beschleunigen. Ach so, er hat hier irgendwas vor mit dem Berg. Aber mit dem Hügel ist schon ganz gut. Äh, da können nämlich hier die hinteren Reihen auch gleich schießen. Mal gucken, wie sieht's jetzt aus. Na, vielleicht doch so. Ja. Und hier lässt er seine Cavalry kommen. Das heißt, ich schicke auch die hier hin. Sehr gut. Die hinteren schießen auch. Oh, hier. Hier hat er was vor. Ich fürchte, euer General schwebt in großer Gefahr. Okay, wieso denn? Also hier, was hat er denn hier vor? Hier. Äh, geht wo mal da hin? Ja, läuft eigentlich ganz gut. Und Angriff. Ich schicke mal hier hin. Der möchte hier, äh, meinen General da erwischen. Aber, ne, 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 ne. Da bist du hier nur in den Selbstmord geritten. Und hier. Die stehen ja hier völlig nutzlos. Geht ihr mal so hin. Wo ist der hier? Okay, sieht sehr gut aus. Hier, das war's da. Hier könnt alle schön schießen. Hier sind die auch perfekt hier platziert. Ich denke, die fliehen auch gleich. Die sind ja so perfekt im Schussfeld. So, ihr geht mal auf den General hier. Und, äh, du bleibst mal hier. Ich möchte dich nicht verlieren. Ja, passt da los. Sehr schön. Alle Einheiten können schießen. Die fliehen. Sehr gut. Und, ähm, ähm, euer Triumph ist nah, mein Lord. Ich schicke mal so hin. Äh, nein. Ich möchte noch ganz, ein bisschen verfolgen. Weil, wenn ich jetzt hier möglichst viele Truppen noch besiege, dann war's das. Ja. Dann kann ich die Stadt gleich nehmen. Gerade hier, die haben hier Verluste erlitten. Hier in der Mitte. Na gut. Aber wenigstens keine Einheiten verloren. So, wie sieht's aus? Du bist hier. Wo bist du? Hier. Okay. Ähm. Egal, lass die mal. Geh mal hier hin. Und hier hin. Ja. Okay, die sind, äh, nicht mehr erreichbar. Aber hier. Komm, da musst du hier noch einige wegmachen. Hm. Na gut, passt. Bin noch. Schmänner noch ein bisschen. Okay. Bin. 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 guy. کか he temporarily erreichbar. Session, knapp als Sieg. Noa nicht ganz besiegt. Na gut. Jetzt hab a. und wenn ich jetzt irgendwas verliere vielleicht die katana aber die katana die haben ja nur eine erfahrung wir sind ja nicht so wertvoll ich tue ich mal weg ach egal passt schon ja komm belagerung abbrechen und zu mal hier die katana weg weil die würde ich ganz sicher verlieren und die hier vielleicht auch noch weg so jetzt aber ich denke es dürfte passen nein ok da muss ich noch mal eine runde warten also noch mal eine runde warten bleibt nichts anderes übrig und ja hier die tue ich mal weg die könnte ich vielleicht hier noch hinten disziplin stärken ok ich warte noch eine runde und der nächsten runde war es das dann da schade vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr truppen verfolgen können na gut hier aber jetzt hier geht es mal auch nach oben weil hier brauche ich ja keine also hier brauche ich keine armee mehr hier wäre vielleicht eine flotte gar nicht schlecht kann ich hier eine flotte rekrutieren nicht wirklich was ok wie geht man hier nach oben hier natürlich so standardmäßig was habe ich hier noch plus fünf prozent verstärkungsrate plus eins kommando dann nehme ich mal die verstärkungsrate genau hier unterstützt mal hier weil ich möchte ja dann hier mit diesen matsume möchte ich auch gerne krieg führen ok hier noch warten kann ich irgendwas bauen also rekrutieren möchte ich jetzt erstmal nichts hier den hafen nein das bringt mir nichts weil das schiff da ist ok steuern rauf dann ja das einzige was ich jetzt machen kann die frage wie lange wird das noch dauern ich hoffe dass ich jetzt keine hunden verliere weil ich dass die zielentwicklungsstufe so gering ist aber ich kann jetzt hier das machen weil er hier der verbündete hat ja die seite erobert sehr schön ok weiter sieben runden ich glaube das dürfte glaube ich ich hoffe dass es hingeht dass ich bis dahin dann die entwicklungsstufe 2 erreicht habe weil es wird schon bitter wenn ich jetzt hier runden verliere wo ich nichts forschen kann noch mal speichern so und jetzt automatisch sehr gut brauche ich nicht im moment habe ich genug generelle so jetzt aber noch mal speichern jetzt aber komplett ohne flosse egal hier diese nutzlosen sehr gut die sind alle sehr gut erfahren hier kann ich dann noch eine also hier kann ich halt die rekrutieren hier könnte ich die katana katschi das wäre nicht schlecht oder hier noch ja wobei dass ich möchte erst mal auf die wirtschaft setzen ne das möchte ich nicht ich möchte jetzt wirklich hier mal vorankommen mit der modernisierung ja dann baue ich doch mal hier dass ich hier ein bisschen vorankommen mit der modernisierung aber wenn ich jetzt hier eins mache dann geht es mit der modernisierung oder soll ich das hier abreißen ich glaube ich reiß das hier ab also ich muss jetzt hier wirklich mal vorankommen mit der modernisierung deswegen reiß ich das mal ab und tue hier mal diese gebäude da mit dieser maschinen und so weiter ok passt alles dann da passt alles ja weiter genau da habe ich keine andere wahl da muss ich wieder rekrutieren verdammt ich wollte eigentlich jetzt mal ein bisschen vorankommen mit dem gebäudebau aber das muss mich da verteidigen ich habe noch nicht mal mehr genug um mich jetzt hier hier das zu reparieren na gut dann weiter ja ja aber wenigstens habe ich jetzt mal diese gebäude die die modernisierung hemmel abgerissen ja nur noch vier runden dann und dann würde ich ja quasi runden verschwenden wenn ich jetzt hier nicht weiter forschen kann oh nein ähm brauche ich eigentlich nicht ich habe gesehen der hat hier eine große armee also ich auf jeden fall und hier baue ich mal heimwerke und hier nochmal rekrutieren oder hier das sieht schon bedrohlich aus also wie sieht es aus naja hier brauche ich jetzt erstmal nicht ganz schön das ist eine große armee ok ok jetzt hier erstmal hier noch die schicke ich dann dahin vielleicht kann ich die sabotieren und dann so ein bisschen einfacher machen es ist schon so ein zwei fronten krieg also unten nervte dann wieder auch die ganze zeit weil er hier irgendwelche gebäude zerstört und ich jetzt hier abwarten muss dass er mich angreift und oben habe ich im moment nicht genug truppen und hier mit den finanzen sieht mich wirklich nicht so gut aus aber hier hat sich wenigstens schon mal was getan was ist denn hier eigentlich der hatte aber hier ein zersplittertes reich okay aber mit dem kann ich auch handeln ja richtig mein freund ich werde hier mit dem auch kommt lasst uns tee trinken und reden wenn wir uns einig sind können wir uns anderen angenehmen dingen zuwenden das wäre sehr gut wenn jetzt hier edo vielleicht hier mal den krieg teilen würde ach der ist mit unserem verbündeten befeindet okay aber das ist nicht cool na egal die können sich hier gegenseitig bekämpfen ach so die sind ja für den kaiser hat er geht mir auf die nerven die der serios sei ich muss ja extra in wunde armee blassen nur für den da ich möchte eigentlich hier im norden vorankommen ich habe nicht genug geld zum rekrutieren wirtschaftlich nichts muss ich erst mal sparen vier runden okay weiter aber nervig hier macht er wieder alles kaputt das ist nicht cool und ich habe jetzt wirklich nicht die armee um sie zu besiegen also ich muss jetzt wirklich warten dass er jetzt hier angreift ich hoffe dass das tut das sieht das ist sehr gefährlich das sind zwar truppen die haben eine sehr sehr schwache moral aber aber die können unsere truppen hier in den nahkampf verwickeln und dann fallen die aus das ist sehr gefährlich also hier muss ich auf jeden fall noch rekrutieren ich habe vielleicht noch kann ich noch was machen mit den agenten ich hoffe dass jetzt dass in der nächsten runde da ok ist und ich dann jetzt hier nochmal zwei einheiten rekrutieren kann und dann vielleicht hier nochmal eine nahkampf also infanterie und dann passt dann kann ich mir zutrauen es ist echt blöd der hat mir jetzt wirklich die runde genommen ok nein dieses nervige schiff hier egal ich tue mal hier die heimwerke bauen wie teuer das ist 1000 ok das geht und hier nochmal eins verdammt also ich habe 4 8 12 16 17 4 8 12 16 18 ich brauche auf jeden fall brauche ich noch ja 23 einheiten sagen wir mal noch eine runde aber wenigstens hier die nagaoka weil wenn hier die edo so völlig nutzlose verbündete sind dann hier wenigstens hier dass die vielleicht hier uns die josai da hier vom hals schaffen können die josai die gehen mir richtig auf die nerven also wie die hier alles zerstören und ich habe einfach nicht genug truppenstärke um die zu besiegen also ich möchte da auch nichts mehr rekrutieren also wenn die die stadt angreifen dann kann ich sie verteidigen aber ja die plünderung muss ich halt einfach hinnehmen kann ich hier irgendwas machen ja aber mit ok also jetzt gerade im moment ist auch so eine kleine krise weil die uns hier ständig bombardieren und das ist nicht cool ich habe einfach noch keine flotte und gerade auch für so ein schiff wie hier da bräuchte ich eigentlich schon eine starke flotte jetzt wie er auch ganz netten nervt und unsere schiffe dort kaputt macht und so so aggressiv und nervig nimmt folgende provinz ein gott sei dank unser verbündeter wenigstens der hat uns was gebracht und endlich eine entwicklungsstufe aufstehen sehr gut jetzt haben wir auch noch mehr wohlstand ich möchte gerne was haben wir hier die forschungsrate möchte ich ganz gerne erhöhen bei den zivilen weil ich hierhin hier möchte das bringt mir viel das wäre zwar nur eine runde aber jetzt habe ich habe gerade den bonus ok hier noch eins ja ich denke in der nächsten runde traue ich mir zu weil es natürlich schon eine starke armee ist ich glaube ich rekrutiere noch mal hier aber wir haben ja sehr viel ich habe sehr viele erfahrene einhalten kann ich noch was reparieren das ist so unfassbar nervig sehr unglaublich und jetzt auch so teuer das zu reparieren ich habe kein schiff nicht zu verteidigen und das hier und da bin ich bin ich jetzt wirklich hilflos aber wenigstens diese josei da wenigstens der verbündete ist der mir die josei da weg macht das ist auch richtig richtig furchtbar katastrophe dieser josei wie der mir auf die nerven geht unfassbar na gut aber so ist ja wenigstens der anspruch ganz ok und jetzt kriege ich auch ganz gut geld dann weiter also mehr kann ich jetzt eh nicht machen die runde schön wäre wenn hier der mal angreifen würde mit seiner armee aber da tut sich gar nichts ok ist das scheiße wirklich die die provinz muss hier aufgeben die kann ich nicht retten was war es hier ne warte mal hier möchte ich in der nächsten runde habe ich hier drei sehr erfahrene herrmann sperrträger und dann denke ich kann ich mir zu tun gerade wenn ich jetzt hier noch mal ein attentat mache was ist hier noch mal truppen nötigen für 9000 ja ich habe keine andere wahl ich habe muss die provinz hier leider aufgeben also keine chance die ist halt einfach so nah am meer und innerhalb der schussreichweite ich habe keine flotte auch in nächster zeit nicht also erst irgendwie so in 20 30 runden aber jetzt auf jeden fall noch nicht gut ich denke mal dann gehe ich dann hier hin weiter ja hier passt alles weiter was so richtig nervig ist dass die us sei ein stadt nicht angreifen weil so komme ich halt einfach nicht dazu das wieder zu reparieren na gut das ist okay das kann ich auch wieder schnell wieder zurück erobern ja dann du mal hier na der die besseren möchte ich schon mitnehmen okay dann habe ich jetzt mal die zeit hier meinen attentat zu machen ja 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 mal ja gut nein ah sehr perfekt mache ich mal hier schön ok wie geht es voran vielleicht verschwindet die flotte mal ich hoffe dass die mal hier was machen hier die nagaoka diese us sei die die mir richtig auf die nerven also wenn die mal weg wären dass ich mal hier im süden ruhe hätte das wäre schon sehr angenehm weil könnte ich mich hier bequem auf die norden konzentrieren ok sehr gut noch drei rum Ja, muss ich leider hinnehmen. Ja, wir haben uns verloren. Okay, wenigstens mal Sommer. Okay. Äh, marschieren wir mal hier hin. Okay, unsere Truppen sind, äh, aufgestockt. Und dann kann ich jetzt hier nochmal... Ne, warte mal, warte mal. Ich möchte bauen. Ja. Was kann ich denn bauen? Ah, dafür habe ich nicht genug Geld. Hier macht sie mir das alles kaputt. Hier könnte ich bauen. Ja, das mache ich noch. Perfekt. Gut, dann kriege ich hier nochmal ein bisschen mehr Einkommen. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt hier... Okay, passt. Ähm, dann habe ich auch nicht mehr genug Gold hier. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Nächste Runde. Dann das große Gefecht. Und habe die nächste Runde. Also der Parktier, der macht hier gar nichts. Es wäre ganz schön, wenn er mich vielleicht mal angreifen würde. Hat er nicht vor. Ah, doch. Sehr gut. Perfekt. Super. Ähm. Oh, das... Also da... Dadurch, dass es mich hier gerade so bevorteilt... Und ich jetzt gerade gespeichert habe, möchte ich es einfach mal automatisch versuchen. Vielleicht, äh... Ist es ja besser. Sehr schön. Kein einziger... Verlust. Hier nochmal mit General aufgeschrieben. Ah, wieder. Wieder, wieder so eine nervige Sache. Ich glaube, ich habe im Moment keinen einzigen unversehrten Hafen. Ja, ich glaube nicht einen. Äh, geh du mal hier hin. Ja, du auch. Ja. Sehr schön. So, dann erober ich hier nochmal die Provinz wieder zurück. Und wenn ich diese Provinz dann zurückerobert habe, dann segle ich hier gleich nach Norden. Hier, das kann ich jetzt reparieren. Nein. Oh, das wäre sehr schön, wenn der jetzt hier mal angreifen würde. Ja. Warte mal. Also, ich... Kann ich hier noch etwas rekrutieren? Nein, ich habe gar nicht genug Geld. Okay. Sehr schön. Sehr gut. Und... Der Norden Japan gehört schon bei mir. Hier nochmal. Und dann kann ich dann in der nächsten Runde... Kann ich da noch weiter bauen und hier nochmal... Und ab in der nächsten Runde bekomme ich dann auch mehr Steuern und plus zwei Runde Wirtschaft zurück. Ja. So, jetzt aber Angriff. Ja, sehr schön. Endlich diese Nervensäge hier besiegen. Nein! Wieso? Warte mal. Vielleicht stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Ja, wann willst du denn hier angreifen? Oh Mann. Verdammt. Okay, ich repariere das mal hier. Dann baue ich hier das Gasthaus. Hier kann ich schon mal reparieren. Okay. Hier weiter. Warte mal erst mal mit dem hier. Okay. In zwei Runden gehört der auch wieder mir. So, was mache ich jetzt? Handelshafen und... Ja... Warnstation. Ja, ich gehe erstmal hier hin. Okay. Ne, das bringt mir nix. Minus 10 für die Baukosten. Ist nicht schlecht. Ich mache erstmal das hier. Okay. Okay. Ja, was rekrutieren möchte ich nicht. Hier denke ich mal, passt das, wenn ich das jetzt erstmal alles repariere. Nein. Boah, wie teuer. Was ist da denn los? Okay. Was ist da denn los? Okay. Ja, weiter. Ich hoffe, dass die Nagaoka hier auch nochmal ein bisschen vorankommen. Mit den Josai. Und die Josai haben mich jetzt nicht angegriffen. Das ist sehr schlecht. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Also, ich kann die Josai nicht besiegen als Angreifer. Ich hoffe, dass die mich jetzt dann angreifen. Okay. Okay. Also, ich muss die Josai besiegen, fordert mein Clan. Wie viel kann er aushalten? Eine Hunde. Wie meinst du den Schloss? Nee, nee. Ich musste warten. Oh, Mann, ey. Was heißt denn eine Runde bis zur Kapitulation? Egal. Hier möchte ich eh nochmal zurück. Das ist ein gutes Stück. Das ist gar nicht. Ich weiß nicht, wie es ist. Wie ist das denn? Du bist doch nicht. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Ähm. Wie kommt die? Ja, geh mal weg. Wie kommt die Hunde? Ja, geh mal weg. Na gut, weiter. Wie mich die Schiffe hier auf die Nerven gehen, unfassbar. Wenn ich das jetzt erobert habe, dann wieder schnell zurück und dann segle ich hier ganz schnell nach oben, dass ich hier endlich mal die Ruhe bekomme. Hä, was heißt denn Kapitulat schon kurz bevor? Boah, wieso greift der mich nicht an? Das ist doch unfassbar, das ist glaube ich noch nie passiert, dass ein Gegner mich so lange belagert hat, dass ich... Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt wirklich so ist, dass ich gezwungen sein werde, zu kapitulieren. Gehen wir wieder zurück. Ne, warte mal, hier baue ich erst mal gar nichts mehr. Reparator. Ne, warte mal. Machen wir hier mal den Vronhof. Okay. Aufwiegeln. Natürlich mal aufwiegeln. Also eine starke Rebellenarmee. Egal. Wenigstens sind wir nochmal aufgestiegen. So, was hat er jetzt hier? Plus Eins, Hingabe beim Anzetteln von Revolten. Okay, das klingt nicht schlecht. Und hier. Ja. Okay, möchte ich jetzt hier hingehen? Minus fünf Prozent Kosten. Plus Eins, Anzetteln von Revolten. Minus vier Zufriedenheit. Okay. Was nehme ich denn? Fluchtchancen. Das könnte ich noch machen. Ja, nehme ich mal das. Und... Ja, das wäre auch nicht schlecht. Fünf Prozent Erfolgschancen. Ne, warte, dann nehme ich mal hier noch. Ja. Okay. Äh, du gehst mal hier hin. Okay. Ach, hier noch. Boah, nervig. Jetzt muss ich hier noch nach Süden oder was. Und den hier auch nochmal besiegen. Das ist nicht cool. Na gut. Okay, äh... Speichern. So, jetzt ist die Frage. Was hat jetzt dieser nervige Gegner hier vor? Ich tue jetzt einfach mal... Die nächste Runde wählen. Und wenn es zu einem Gefecht kommt... Okay. Ansonsten muss ich einfach versuchen, den zu besiegen. Ich hoffe, Angriff. Nein! Okay. Laden. Also, es ist mir noch nie passiert, dass ein Gegner mich so lange belagert hat, dass die Stadt kapituliert. Und deswegen... Es ist halt ein bisschen blöd, dass ich ihn jetzt jetzt angreife, wo meine Truppen ja schon geschwächt sind. Weil, wenn ich jetzt hier nochmal hingucke... Es sind ja 150 Einheiten und hier habe ich jetzt nur noch 130. Aber ich habe keine andere Wahl, ich muss ihn jetzt angreifen. Ich habe keine Wahl, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffen kann. Ich muss einfach versuchen. Auch vor allem, ich habe ja auch keinen erfahrenen Einheiten. Okay. Also jetzt zu dem... ...schwersten Gefecht. Erstmal. Und zwar muss ich mir jetzt überlegen, wie ich das jetzt mache. Okay. Ich kann darauf hoffen, dass er vielleicht mich angreifen wird. Deswegen tue ich mal die Truppen da in den Wald. Na, vielleicht eins weniger. Okay. Äh, geh du mal hier hin. Habe ich sie alle? Okay. Okay. Okay, die sind nicht versteckt. Jetzt aber. Okay. Also ich hoffe, dass er angreift. Sollen sie doch versuchen, gegen euch standzuhalten, General! Okay, sehr schön. Also ich mache jetzt folgendes. Wenn er angreift, gehe ich mit den Truppen hier so nach rechts, um hier die Linie noch länger zu ziehen. Okay. Aber wenigstens sagt sie einigermaßen 40%, aber das wird jetzt nicht so einfach. Das wird schwer. Vor allem, er hat jetzt hier auch noch so richtig nervige Yari-Ki und hier so viele Kavallerie-Einheiten. Okay, aber die Holzkanonen, die sind auf jeden Fall außerhalb der Reichweite. Oh Mann, und jetzt auch noch dieses nervige Warten. Okay. Also hier das mit der Kavallerie, das ist natürlich nicht so cool. Aber hier... Hier kann ich doch... Ne, warte mal, das warte ich mir noch. Okay, schneller. Das wäre jetzt gar nicht so einfach. Vor allem diese ganzen Kavallerie-Einheiten. Die sind wirklich... Das ist eine Bedrohung. Weil die haben jetzt ja auch nicht so hohe Moral. Und dann, wenn die dann flankieren oder so, dann sieht es schlecht aus. Boah, wie nervig. Das ist... Dauert ewig. Können die mal ein bisschen schneller. Das ist halt das Problem am Anfang. Wenn man dann... Am Ende hat man ja Kanonen, dann kann man die hier schon so richtig zerschießen. Und das Problem ist halt, dass hier auch natürlich keine Flottenunterstützung... möglich ist. Okay. Äh, warte mal. Okay. Angriff. Und hier? Ihr geht mal... hier hin. Und ihr geht... hier hin. Und ihr geht... hier hin. ein bisschen nach vorne. Oah, ich weiß es nicht. versteckten einheiten entdeckt angriff hier auch noch mal verdammt es läuft nicht gut hier fliehen ja schon welche auch noch so sogar noch unsere also die garnition also eine der besten und hier auch katastrophe motivieren was sieht ganz schlecht aus meine güte das ist schon verloren kann ich gleich beenden also ich versuche jetzt noch mal indem ich mich gleich übersichtlich aufstelle weil okay jetzt bin ich hier im wald aber die truppen die sind einfach zusammengeballt und von links und rechts werde ich dann flankiert dann fliehen die alle und ich habe selbst auch nicht so genau den überblick wo irgendwas ist und so weiter deswegen stelle ich mich einfach immer übersichtlich auf und probiere es jetzt noch mal also noch mal so ist hier ein hügel okay also ich stelle mich jetzt auf breiter linie auf genau du bleibst mal hier ihr geht mal eins nach hinten und ihr stellt euch mal hier hin okay das ist viel übersichtlicher mal schauen ob es jetzt klappt ich habe hier sogar noch ein paar versteckte dreht euch mal schneller dieses ewige warten dass mal die hier vorankommen das ist halt auch so richtig nervig bei gerade bei solchen knappen gefechten wo es halt wirklich so richtig heftig knapp ist also so kleinigkeiten einfach ausschlaggebend sind hier hat hier sogar katana katschi das ist natürlich richtig richtig übel für die moral unserer truppen vielleicht kann ich hier noch ein bisschen nach rechts so nicht drehen okay hier hat ja schon mal was vor mit den pferden warte mal hier hat irgendwas vor hatte ich die mal so positionieren und den schicke ich mal hier hin und euch schicke ich mal auch so los äh ihr geht auch mal so ja hier ran okay sehr gut die pferde können sie gut treffen und hier gebrochen sehr schön hier angriff und wenigstens ist rechts nichts äh geht immer so hin oder so oder so so hier nochmal wo ist angriff wo ist angriff äh so äh so äh so rauf hier hier ja gut äh geht mal nach hinten motivieren bitte ja ne warte okay ne warte ne 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 hier drauf nein äh und ihr geht so von hinten äh ihr geht mal hier hin angriff mein lord ich fürchte euer general schwebt in großer gefahr okay einheiten fliehen äh was eine katastrophe ist aber hier kann ich nochmal motivieren ähm hier geht mal so hin und ihr angriff die fliehen das passt ihr sehr gut äh sammel warte mal warte mal ähm so sehr schön ne katana also hier general flieht ne warte mal die sind ja am fliehen verdammt egal geht immer hier hin hier passt hier passt hier passt Feuer frei angriff und hier hinten so noch mal pausieren huuuu sieht gut aus okay die frage ist äh sind die hier wankend die sind besorgt egal aber hier ist alles gedeckt dann flankiere ich dir von hinten und das war's dann genau geht ihr hier hin los hier läuft es sehr gut passt äh ihr geht hinter äh so passt jetzt hier geht's schön da nach hinten ja äh perfekt angriff los hier da hinten angreifen perfekt ja perfekt ja perfekt und jetzt weg hier nicht dass ich hier noch von meinen eigenen äh schützen da und hier drauf eine einheit flieht vom schlachtfeld mein lord huuuu sehr geil boah das ist jetzt nicht so einfach gewesen auf jeden fall das ist jetzt nicht so einfach gewesen okay wo ist denn überhaupt noch was ach hier standhaft ach verdammt der general der ist jetzt weg na gut ist halt so hier stellt euch mal so hin ähm alle verbleibenden truppen stellen sich mal also geh mal aus der formation und ja geht doch mal weg hier raus da eine einheit flieht vom schlachtfeld mein lord äh das möchte ich jetzt nicht noch verlieren wo ich jetzt so ganz gut vorangekommen bin ihr kämpft hier gegen die linieninfatrie das ist sehr gut und das ist nicht gut hier läuft es nicht gut ähm hier ihr geht nochmal hier hin ihr geht so hin ja und zwar ja die fliehen auch äh geht ihr hier hin so und so 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 und so verdammt der general ist verloren gegangen das ist scheiße das könnte das könnte es halt wieder so richtig knapp machen so äh äh so so was ist denn hier äh ihr geht mal hier hin Ok, die Bienen, sehr gut, der geht immer hin, das möchte ich jetzt nicht noch verlieren. Hier sind standhaft Luntenschloss Katschi, die sind aber hier draufgängerisch. Oh, sehr gut. So, schießt hier alles noch zu Ende. Gefecht Ben, weil ich habe jetzt ja keine Kavallerie mehr zum verfolgen. Okay, ich war jetzt schon richtig, richtig in Sorge, dass hier die Kampagne für mich verloren ist. Weil, wenn ich dies jetzt verloren hätte, wäre es wirklich, wirklich schwer geworden. Weil ich hätte dann hier die große Armee, hätte ich hier nach Süden ziehen müssen, um hier mich zu verteidigen. Nicht nur, also nicht nur um das hier zurück zu erobern, sondern auch einfach um mich zu verteidigen. Und dann hätte es wieder ewig lang sich hingezogen. Und das ist wirklich richtig, richtig glücklich, dass ich das jetzt geschafft habe. Und sogar ohne Verluste. Und hier, alle Truppen sind, haben an Erfahrung gewonnen. Also absolut super, absolut super. Und plus zwei Moral für zwölf Runden. Das heißt, hier kann ich dann auch, sollte ich innerhalb von zwölf Runden auf jeden Fall dann hier hinsegeln. Und natürlich hier verfolgen und zu Ende bringen. Sehr schön, sehr schön. Okay, ich denke, das war es jetzt. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier noch so große Armeen hat. Nagaoka, denke ich mal, packt den. Und hier hoffe ich einfach mal, dass der dann hier Richtung Stadt marschiert, dass ich ihn in der Scherbe siegen kann. Ah, er ist schon wieder aufgestiegen. Cool. Das möchte ich machen, oder? Plus eins Moral, genau. Flüstfeindlichen Einheit Angst sein, das möchte ich. Also hier. Und den einspar ich. Genau. Jetzt haben wir hier noch. Plus fünf Prozent pro Steuerung in Provinzen, wo sich der Mann befindet. Plus eins Moral. Plus fünf Prozent Besteuerung ist richtig super. Okay, kann ich nichts mehr machen. Finanzen. Sieht okay aus. Hier passt Diplomatie noch irgendwas. Auch nichts. Dann weiter. Das war jetzt richtig geil, dass ich das geschafft habe. Und ich denke, mit den Josai das war's jetzt. Ja, es ist noch diese eine scheiß Armee, die mich wirklich hier nervt und die noch alles kaputt macht. Aber die mache ich schnell weg. Und ich denke, das war's damit, den Josai. Es sind genug mutige Männer gefunden. Okay. muss ich hinnehmen. Kann ich ja auch jetzt in der nächsten Runde schnell wieder zurückerobern. Provinz verloren. Ja, egal. Fast. Schnell hier zurückerobern. Was? Na gut, egal. Äh, wurscht. Warte mal, was hat er denn hier vor? Ja, hat er jetzt hier diese mega krasse Rebellenarmee besiegt oder was? Nee, kann nicht sein. Unser Verbündeter hier, der hat hier die Schiffe vertrieben oder so, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall sind jetzt die Schiffe mal verschwunden, das ist sehr gut. Oh, das ist nicht cool. Wie viele Runden? Drei Runden? Na gut. Kannst du den hier töten? Mach das mal. Achso, die reichen nicht aus. Aber du vielleicht. Nee, du hast auch nicht genug Bewegungsreichweite mehr. Vielleicht greift er mich auch an oder so, dann... Kann ich auch mal ein Gefecht nochmal spielen mit den Bogenkatschi, ist auch nicht schlecht. So, mach mal den hier weg da. Was kostet mich das wieder? Okay, nicht mal lassen. Gott sei Dank, die ganzen feindlichen Schiffe sind jetzt mal weg. Richtig, richtig Glück. Jetzt ist wirklich mal wieder, dass es aufwärts geht. Ja, ich habe jetzt richtig, richtig toll Steuernahmen. Die ganzen Schiffe sind weg. Und ich kann jetzt hier in Ruhe meine Eroberung fortsetzen. Hier passt alles. Ja, ist nochmal wieder Zeit zum Speichern. So, dann ab in die nächste Runde. Die Edo, die haben auf jeden Fall ein sehr, sehr zersplittertes Gebiet jetzt. Und die Nagaoka, die sind ja richtig, richtig erfolgreich gegen die Edo. Was die da alles schon erobert haben. Also die Nagaoka, die orientieren sich jetzt erstmal nur an den Shogunath-Trollen. Kabuka, wenn du das an... Nein, 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 möchte ich nicht. Nein, ich möchte die Stadt erobern. Auf keinen Fall. Okay, die Rebellen haben es geschafft, sehr gut. Unser Shinobi wurde entdeckt. Egal. Wie sieht es jetzt aus? Okay. Ja. Geil. Ich möchte hier nicht so große Verluste hinnehmen. 75, äh, 47 kann ich mir leisten. Sehr gut. Ähm, okay, passt. Okay, ist sehr schön. Das kann ich dann auch schnell wieder zurückerobern. Ist ja jetzt nicht, ist jetzt nicht so eine starke Armee. Natürlich hier die Kavallerie, ist schon ein bisschen blöd, aber hier, also für die Armee passt's. Sofern die halt nicht so viele Verluste, deswegen möchte ich eben, dass die nicht so viele Verluste erleiden, weil die ja auch erfahren sind. Also dadurch sehr wertvoll. Und, ja. Jetzt geh mal durch hier. So. Ido. Sag mal, kannst du hier mal... Ido, was ist los? Na Gott sei Dank. Sehr schön. Jetzt bist du auch mal befeindet mit denen. Und die sind jetzt mit allen befeindet. Ne, ne, nur nicht. Aber wenigstens haben die keinen militärischen Zugang mehr. Das heißt, ich habe jetzt endlich meine Ruhe. Ich kann jetzt auch die Truppen, kann ich jetzt auch eigentlich hier nach oben schicken. Wobei... Ne, die lasse ich mal hier. Also ich kann sie auf jeden Fall reduzieren. Die kosten mir ja auch viel Geld. Und ich reduziere die mal. Die erfahrensten lasse ich mal. Und die schicke ich alle mal weg. Weil ich brauche hier keine Großherrn mehr. Hier hat sich es erledigt. Hier glaube ich von den USA, da kommt nichts mehr. Kann ich hier Steuern sparen. Hier das repariere ich nochmal. Und Seideweberall. Sehr gut. Okay. Das muss noch warten. Okay. Hier noch zwei Runden. Wieder normalisieren. Okay. Geh du mal so. Ne, warte mal. So. Und weiter. Also hier habe ich halt einfach durch die Rebellionen habe ich hier einfach so viele Provinzen wieder verloren. Und auch eigentlich ziemlich unnötig. Aber ich war halt so unter Druck. Durch die Durch diese ganzen Schiffe da. Die sie mal zerstört haben. Möchte ich automatisch runter. Na gut. Okay. Nochmal laden. Und selber machen. Also. Ein spannendes Gefecht mit Bogen Katschi und vier Generälen. Okay. Jetzt sehe ich ja auch warum es so ist, dass eben wir jetzt nicht im Übermachtvorteil sind. Wegen dem Gelände hier. Ich denke, ich platziere mich hier bei diesem Feld hier. Und Seid bereit, den Feind abzuwehren, mein Lord. Ja. Machen wir so. Lauft erst mal hier in so einer Linie hin. Und dann überlege ich mir, wie ich jetzt die Einheiten genau positioniere. Und zwar ist es hier so, dass die Bogen Katschi eine viel größere Reichweite haben als meine Schützeninfanterie. Aber wenn ich jetzt meine Schützeninfanterie nahe heranbringe, dann werden die einfach niedergeschossen. Okay. Geht ihr mal hier hin? Weiter, ich mach mal so. Ja, so geht's schneller und effektiver. Platziert euch mal so. In einer Linie. Okay. Herban Garnisoninfanterie. Und hier, da mach ich mal so ein Knick. So. Und hier genauso. Hier mach ich auch mal ein Knick. Und hier geht wir hier weiter ein bisschen nach vorne. Und hier auch. Okay. Top. Aufstellung. Ich glaube, der Gegner hat keine Chance. Er wird hier gleich niedergemäht. Und dann hab ich so schnell erledigt. Hier. Weiter nach vorne. Hier noch weiter nach vorne. Und hier geht's so hin. Völlig einkreisend. Ne, warte mal. Wo hat er denn die Bogenschützen? Hier. Ja, aber die machen so gut wie keinen Schaden. Gute Nachrichten, mein Mann. Der feindliche General ist tot. Die sind nur bei Belagerungen hilfreich. Weil die einfach eine höhere Reichweite haben. Da kann man dann von der Entfernung mit Pfeil und Bogen die ganzen also die ganzen Schützen dann wegschießen. Und hier hat er was vor. Deswegen unterstütze ich hier noch. Ja, hier drauf. Und ihr geht mal da zurück. Hier genauso. Na, keine Chance. Hier schießt auf den General. Ach, Gott. Bitte mal. Hier sind aber ganz schön viele gefallen. Ja, geht ihr mal so hin und schießt mal auf den General. Okay, das passt so. Ihr General ist gefallen. Was ist denn jetzt überhaupt noch zu machen? Ja, hier nix. Ja, hier die da noch. Mein Lord, ich fürchte euer General schwebt in großer Gefahr. Okay, das war's. Dann hier noch ein bisschen nach vorne. Hier geht auch mal weiter nach vorne. Ja, geht mal weiter da. Ja, okay, ich denke, das war's. Hier, verfolgen. Egal, geht einfach mal hier hinten hin. Der Sieg ist sicher, mein Lord. So. Was hat er denn hier noch? Was ist hier noch zu tun? Ja, geh mal hier hin. Nein, nein, nein. Ich möchte hier noch verfolgen. Und hier. Die sind aber ganz schön angeschlagen. Die hat's ganz schön erwischt. durch den General. Der hat hier ganz schön viele besiegt. Also hier der General. Genau. Warte mal, geh du mal da hin. Okay. Mit dem war's. Aber hier möchte ich auf jeden Fall noch ein paar verfolgen. Schneller. So, und hier noch. Und hier noch. Okay, was ist hier noch? Ich weiß jetzt nicht, was daran so knapp gewesen sein soll. Keine Ahnung. Also für mich war das jetzt eigentlich eine vernichtende Niederlage. Ja, für den Gegner. Oh Mann, die ist ja alles kaputt. Ich habe es nicht mehr genug Geld. Äh, du marschierst mal hier weiter. sehr gut. Ja, da habe ich nicht mehr genug. Okay, wenn ich das jetzt habe, dann segle ich hier gleich weiter. Also das nehme ich mir auf jeden Fall vor. Und was ist denn hier jetzt? Warte mal. Oh Gott, so dank. Eine Runde noch. Dann kann ich den Handelshafen bauen und habe auch noch bessere diplomatische Beziehungen. Weiter. Also bisher kann ich ja überhaupt gar keine Schiffe vernünftig rekrutieren. Und wenn ich dann den Handelshafen habe, dann kann ich dann einigermaßen vernünftige Schiffe bauen. Und ja, dann könnte ich mir noch überlegen, ob ich noch einen Militärhafen baue. Weil nur mit dem Militärhafen kann man ja die gepanzerten Schiffe bauen. Aber mit dem Handelshafen kann man eigentlich schon mal die vernünftigen Schiffe auf jeden Fall. Wo man sich ja zumindest ein bisschen verteidigen kann. Also jetzt bin ich ja völlig hilflos. Ja, also bei der bleibe ich. Ne, Militärhafen nicht. Möchte ich überhaupt? Wo möchte ich? Ich baue hier den Militärhafen. Hier baue ich ihn. Und hier. Ich baue auf beiden Seiten Militärhafen. Ah, ich denke hier vielleicht. Hier baue ich einen Militärhafen. Und hier. Genau. Ähm, ne, das bringt mir wirtschaftlich nichts. Das bringt mir auch nichts. Hier. Seitenweberrei. Genau, das passt perfekt. Kann ich noch was reparieren? Sehr schön, jetzt habe ich mich hier repariert. Und weiter. Ne, du gehst da mal weg. Also wer sich hier halt... Oh Mann. Ja, kannst du hier auch sich hier entstellen. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Hier passt. Genau das möchte ich. Dann kann ich schnell ein... Zumindest ein vernünftiges Schiff bauen, um mich minimal selbst zu verteidigen. Dann bin ich ja völlig hilflos. Und dann denke ich mal, gehe ich dann... Ne, warte, ich... Oder na... Oder hier wäre auch nicht schlecht. Die Frage... Ne, warte, ich... Ich mache jetzt... Was soll ich das jetzt überhaupt machen? Na, Bahnstation wäre nicht schlecht. Ja, mache ich das mal. Genau. Das ist noch zu teuer. Was kostet mich das? 1000. Na gut. Du gehst mal auf normal. Okay. Ja, tue ich mal hier die Steuern weg. Ja, mehr kann ich jetzt nicht machen. Dann weiter. Okay. Aber wenigstens hier der... Friedenvertrag. Ja. Ein Ende des Krieges. Sehr geil. Die Nabaoka... Haben jetzt mal hier ordentlich aufgeräumt. Und... Ja, ich habe jetzt endlich meine Ruhe hier im Süden. Der Icarus-Vorfall. Nagasaki. Und die Verantwortlichen bestraft. Wir können nicht... Für die Konsequenzen ausländischer Indiskretion zur Rechenschaft gezogen werden. Ganz gleich, wie schwerwiegend diese war. Okay, wenn ich das jetzt zahle, dann habe ich jetzt diese Runde nichts zum Ausgeben. Aber... So einen Handelshafen mit den Briten möchte ich mir auf jeden Fall nicht verbauen. Und deswegen entschädigen. Warte mal, geht das schon in diese Runde? Perfekt. Perfekt. Die sind alle geschwächt. Oh Gott sei Dank sind die alle geschwächt durch diese Rebellen. Also durch den... Durch diesen... Durch das Gefecht. Sehr gut. Kein einziger Verlust. Friedlich besetzen. Wir sind jetzt prominent. Das heißt, wir können noch einen besseren Rad benennen. Und du gehst mal da in die Stadt. Okay. Ja, diese Runde kann ich auch nichts mehr machen. Kann ich jetzt hier nochmal was reparieren? Oh, gar nichts. Das ist ja super. Na gut. Also in der nächsten Runde hier natürlich noch alles reparieren, was zu reparieren ist. Okay. Und dann segle ich hier gleich nach oben. Die Agenten habe ich auch hier. Ja, ihr geht schon mal hier zum Hafen. Ja. Sehr gut. Und wir sind jetzt bemerkt. Das heißt, wir können jetzt ein Rad benennen. Und zwar überlege ich mir, ob ich das mache. Plus zwei Wette. Ähm. Plus zwei Städte Wachstum per Runde in dieser Provinz. Plus drei Prozent auf die Besteuerung in Provinzen, in denen dieser Mann sich aufhält. Und hier hätten wir auch plus drei. Sehr gut. Und hier hätten wir auch plus drei. Sehr gut. Dann... Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt keine Schusswaffen Leibgarde habe für die Generäle. Also waren die dann immer mit Schusswaffen bewaffnet. Und hier möchte ich auf jeden Fall dann ausbauen und dass ich hier Artillerie. Und hier baue ich dann den europäischen Handelshafen, wenn ich den hier bauen kann. Gut. Das war's dann schon wieder. Weiter. Also die Nagaoka, die haben sie auf jeden Fall hier gut durchgearbeitet. Ich muss jetzt auch nochmal gleich gucken nach den Nagaoka, dass ich da auch wirklich mit denen mich gut stelle. Da schaue ich gleich mal in die diplomatischen Beziehungen, weil ich möchte wirklich ein gutes Verhältnis haben mit denen. Plus 219. Gleiches Bündnis. Handelsabkommen. Clan verlangt Respekt. Meteorisches Bündnis. Kriegserklärung an Verbündeten. Das ist ein bisschen negativ. Gemeinsamer Feind. Und ja, also beste Beziehungen. Besser geht's nicht. Und hier ist schon alles. Und der gesamte Süden gehört dem Kaiser. Das ist natürlich nicht cool. Aber so ist das halt. Und da könnte ich vielleicht mir überlegen, ob ich mit denen hier noch mich besser verbünde. Aber ich stehe eigentlich ganz gut mit denen. Nagao-Yu-Yu. Hier mit denen könnte ich mich noch ein bisschen besser stellen. Ihr seid stehen. Egal. Passt schon. Egal. Passt schon. Egal. Stell dich mal hier hin. Und ihr geht mal alle da in die Armee. Ja. So. Bleib mal hier stehen. Und hier rekrutiere ich ein Schiff. Wieso kann ich nichts rekrutieren? Nicht möglich. Wieso nicht? Weil hier alles beschädigt wird. Oder wie? Kann ich nicht reparieren? Hier aber. Okay. Sehr gut. Jetzt konnte ich mal alles reparieren. Oh, was haben die denn für Probleme? Was geht denn ab? Was hat der denn vor? Wo will der landen? Hier doch nicht, oder? Der hat hier wirklich was vor. Jetzt sehe ich es. Das ist gar nicht so eine kleine... Das ist eine richtig, richtig große Armee. Okay. Okay. Hat der jetzt vor hier zu landen? Oder hier? Okay. Das war doch ein Fehler, dass ich jetzt hier alles weggetan habe. Das heißt, ich muss jetzt wieder in der nächsten Runde wieder rekrutieren. Das heißt, ich muss jetzt wieder in der nächsten Runde wieder treffen. Wirst du mal da wieder hingehen? Ohhhh. Okay. Bringt nix. Was geht denn? Ohhhh nein! Verdammt! oh nein jetzt denke ich eigentlich schon fast schon wieder danach darüber nachzuladen ach so okay ich habe jetzt der nächste mal alles repariert und dann denke ich mal wird schon gut gut gehen okay weiter also auf jeden fall tut mich hier die flotte beunruhigen und blödes dass ich jetzt diese runde kein schiff rekrutieren konnte also das hätte ich jetzt gleich nach norden siegen okay muss ich gleich mal gucken was hat was er hier vor hat mit der flotte hier rekrutieren ja ah verdammt da habe ich wieder nicht genug geld um hier eine flotte zurück warte mal ich möchte hier auf jeden fall ein schiff rekrutieren hier dieses billige da das passt schon ok und du bist voll oder ja wieder zurück ok für mehr habe ich jetzt sowieso kein geld dann wieder hier steuern drauf was immer wie sieht es jetzt aus sehr gut noch zwei rum dann warte hier ist was erschienen Matsuyama was sind das für welche ok ok passt alles dann weiter hier steuern passen ja ich hoffe dass er hier in der unteren landet und nicht in der oberen weil das wäre dann schon ein bisschen blöd dass wir hier nicht so blöd rum marschiert weil ich habe gesehen der hat ja eine richtig große flotte da invasionstruppen land nein brauche ich nicht aber es geht ok ok ja hier rekrutieren mal ähm nein reparieren hier wieder beruhigen hier wieder beruhigen und hier ja ja das bringt mir gar nichts egal passt dann habe ich hier wenigstens äh kann ich hier wenigstens äh steuern noch lassen so speichern und dann schicke ich die truppen da nach oben das ist jetzt zwar keine große armee hat auch keine kanonen was schon sehr deutlicher nachteil ist aber er hat jetzt hier seine große armee hier nach unten geschickt und ich habe jetzt die Möglichkeit vermutlich hier meine truppen ohne dass sie jetzt auf eine große armee stoßen hier hinzuschicken also wenigstens ich sehe hier keine flotte also ich hoffe dass ich jetzt nicht überrascht werde hier habe ich rekrutiert ich hoffe er zieht hier zu meiner hauptprovinz und nicht dass er die provinz der hier einnimmt unsere provinz wird bombardiert sehr gut dann habe ich jetzt hier nochmal die möglichkeit zu rekrutieren ok also das nächste mal mache ich es auf jeden fall auch wieder so also dass ich die truppen lasse weil hier angreifen ok in der nächsten runde ja gut hier alles unbesetzt unten habe ich dann auch genug truppen um die hier zu besiegen also ich denke mal in der übernächsten runde dürfte es dann passen sehr schön dass er hier das nicht angegriffen hat wenn er hier den hafen bombardiert na gut muss ich hinnehmen eine runde noch steuern rauf und weiter in der nächsten runde habe ich dann auch so viel gold dass ich dann auch noch mal wieder einen bauernhof oder sowas ausbauen kann auf jeden fall plus 5000 jetzt im winter ist auf jeden fall schon mal nicht schlecht unsere provinz wurde bombardiert ok 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 diese nervige flotte unfassbar nervig und militär machen wir hier den handelshafen sechs runde wobei der könnte der zerstört werden ne passt hier möchte ich auf jeden fall den hier den hafen warte mal ermöglicht ermöglicht genau ja hier möchte ich gerne diesen ausländischen handelshafen haben und hier wurde wo ich gerade bombardiert werde da mache ich dann den militärhafen ja ich bin sie gezwungen wieder alles zu reparieren weil ansonsten wird halt meine beliebtheit zu gering aber hier ist halt wenigstens ein lichtblick dass ich hier vorankomme oh nein das bringt mir nichts weg damit ja mache ich ok ich kann jetzt zwar keine armstrong kanonen bauen aber per parod also auf jeden fall kanonen sind auf jeden fall sehr sehr gut deswegen und hier habe ich auch noch sogar vergünstigung sehr schön ne habe ich sonst noch vergünstigung ne warte mal wenn ich jetzt habe ne soll ich das lassen ne ich reiß das ab ich lasse es jetzt erstmal für eine runde na auf der anderen Seite ne ich lasse es nicht weg da nicht ne weil es auch minus eins auf zufriedenheit gibt genau so und ihr agenten geht mal geht mal ja hier ok hier marschiert dann auch gleich weiter da ist halt blöd dass ich das jetzt nicht reparieren kann das verzögert sich wieder dann um eine runde und ich habe jetzt auch nicht genug geld um hier nochmal zu rekrutieren wobei es jetzt gerade nochmal notwendig wäre das lasse ich mal weg und weil ich muss hier auf jeden fall nochmal rekrutieren ja hier muss ich nochmal rekrutieren und hier habe ich dann nochmal genug um hier das zu reparieren ach verdammt habe ich das jetzt eine runde gelassen ich habe provincia robert eisen erworben oh ne jetzt habe ich eine runde verschwendet Mist hier erstmal das hier ok soll ich das lassen oder das hier also was mir richtig richtig auf die nerven geht sind diese schwachen ist dieses extrem schwache mit der also mit den schiffen das nervt mich aber das wäre auch nicht schlecht ich glaube ich mache erstmal hier dass die schiffe vorankommen weil ich brauche wirklich wirklich brauche ich jetzt hier schiffe die mich mal verteidigen weil das ist ja eine katastrophe hier und hier tut er sich wieder zurückziehen wie sieht es aus also 4 8 12 16 was seid ihr hier 4 8 12 16 da rekrutiere ich nochmal und dann wird er in der nächsten runde angegriffen wobei ich jetzt natürlich die frage ist ob ich so viele armeen hier wirklich warte mal wie sieht es aus kann ich hier raus gehen kann ich hier noch einen rekrutieren nein äh da muss ich hier einen lassen lass ich mal den hier oder den da nach so so du gehst mal hier hin und greifst mal den an Das ist nicht möglich. Willkommen, mein Freund. Okay. Und hier auch noch. Und Bündnis. Willkommen. Nehmt Platz und erzählt... Okay, also in der nächsten Runde habe ich die Möglichkeit... Wo habe ich denn? Hier. Habe ich die Möglichkeit, den hier zu besiegen. Locker. Habe ich jetzt zwar so eine übermäßig große Armee hier, aber... Na gut. Egal. So. Und hier... Ich glaube nicht, dass der Gegner hier so viele große Armeen hat. Das heißt, die kann ich einfach durchziehen. Und hier möchte ich auf jeden Fall auch nochmal rekrutieren Kanonen. Weil die ja sehr, sehr nützlich sind. Weil jetzt bisher ohne Kanonen ist es halt schon wirklich... Ja. Ne Schikane teilweise. So. Da passt alles. Dann weiter. Plus 5000. Das heißt, jetzt wird das Geld halt auch immer mehr. Dadurch, dass ich halt die Technologie erforscht habe mit dem Wirtschaftswachstum. Obama greift Edo an. Ach, was sind denn die Obama? Ähm... Ähm... So geil, oder wie die hießen, da weggemacht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr... Sehr, sehr angenehm. Okay. Schauen wir erstmal hier hin. Okay, wie sieht es hier aus? Hier rekrutieren. Ja, tue ich mal die Kanonen hier machen. Also ich könnte... Ist ja die Frage... Also... Das verschlechtert sich ja jetzt. Ne, aber auch nicht. Ja, ich glaube, das passt schon. Okay. Angriff. So, geh mal hier weiter. Ja, geh mal hier hin. Also gehst mal hier hin. Was hat der denn hier eigentlich noch? Okay, zwei Provinzen. Und hier noch. Also drei. Wenn ich das baue, dann baue ich jetzt mal hier. Und kann ich das hier aufbauen? Ja. 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 Brauche ich das. Sehr gut. Ja, lasse ich die mal. Für eine Runde. Das passt. Hier den Hafen bombardieren. Und der andere, der greift mein Hafen an. Und mein Hafen ist sofort kaputt. Was hat der denn hier vor? Wieso ist er denn hier... Hä? Wieso hat er so viele Verluste? Ach so, durch den Winterverschleiß. Das hier hin. Ja. Okay, sonst noch was passiert? Nix, dann weiter. Ja, muss ich hinnehmen, aber jetzt kann ich ja auch gleich wieder zurückerobern. Na gut, in zwei Runden bin ich da. Ich hoffe, dass ihr hier keinen Spaziergang macht, sondern sich hier schön wieder zurückerobern lässt. Mit den Schiffen bin ich gerade sehr hilflos. Kann ich hier schon weitermarschieren? Ne, ne, sieht ganz schlecht aus. Okay, sehr gut. Also hier kann ich auf jeden Fall schon mal zwei lassen, weil ich hier die Kanonen habe. So, dann geht ihr mal dahin. Okay, sehr gut. Warte mal, wie sieht es aus? Und ich kann noch keinen rekrutieren. Weil ich nicht genug Geld habe. Egal, marschieren wir mal weiter. Hier, was ist da los? Okay, da so gut wie auch gar nichts. Sehr gut. Ach, Gott sei Dank. Hatte hier wenigstens keine großen Armeen. So, dass es hier auch mal ein bisschen flott geht dann. So, und dann hier auch gleich weiter marschieren. Okay. Gelt gut aus. Jetzt aber. Sehr schön. Okay, mit dem bin ich schon marschiert. Okay. Okay. Hier habe ich noch fünf Runden. Okay. Okay. Weiter. Hier habe ich noch fünf Runden. Okay. So, was hier passiert. Okay, nächste Runde schon. Sehr gut. Ich dachte erst in drei Runden oder zwei Runden. Okay, warte, ich muss jetzt mal hier gucken. So, jetzt diese Runde verbringe ich damit, dass ich einfach hier so ein bisschen rekrutiere, um meine Ruhe zu haben. Damit ich hier einfach gut steuern machen kann. Und erstmal erobern. Habe ich noch Wegpunkte? Ja. Dann mische ich gleich weiter. Okay. Okay. Okay, also für den Gegner war es das hier. Er hat hier noch Truppen. Also hier hat er seine letzten Truppen. Die kann ich jetzt auch erobern. Und dann habe ich ja hier Gott sei Dank die Armee. Und dann habe ich keine Feinde mehr. Das heißt, ich kann mich jetzt hier wirklich, also dadurch, dass ich jetzt den Norden Japan dann erobert habe, kann ich mich dann auch wirklich richtig gut konzentrieren. Und dann hier nochmal, dass ich halt auf gute Finanzen komme. Und genau. Und dann geht es zur Reichsteilung und zur Unabhängigkeitserklärung. Auf jeden Fall die Nagaoka, die sind hier auch ordentlich vorangekommen. Okay, hier wachsende Unruhe. Was brauchst du? Zwei Einheiten. Okay, die gebe ich dir. Äh, gebt ihr mal da hin. Äh, kann ich schon erobern, oder? Ja. Gefeiert. Gut, was ist der kürzeste Weg? Hier ist grün, hier so so. Ja, mache ich so. Äh, geht ihm dann. Okay, ich kann mir das nicht leisten. Dich brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich dich eigentlich? Was kostet ihr mir eigentlich? Ach, 53. Ja. Ja. Ich krieg damit. So. Geh du mal hier hin. Und. Ja, kann ich so lassen. sehr gut. Die sind auch wieder im gelben Bereich. Ihr müsst noch pausieren und dann wieder hoch die Steuern. Okay. Das war's dann. Also, ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie hier noch was hat. Und hier unten möchte ich jetzt natürlich meine Stadt erobern. Okay, also wenn er mich angreift, voller Kommen. Streit macht schwarze Schildkröte. Das sind auf jeden Fall ganz gute Truppen. Ich habe keine Kavallerie und keine Nahkampfeinheiten. Aber ich kann meine Truppe so aufstellen, dass sie auf jeden Fall mir ins Feuer laufen und dass ich das auf jeden Fall schaffe. Aber hier die Stadt zu erobern ist definitiv zu schwer und zu anspruchsvoll. Das heißt, ich muss hier warten auf Kapitulation oder eben darauf, dass der Gegner hier mich angreift. Hier, das kann ich abreißen, weil ich jetzt hier eine große Armee habe. Und ich jetzt erstmal noch ein Wirtschaftsgebäude hinbauen möchte. Und dann kann ich hier noch die Stadt vergrößern und dann baue ich wieder. Genau. Auch wegen der Zufriedenheit. Ich kriege ja durch die Kaserne auch Minus Zufriedenheit. Und deswegen. So, also hier habe ich alles erledigt. Da habe ich alles erledigt. Dann schaue ich mal noch nach dem Geld. Da passt alles. Und mit der Forschung passt auch noch drei Runden. Genau. Perfekt. Okay. Da ist noch was passiert. Auf der Karte. Und er greift mich wieder an, bombardiert mich wieder. Richtig nervig. Egal. Du hast ja nur noch hier zwei Provinzen und die hier, die Oberherrscher. So, was brauchst du noch? Zwei. Zwei Truppen. Okay, die kann ich dir lassen. Ich lasse dir mal... Oh, was soll ich dem geben? Die da. Bleibt immer hier. Ich meine. Ich lacht, das war süß. Ich lacht, das ist also ... Ich lacht. Du hast das gegenüber gemacht. Ich schaue mich an derゆere nach Olch und Schuck. Das ist es. Überraschung abstehend. die hier, weil ich habe ja jetzt zwei Kanonen rekrutiert. Das passt. Ihr geht mal hier zu dem Hafen, da möchte ich dann wieder wegsegeln. Oder hier lieber. Geht hier hin. Genau. Passt alles. Kannst du hier noch... Ne, aufwiegeln möchte ich nicht. Truppe nötigen. Ja, mach ich das mal. Feindliche Truppen unter Druck gesetzt. Auch der forstlose Charakter kann gebrochen werden. Unser Shinsen-Gumi hat feindliche Truppen unter Druck gesetzt, sich uns anzuschließen. Sehr schön. Vielleicht kann ich hier in der nächsten Runde hier schon die Stadt angreifen. Mit der einen hier. Oder zumindest belagern. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Dann hätte ich hier auch wieder Zeit gespart. Sehr gut. Hier läuft alles sehr gut. Hier läuft es auch perfekt. Drei Runden noch. Genau. Passt. Dann wieder hier normalisieren. Na gut. Kann ich noch was bauen? Oder hier das Reparieren? Ne, geht nicht. Zu teuer. Okay, das war es dann noch schon wieder. Ja, noch zwei Runden. Okay, was wurde bombardiert? Hier schon wieder. Na egal. Vielleicht kann ich es jetzt schon... Warten wir? Ja, belagere ich mal. Okay. Ähm... Okay. Okay. Ähm... Cool, wenn ich jetzt genug Geld habe, dann baue ich hier mal den Handelshafen, wenn es möglich ist. Nee, ist zu teuer. Ist zu teuer. Mist. Ah, hier kann ich bauen. Ähm... Baue ich mal genau das hier. Perfekt. Ansonsten... Nee. Sehr schön. Nee. Sehr schön. Okay. Ähm... Ja, fliehen. Okay. Ich versuch's erstmal automatisch. Knapper Sieg, perfekt. Ja, muss ich jetzt nicht selber schlagen. Passt schon, passt schon. General steigt rang auf. Sehr gut. Was ist das? Hantorei? Hantorei. Es herrschen Dunkelzeiten, mein Lord. Der Tod ist überall. Ausländer werden getötet. Triviale Klassenkämpfe oder der Streit und politische Ideale führen zu Mord. Es könnte sich als notwendig erweisen, dem Volk das Tragen von Waffen zu verbieten. Einverstanden. Sorgt dafür, dass nur jene, die im Militär dienen, eine Waffe tragen. Ich möchte gerne Schwerte verbieten. Ja. Das halte ich für zivilisiert. Okay, Explosionsladungen erforschen ist nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite hier, Armstrong-Cranonen... Naja, ich tu mal hier die da. Weil die bringen mir wirklich viel. Warte mal, geh du mal weg hier zur Seite. Das ist halt schon ein bisschen nervig, dass ich jetzt... Warte mal, vielleicht kann ich schon noch schaffen. Perfekt! General steigt Rang auf. Ähm... Ne, geht ihr mal hier hin wieder zurück? Also, von wo möchte ich denn wegsegeln? Ja, ich denke mal von hier, oder? Ja, dann geht doch alle mal hier hin. Oh, geh du mal da hin. Ja, die da zurück. Und du gehst hier hin. Fünf-Sterne-General. Ja, das mach ich doch hier alles. Einmal hier. Plus 15% auf den Breitseitenschaden aller Schiffe unter dem Kommando dieses Mannes. Sehr gut. Ne, warte mal, was bringt man das denn? Plus zwei auf Küstenschussreichweite. Also, das ist wahrscheinlich nur, wenn der General in einer Flotte sich befindet. Fünf Präzision, das mach ich auf jeden Fall. Plus eins Moral, super. Furcht, super. Also, das lass ich mal weg. Plus zehn Bewegungsreichweite, ist auf jeden Fall super. Was haben wir hier noch? Minus 15% Unterhaltskosten. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Das hier möchte ich auf jeden Fall. Deswegen gehe ich hier nochmal hin. Plus eins Kommando, plus zwei Rüstung. Genau. Hier und dann hier. Das hier ist auf jeden Fall. Minus 15% Unterhaltskosten ist absolutes Muss. Perfekt. Da habe ich jetzt bald schon sechs Sterne, General. Wer ist denn das hier eigentlich? Der Daimyo. Oh, was der alles für Effekte mit sich bringt. Okay. Gut, hier reparieren. Das hier. Ja, mehr kann ich auch nicht machen. Und hier kann ich endlich mal meine Stadt wieder zurück erobern. Weiter nochmal. Ja, perfekt. Kein einziger. Verlust. Friedlich besetzen. Und hier nochmal. Na, wie ist das das hier? Sehr geil. Clan vernichtet. Die Matsume. Sehr schön. Gut. Wir sind jetzt mit dem Ruhm nahe an der Reichsteilung. Perfekt. Absolut perfekt. Treue Provinzen. Treue Provinzen. 46 von 50. Gehaltene Sieg Provinzen. 2 von 2. Insgesamt erhaltene Sieg Provinzen. Also ich müsste jetzt quasi noch 15 Provinzen erobern. Alles im grünen Bereich. Ich könnte jetzt mit dem, also mit der Treue für den Shogun die Kampagne sehr sehr schnell beenden, indem ich einfach hier nach Süden segle und hier im Süden 15 Provinzen eroberere. Oder hätte ich jetzt halt die Kampagne sehr 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 schnell beendet. Genau. Das möchte ich aber nicht. Sondern ich möchte natürlich. Also mein Freund. Also ich möchte natürlich jetzt versuchen, also ich möchte die Unabhängigkeitserklärung ähm, sprecht und ich werde euch anhören. Also verkünden, dass ich jetzt die Republik ausrufe. Und zwar, wenn ich halt stark genug bin. Also wenn ich halt alles ausgebaut habe, wenn ich halt hier ne Flotte habe, hier ne Flotte, also wenn ich jetzt zwei Flotten habe, mindestens zwei akzeptable gute Armeen habe. Ja, dann kann ich mich mit den beiden Armeen hier nach unten durcharbeiten und hier mit den Flotten hier die Invasionen aufhalten. Und ja, genau. Also jetzt einfach mal, einfach die Tätigkeit, die Beschäftigung, sagen wir mal so für 10, 20 Hunden oder so, einfach hier alles auszubauen, die Wirtschaft ordentlich voranzubringen, um halt dann die Unabhängigkeitserklärung auszurufen. Und wie viel, wie lange habe ich da noch Zeit? Bis 1876. Das heißt, ich habe noch, also sagen wir mal so bis 69. Ungefähr bis 69. Also sagen wir mal, in drei Jahren, das sind 3x8 Runden. Oder 3x16 Runden, weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall, in drei Jahren, denke ich mal, plane ich so ungefähr, dass es losgehen kann. Hier könnte ich mir noch überlegen, dass ich das hier auflöse, weil die Truppen sind ja jetzt nicht so stark. Und ja, ich habe jetzt hier keinen Gegner mehr. Und hier kann ich ja schnell wieder rekrutieren, deswegen löse ich mal hier die nicht so stark gefahren sind. Die löse ich auf. Hier die da. Sehr gut. Ich habe jetzt keinen Gegner. Na, es gibt hier keinen Gegner mehr. Ich habe keinen Feind mehr. Aber das mit den Sadu würde ich schon ganz gerne handeln. Ich werde mir euer Angebot anhören und nach bestem Ermessen. Na gut. Na, lass ich mal so. Okay. So. Alles. Die Steuern weg. Und hier lasse ich mal. Das ist jetzt auch vielleicht nicht so von Vorteil. Vielleicht mache ich lieber das hier nochmal. Oder das hier. Ne, ich mache das hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder das da wäre auch nicht schlecht. Ich mache das hier. Ja. Ja. Das ist wirklich richtig gut von Vorteil. Ja, das mache ich erstmal. Okay. Weiter. Jetzt, da ich ja keine Feinde mehr habe. Kann ich jetzt erstmal mich damit beschäftigen. Alles zu reparieren. Und. Ja. Und als erstes baue ich hier. Also kümmere ich mich erstmal darum, dass ich hier den Handel, also den Militärhafen hinbekomme. Weil ich habe das ja jetzt geforscht. Jetzt kann ich auch endlich mal den Militärhafen bauen. Also hier baue ich den Militärhafen. Ja. Jetzt habe ich nicht genug Gold. Okay. Dann bin ich hier erstmal zu reparieren. Dann noch was zu reparieren. Hier noch. Oh, das kostet 3000. Okay. Super. Dann kann ich schon wieder gar nichts machen. Hier geht es aber auch dann langsam voran. Dann lasse ich die Armee erstmal hier drin. Ist jetzt nicht so eilig, die wieder zurück zu schicken. Ja, ihr geht alle mal hier hin. Und du gehst hier hin. Ja. Perfekt. 6000 ist nicht schlecht. 7 Runden. Okay. Als nächstes baue ich dann den Handelhafen, dass ich auch mal hier die ordentlichen, dass ich die Schiffrekrutierung auch mal hinbekomme. Warte, ich schaue nochmal hier hin. Wollen die vielleicht jetzt doch mal handeln mit mir? Hier die... Wieso wollen die nicht mit mir handeln? Was gibt denn mit? Oh, nervig. Äh... Ich habe keinen dritten General. Warte mal, was bringt mir das denn? Ja. 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 So mal. Ja. Na, warte mal. minus 4 so hier muss ich auf jeden fall mal noch mal was diskutieren hier ist ja richtig umgezickt da kann ich das jetzt nehmen ich möchte jetzt erst mal hier den hafen den handelshafen ermöglicht wie sie es mit der hafen trockendock genau hier den handelshafen und ja mache ich hier mal das hier ok das ist schon ganz cool na gut weiter ok die ist ja aufgestiegen minus 15 prozent kosten das ist auf jeden fall das nehme ich sofort ok kann ich hier vielleicht schon mal abziehen nein hier müsst ihr nur einlassen ja dann rekrutiere ich ja nochmal so mit euch gehe ich mal hier gut hier tue ich kann ich nicht kann ich sonst was bauen oder irgendwas machen hier hafen sehr gut so ok noch fünf runden ich muss mal gucken mit den nagaoka ob die immer noch mit den edo verfeindet sind ob da noch irgendwas ist oder nicht schon wieder handtorei unser schwerterverbot hat einen unerwarteten nebeneffekt mit sich gezogen viele leute wollen sich unseren rängen anschließen um weiterhin waffen tragen zu dürfen ruf zu den waffen für sechs runden rekrutierungskapazität einheiten plus eins na gut bringt mir jetzt zwar nichts aber na gut so ist es hier erstmal beruhigen schon ein bisschen nervig dass ich jetzt hier jede runde immer hier die steuern dann weg nehmen muss aber solange die halt noch auf der seite des kaisers sind und hier kann ich jetzt endlich mal den militärhafen bauen das auch auf der seite des kaisers sind plus zwei städte wachstum plus ein städte wachstum plus eins auf modernisierung nämlich mal ausnahmsweise das hier noch vier runden weiter hier was ist denn eigentlich hier mit diesen wie heißen wir mal irgendwie keine ahnung aber die haben hier ganz zersplitterte provinzen hier drei völlig so abgelegene inselprovinzen da oder ich mache das so dass ich diese armee lasse ich hier einfach um mich hier zu verteidigen gegen invasionen obama schön ein freundliches gesicht zu sehen kommt lasst uns reden und tee trinken wir sind mit militärischen zugang aber es ist denn das für ein gezicke nervig ihr seid stets willkommen und werdet immer gehör für die ich glaube nicht dass sie mir den krieg erklären die haben doch hier wirklich alles zum kriegen oder nicht warte mal was hat das jetzt hier ja mach ich das mal sehr gut jetzt habe ich auf jeden fall schon mal den handelshafen errichtet also den militärhafen errichtet und den handelshafen das ist auf jeden fall schon mal sehr gut genau hier und ich könnte mir überlegen ob ich hier oben auch noch mal militärhafen zum beispiel hier also hier wären militärhafen als schon richtig richtig super aber es reicht eigentlich ein militärhafen bei der halt schon richtig gut gelegen ist hier dass wir halt schon vielleicht mache ich hier auch noch mal militärhafen ja ich mache hier auch noch mal militärhafen okay in der nächsten runde dann lasst uns über vieles sprechen und heute zu einer übereinkunft kommen hier baue ich noch mal einen militärhafen reparieren ja und dann kann ich sowieso nichts mehr machen wie sieht hier aus wie lange dauert es noch noch zwei runden sehr gut hier habe ich den repariert sehr gut hier hat sich schon mal beruhigt ja dann wieder weiter sehr gut bin ich mit denen verbündet hier mit den obama sehr gut mit den nagaoka und die haben die nagaoka haben noch verbündete nämlich die sado warum kann ich mit denen nicht verbündet sein ich möchte mit denen auch verbündet sein ihr seid stets willkommen und werdet immer gehör für eure ideen finden ich werde mir euer angebot anhören und nach bestem ermessen antworten ok dann versuche ich es einfach in der nächsten runde wenn ich noch mehr geld habe weil hier ein hans abkommen mit denen wäre schon richtig super weil es wäre schon richtig richtig blöd wenn die mir jetzt noch krieger klären würden wie sieht es aus mit den edo ne mit den edo darf ich mich nicht verbünden weil mit denen habe ich ja weil die sind ja mit den mit meinen verbündeten da im krieg ok weiter ja schau mal hier nochmal ja ja hier ist ein unwichtiges äh also hier zwischen den kaiserlichen ist lang was gescheitert minus zehn prozent auf den in dieser provinz generierten wohlstand ok was soll ich machen rekrutiert eine einheit in der folgenden provinz ja ich sehe ich da irgendwas hier gut handelshafen ne warte mal ja so wieder steuern erheben jetzt habe ich sogar schon plus 7000 und hier eine runde noch und dann kann ich hier beginnen mit diesem ganzen gehöftbau also 4800 und ich versuche jetzt mal mit den sago noch ein handelsabkommen zu bekommen in dieser runde jetzt habe ich ja genug geld das kann ich mir ja erkaufen weil die sind ja auch mit meinen ganzen verbündeten hier verbündet mission erfolgreich achso minus 10 na gut höhere entwicklungsstufe sehr gut jetzt haben wir die stufe 3 erreicht eine neue technologie erforscht und das nehme ich an denn mit den franzosen soll ich das machen denn es mit den franzosen ist schon mal nicht schlecht als französische schiff ist sehr sehr gut also das von den engländern ist natürlich das allerbeste schiff aber deutliches aber das ist extrem teuer ja das kostet irgendwie 12.000 gold und das zu reparieren ist fast unbezahlbar das heißt mit den franzosen hat man wirklich das beste die beste militärmission von den drei möglichen also mit den usa hat man die schlechteste die franzosen sind auf uns zugekommen als stolze verbündete schon als haben sie angeboten mit uns eine militärmission einzurichten und so unsere militärische potenzial zu stärken und unsere hand beziehungsweise verbessern ein solches militärbündnis wird unserem vorhaben eine große hilfe sein wir nehmen an ja mache ich und zwar hier 9000 na gut muss ich noch warten aber hier kann ich schon mal das hier machen das mache ich noch gerne und hier nein das mache ich nicht hier kann ich was bauen ähm was habe ich hier Seidenweberei und dann mache ich hier genau das Gästehaus so sowas ne Moment mal ich wollte ja nochmal zurück warte mal ich wollte jetzt hier nochmal ein Hansabkommen machen und zwar mit den Sado genau aber die sind ja sprecht und ich werde euch anhören wenn ich helfen kann werde ich mein Bestes tun ich zweite mal alles ah na gut dann nur Hansabkommen aber jetzt bin ich es ist mir eine Ehre euch zu begrüßen es ist immer nett wenn Freunde Zeit später aber das hat mir auf jeden Fall schon mal was gebracht gut dann kann ich jetzt das ausgeben gut dann kann ich jetzt das ausgeben wieder beruhigen also hier macht mir das ein bisschen Sorgen dann muss ich nochmal einen rekrutieren und hier ne passt schon ja das möchte ich auf jeden Fall nicht haben wann habe ich denn erhöht äh warte mal war das schon mit der letzten runter oder dieser Technologie erfascht genau auf Clan gestoßen ok der ist hier ganz schön erforderlich ähm erfolgreich und die sagst du mal auch hier mit denen vielleicht noch ne wir sind aber mit allen unseren Verbündeten befeindet na gut ich möchte erstmal wieder ja hier beruhigen und ja mehr kann ich auch nicht machen dann weiter achso die Technologie natürlich minus also 13% Senkung das ist nicht schlecht das ist aber auch nicht schlecht mh dafür ja ich glaube ich mach mal das hier wobei ne das ist besser plus 2 nochmal Wirtschaftswachstum durch Technologie und ich kann die Fabrik bauen das mache ich genau dass ich jetzt einfach mal die Wirtschaft ordentlich in Gang bekomme und hier kann ich jetzt mal die Bahnhülfe bauen genau das mache ich doch auch mal das ist cool ich glaube die kosten auch so viel der Herbst wie lange dauert das noch na hier 9000 so ja sehr schön ok es war irgendwie 4800 und jetzt sind es nur noch so knapp 3000 das heißt hier baue ich jetzt erstmal überall die ganzen Bauernhöfe gut dass ich die Bauernhöfe vorher noch nicht gebaut habe genau in der nächsten Runde baue ich Bauernhöfe gibt es hier noch eine Vergünstigung für Bauernhöfe also hier war es mit dem Bauernhöfe und hier ne das war es dann was ist was denn nationale Bahngesellschaft warte mal was bringt mir das ermöglicht Eisenbahn Netzwerke und das benötigt das benötigt das auch ok was bringt mir das einfach nur mehr Städtewachstum plus 900 plus ok das ist einfach nur mehr Gewinn cool hier das passt und dann weiter wieder ja mal ab okay bauen Höfe ausbauen oder hier plus zwei zufriedenheit Ja, mache ich das mal. Wieder beruhigen. Sehr gut, hier hat es sich dann auch mal erledigt. Okay, hier bessert es sich auch. Ja, und dann schon wieder weiter. Ach so, warte, hier kann ich noch mal gucken, ob die jetzt mit uns sich verbinden wollen. Die haben wieder unser Handelsabkommen gebrochen. Die haben jetzt gar keinen Handelspartner. Ach so, okay, dann haben die wahrscheinlich dann auch ihren Hafen verloren. Deswegen, also ich denke mal, dass es daran liegt. Okay, weiter. Und ich habe ganz vergessen, ich habe ja noch einen neuen General. Das heißt, ich kann ihr noch einen Rad vergeben. Das mache ich dann auch noch. So, erstmal hier die ganzen Bauernhöfe bauen. Bringts auf jeden Fall. Dann hier den Rad vergeben. Genau, der ist mal noch aus. Und hier noch fünf Runden. Wieder die Steuern rauf. Ah. Ah. Ah, Moment mal. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit... Ich glaube, ich tue mal hier die Truppen wieder weg. Ähm. Warte mal. Warte mal. Rekrutiere ich mal hier. Ja. Äh, du bleibst mal hier. So. Und die Agenten nehme ich natürlich mit. Gut. Und hier rekrutiere ich auch nochmal. Ne, ich habe nicht mehr genug. Okay. Ja, weil dann segle ich hier nochmal hin. Wie sieht es jetzt aus? Achso, genau. Ich müsste jetzt hier noch sparen. Ne, ich möchte jetzt erstmal die ganzen Bauernhöfe bauen. Okay, weiter. Das hat sich jetzt bei den Kaiserlichen ergeben, dass vier große hier zur Geltung gekommen sind. Hier die Satsuma, die Matsue, die Tosa und die Matsuyama. Ja. Los segeln mal hier hin. So. Hier möchte ich gerne hin. Ich muss noch einen Pferd holen. Genau. Weil hier kann ich einen Veteranen rekrutieren, das mache ich jetzt auch gleich mal. Und dann kann der mir hier die Truppen verbessern. Ähm. Ja, hier tue ich auch nochmal einen Veteranen. ok das kostet 4800 das ist schon sehr sehr teuer ich möchte auf jeden fall erst mal die ganzen höfe hier vielleicht kann ich noch einen kleineren da waren doch hier noch kleinere 4000 hier genau der hier genau perfekt moment mal hier muss ich auf jeden fall noch was rekrutieren ja weiter so jetzt ist auch mal die ganze karte aufgedeckt das ist auch nicht schlecht noch mal die karte groß rekrutiert vollen agenten geisha ne brauche ich nicht so hierhin und hier gleich noch mal einen rekrutieren und hier habe ich auch einen rekrutiert ja aber ich rekrutiere keinen zweiten mehr also den rest rekrutiere ich dann wieder hier so was kann ich jetzt bauen äh ja ok drei runden noch weiter mal gucken ob was sich jetzt so tut hier die saga und die toser ok kohlebergwerk ja das mache ich und hier genau perfekt genau perfekt ja es passt auch schon wieder ja ja ich hätte in den hafen fahren sollen ja ja gib ich mal da hin noch einen na ich kann nur aktuell wieso denn achso ich habe kein gold mehr ok ich bin pleite daran liegt es so und hier möchte ich auch noch mal kurz überprüfen wie es aussieht ok die sind noch nicht ganz für den shogun daran liegt es zwei runden noch weiter also ich schaue mal in die diplomatie mit denen hier ich werde mir euer aber nicht dass die mir noch den krieg erklären gut gut hier in die stadt äh du gehst hier zu dem hafen und schickst die ganzen agenten mal da raus und versenken den brauche ich nicht mehr ähm ja brauchen wir hier einen handelshafen ne warte jetzt hier handelshafen und wieder steuern rauf sehr schön strahlen passt und jetzt hier noch eine runde und dann denke ich mal mache ich das hier noch und ja dann hat sich das auch mit der wirtschaft ganz gut und entwickelt dann gibt es noch also dass ich halt also diese beiden noch mache da mit der senkung der verwaltungskosten und nochmal erhöhung der besteuerung und dann noch hier zehn prozent verringerung der unterhaltskosten für die truppen das ist auf jeden fall auch ein muss das wirkt sich auf jeden fall sehr sehr effektiv aus finanziell so soll ich jetzt hier hingehen oder mache ich das nochmal das wäre nicht schlecht aber das dauert noch ja ich gehe erstmal hier hin ok hier wieder beruhigen äh tun wir einen rekrutieren ok äh geht ihr mal hier hin hier unten hin hier unten hin ja hier kann ich nochmal einen rekrutieren sehr gut und dann hier nochmal die höfe da ausbauen genau das ist halt schon sehr effektiv finanziell ist natürlich sehr sehr teuer aber dadurch habe ich halt auch wirklich einen vorteil und jetzt habe ich plus zwei nochmal wirtschaftswachstum pro runde hier die edo die haben hier deutlich zurückgeschlagen bei unseren verbündeten und hier unsere verbündeten die haben sich jetzt hier nochmal orientiert ok jetzt haben die edo auch mal wieder ein geschlossenes gebiet sich erkämpft wo sauber monsieur ja du gehst hier hin ähm noch weiter nach den höfen warte mal wie lang dauert das noch ok gibt's noch höfe zu bauen ja für 16.000 kann ich da irgendwas bauen hier 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 perfekt weiter warte ich bin noch zuerst und die 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 schlagen egal wie ich habe auch keine geisha gut dann noch die restlichen hüfe sind auch baushilfe hier Ok, das war schon wieder Sehr schön, jetzt wenn ich hier die Steuern normal mache, dann habe ich hier auch die Ruhe Hier noch 6 Runden, genau, passt alle, weiter Ok, unsere Heimatprovinz Fukushima Ich weiß gar nicht, ob der Agent dann wirklich zu Level 6 aufsteigen kann, wenn er nur in der Stadt ist Also ich habe bei Shukun 2 gemerkt, dass man, um dann wirklich maximal aufzusteigen, muss man die Agenten dann auch einladen Ok, der ist schon sehr sehr eng nah dran bei Level 6 Ja So, das war es doch schon wieder Steuern drauf Passt alles, weiter Jetzt wo ich 9000 Gold Gewinn habe, kann ich auch gleich mal hier die französische Militärmission errichten Ja So, das mache ich gleich mal hier Sehr gut Und schon wieder weiter Diesmal habe ich auch genug Gold, um zwei Höfe wiederzubauen Oder? Ne, doch Nein Egal Hier, gibt es noch Höfe zu errichten? Ja, die Höfe, die bringt es halt richtig, ne? Plus 500 Na gut, dann hier noch Richi Mayong Plus 400 Plus 3 Zufriedenheit Plus 2 Städte Wachstum Ja, perfekt Ja, jetzt sind wirklich alle Provinzen super zufrieden Plus 10.000 Gewinn Und hier auch noch drei Runden Dann habe ich auch noch mal deutlichen Wirtschaftswachstum erreicht So Jetzt geht es auch mal schneller Weil jetzt viele Ähm Fraktionen schon Verschwunden sind Wieder beruhigen Okay Was hier ist das Problem? Ähm Tu mal hier Ja, mach das mal Ne, warte mal Bevor ich das jetzt mache Tue ich jetzt mal den Militärhafen noch ausbauen Achso, okay Okay, hier habe ich noch gar nicht die Technologie Ja, dann Warte, ich mache erstmal so kleinere Sachen Baumwollweberei kann ich schon machen Plus 3 Modernisierung Ne, das brauche ich nicht Plus 3 Städte Wachstum Perunde Ähm Mach ich Ich mache mal die Baumwolle Okay Okay Jetzt kann ich das mal Ja, mach das mal Okay, da habe ich mein Geld schon wieder ausgegeben Weiter So, das muss ich natürlich jetzt alles ausgeben Weil das lohnt sich richtig Wenn man hier die ganzen Gebäude bauen Dann kriegt man richtig gut einkommen Okay, hier haben sie sich wieder was zurückerobert Okay, so ein ewiger Konflikt dann hier Aber wenigstens werden wir jetzt nicht angegriffen Es ist jetzt richtig bequem Es war halt schon ziemlich stressig Also die ganze Zeit hier mit Angriffen Auf unsere Häfen Und so weiter Aber jetzt ist halt wirklich alles ziemlich gelassen Ja, ich glaube ich kann jetzt auch nichts mehr machen Dann Weiter Achso, hier kann ich nochmal gucken Dann rekrutiere ich hier nochmal was Ja, rekrutiere ich hier zwei nochmal Und hier nochmal ein Ähm Ne, brauche ich nicht Ja, dann hier nochmal Eine Runde noch, sehr schön Weiter Okay, hier ist noch irgendwas unbekanntes Ich glaube das müssen die zu sein Ja, was möchte ich jetzt bauen Plus 10% Besteuerung ist halt schon richtig gut Aber Ich möchte mich jetzt erstmal beruhigen Dass ich Ordentliche Militärschiffe bauen kann Weil Man hat ja gesehen Dass Wenn man keine Flotte hat Ist Ist es halt schon wirklich richtig richtig übel Auch die ganze Die ganze Reparaturkosten Und hier Haben sie die Stadt ja komplett zerschossen Also Das war ja eine Katastrophe Also da musste ich die auch aufgeben Also da hatte ich ja dann auch kein Kein Geld mehr Und nix Und Deswegen Da brauche ich auf jeden Fall eine Flotte Die das hier verteidigen kann Okay Mehr kann ich auch nicht bauen Wieder normalisieren Genau Dann gehe ich jetzt mal hier hin Und Warte Sehr gut Die Stadt baue ich jetzt aus Und dann Tue ich Ähm Ja Beginne ich dann Schon langsam zu rekrutieren Ähm Zwei Armeen möchte ich haben Oder Sagen wir mal drei Also die Armee Das ist ja eine volle Armee Aber die ist halt nicht so stark Die lasse ich jetzt einfach mal nur so zur Verteidigung Die kostet mich ja auch nicht so viel Und Ähm Und Und Ja Und dann tue ich halt noch zwei bis drei Vollwertige Armeen noch Rekrutieren So weiter Jetzt hier habe ich mich erstmal um dies gekümmert Dass hier was vorangeht Hier möchte ich halt dann rekrutieren Ich habe das Ziel bis Äh Bis zum Jahr 79 Und Dann kann es losgehen Dann habe ich noch Wie viel waren es? Sieben Jahre Zeit Wachsende Unruhe Dienstwillig Ne braue ich nicht Weil ich habe genug Generäle Wobei Einen könnte ich noch haben Ne es passt schon Ich nehme den Ja Nehm ich Und Nehm ich Ja Sehr schön Hier hat sich wieder irgendwas verändert Dass hier Die Zufriedenheit Nicht so gut ist Und hier habe ich vergessen Also hier Tue ich auch noch mal rekrutieren Ich könnte mir sogar jetzt überlegen Ob ich schon mal Den Bahnhof bauen möchte Ich muss noch mal gucken Was der mir jetzt wirtschaftlich bringt Was bringt der mir denn überhaupt wirtschaftlich? Plus 8 Städte Wachstum Plus 8 Städte Wachstum Ist nicht schlecht Ne warte ich lass es mal Ich möchte hier erstmal Das hier noch Habe ich noch für was übrig? Ne Ach die Gebäude sind jetzt schon alle so teuer Dass ich für 2000 Gar nicht mehr Bauen kann Na gut Ja wenn ich jetzt noch was übrig habe Dann kann ich jetzt hier Bei der Zufriedenheit Ich habe ja gesehen Die sind jetzt alle 100% Shogunat Das heißt Wenn jetzt hier die Zufriedenheit So schwach ist wie hier Da muss ich auf jeden Fall hier noch Rekrutieren Und hier genau so Ja noch 5 Runden Sehr gut Sehr schön Habe ich 2 Militärhafen Militärhafen Perfekt Und Ein Mal natürlich Das ist ein französischen Handelsbezirk Das ist wirklich super Passt perfekt Ja so mehr als 2 Militärhafen brauche ich nicht Ok mache ich hier mal weiter Minus 15% Rekrutierungskosten für Artillerie Plus 3 Modernisierung Plus 5 Städte Wachstum Plus 3 Städte Wachstum Ich nehme mal das hier Weil hier habe ich ja minus 2 Zufriedenheit Das ist nicht so cool Und Modernisierung brauche ich jetzt nicht mehr so viel Also mache ich das hier mal Ähm Hier tue ich auch nochmal die Baumwoll Weberei errichten Und hier Weil ich ja Hier minus 2 Zufriedenheit habe Mache ich dann hier Plus 2 Zufriedenheit Und Letztendlich habe ich jetzt mal mich um die Provinze gekümmert So das war es dann auch schon wieder Mehr kann ich dann gar nicht machen Und hier habe ich schon rekrutiert Das heißt in der nächsten Runde In der übernächsten Runde Ist dann hier nichts mehr zu beanstanden Finanziell Hier diese ganzen Provinzen mit Die für den Shogun sind Die sind alle so miteinander verstritten Und bekämpfen sich die ganze Zeit Und deswegen kommt hier für den Shogun auch nichts voran Also hier in Richtung Süden entwickelt sich gar nichts Ist ja absolut Stillstand Hier das ist ja wirklich Wie so eine Art Konstante Okazaki Ok Hier weiter Ja passt Hier noch 3 Runden Achso wenn ich jetzt hier 14.000 habe Dann baue ich jetzt mal die Bahnhöfe Ja Wie viel sind es denn? Also 4 Das waren 4 das waren 20.000 Sehr gut jetzt habe ich auch die höchste Entwicklungsstufe erreicht Dann kann ich hier hingehen Das ist richtig richtig nützlich Und Das ist auch richtig richtig nützlich Ermöglicht Knienbeschuss Das mache ich dann auch sofort Also ich denke mal Nachdem ich das gemacht habe mache ich erstmal das hier Und dann denke ich mal mache ich das hier Genau Und dann gehe ich wieder zurück zur Wirtschaft Oder das ist natürlich auch sehr wichtig Na ich mache erstmal das dann Ok Also ich habe 4 Provinzen wo Bahnhöfe sind Ich möchte die alle gleichzeitig bauen Deswegen Baue ich jetzt erstmal nichts Ja ich baue jetzt erstmal nichts Und Diese Runde nichts Weiter In der nächsten Runde baue ich jetzt dann die Bahnhöfe Dass die alle gleichzeitig sind Dass ich hier sofort Hier die Das nutzen kann Von oben bis unten Aggression gegen den Westen My Lord Eine Gruppe von Gästen aus dem Westen wurde das nachts von bekannten Kaisertreuen angegriffen Zwar gab es keine Verletzten Es wurde jedoch Großer Anstoß genommen Wir werden die verantwortlich befassen und den westlichen Behörden zur Bestrafung ausliefern Die ausliefern Das habe ich jetzt einfach schnell beschlossen So in sieben Runden kann ich dann den Zug fahren Hier noch Hier noch Ja also für 2000 Ah hier noch Na super Ich wollte das jetzt hier haben Na gut Da muss ich warten Ja Ja Eine Runde noch Und in der nächsten Runde baue ich dann die Trocken Docks Ich muss jetzt hier nochmal gucken wie es hier aussieht mit der Mit dem Hafen hier Ah hier Oh warte da was Wille Ich möchte jetzt Die Artillerie Dass ich hier ein bisschen vorankomme Hier baut es da Ne warte mal Sehr gut Jetzt habe ich das hier errichtet Es kostet mir 1000 Unterhalt Aber ich Na da ich jetzt im Moment keine Feinde habe Kann ich noch warten Aber ich möchte jetzt hier gleich mal das Trockenbock ausbauen 10.000 Also zumindest hier schon mal Und dann kann ich hier weiter ausbauen Hier Kanonenschießplatz Und für 4000 kann ich auf jeden Fall noch was bauen Ähm Das hier Was ist denn jetzt hier los? Und hier muss ich was rekrutieren Okay, jetzt habe ich hier kein Geld mehr Na gut Weiter Hier, die Nagaoka haben sich gerecht Und Wieder das Gebiet zerteilt Und jetzt sind sie unsere unmittelbaren Nachbarn Die Nagaoka Haben das hier geschafft Und ich denke mal für die Edo war es das dann Ja darum kümmere ich mich noch Ähm Dann Baue ich hier mal den Hafen Ja, mach ich das mal Und Weiter In der nächsten Runde dann Möchte ich dann hier den Trockenbock bauen Dass ich halt einfach dann auch mit den Ähm Mit der Mit den Schiffen Auf jeden Fall mich wehren kann Sehr gut Wie sieht das aus? Oh wow wow, hier noch Da ist Getwicke Okay, dann rekrutiere ich hier eins Das mache ich jetzt erstmal Und hier So, dann natürlich hier gleich mal das Trockenbock ausbauen Und hier, das mache ich gleich Ähm Also dann tue ich mal hier Steuern aufheben Vier Runden noch Passt alles Perfekt War noch irgendwas zu tun? Ich glaube nicht Hier sind es noch vier Runden Dann weiter Ja Sehr gut Ähm Handelshafen Was bringt mir das denn? Ähm Hier noch Genau Perfekt Erhöhen Ja, schön weiter So Und als nächstes schaue ich hier nochmal in meine Provinz, wo ich dann die Truppen rekrutieren möchte Wie es da aussieht, ob ich jetzt die Stadt noch weiter vergrößern kann Okay Okay, die setze ich wieder zu weh So, wie sieht sie aus? Sehr gut Kann ich weiter bauen Ähm Ja Zwei Runden noch Und weiter Aggression gegen den Westen Der Westen ist zufrieden mit unserer Handhabung der gegen ihn gerichteten Gewalt und die Beziehung mit ausländischen Mächten haben sich verbessert Plus 5% Städtewachstum durch Handelshäfen und ausländische Viertel in allen Provinzen Plus 25% auf das Handelsseinkommen Für 12 von Sehr schön Perfekt Reduziert das Städtewachstum in allen Provinzen dramatisch Reduziert das Städtewachstum mäßig Reduziert das Städtewachstum gering Na gut Ja Das möchte ich erstmal machen Dann Hier Kokerei Ähm Hier kosten die Schiffe weniger Ah, dann wäre es vielleicht hier besser gewesen den Militärhafen zu errichten Moment mal Also wenn jetzt hier die Schiffe minus 50% kosten alle Schiffe in dieser Provinz Dann tue ich hier nochmal den Warte hier genauso oder? Ja hier genauso Warte mal Wo gibt's denn überall Kohle? Hier ist Kohle Und hier, ne Kupfer Hier ist auch Kohle Kohle Ja Moment mal Dann Hier das Tuch hier abreißen Benden Ja Äh, ich baue den Militärhafen hier hin Weil hier habe ich ja Das habe ich jetzt äh, leider erst jetzt gesehen Naja egal Ich habe ja noch zwei Ich bin ja jetzt nicht im Im Gefecht Mit irgendwelchen Gegnern So, das passt Eine Runde noch Genau Wie sieht's aus? In einer Runde Eine Runde kann ich Zug fahren So, da speichere ich erstmal So, wir sind die nächste Runde Zug fahren Wie sieht's aus? Gut Wie eine Runde Wie ist das? Daher Quiht'o Sie sind die Runde K хau Ah le Wie ist das? Die erste Bahnstrecke, AISU. Wir haben die erste Bahnverbindung Japans aufgebaut. Dank dieser fortschrittlichen Transportmethode können unsere Armeen und Agenten schnell zwischen Bahnstationen bewegt werden, solange diese uns gehören oder einem Clan, mit dem wir militärischen Zugang ausgehandelt haben. Sehr gut. Und die Technologie erforscht. Dann denke ich mal, gehe ich erstmal hier hin. Wobei das ist natürlich auch extrem gut. Oder soll ich hier hingehen? Hier hin zu kommen, wäre auch sehr gut. Hm, oder das hier. Plus 10% Einkommen. Ich denke, ich mache mal das hier erstmal. Dass ich jetzt hier das hier wirklich mal beende mit der... Hier mit der... Also mit dem Militärgebäuden. Okay, hier endet die Strecke. Weil hier unser Verbündete hat sich das hier noch nicht ausgebaut. Ja, ist doch cool. Jetzt ist hier eine Bahnstrecke. So, dann probiere ich das noch gleich mal aus. So, mal gucken, wie weit ich komme. Hier, steig mal da ein. Fahr mal hier hin. Ja. Kannst du weiterfahren? Jetzt habe ich keine Wegpunkte mehr. Was ist passiert? Clan vernichtet. Na super, der kann jetzt nur eine Station fahren, oder was? So, rekrutiere ich hier noch mal. Und hier. Aber hier sieht es ja ganz schlecht aus. Na gut. So, genau. Ich habe jetzt hier den Militärhafen abgerissen. Weil er hier... Weil hier einfach viel günstiger ist, Schiffe zu rekrutieren. Und dann mache ich hier mal den Hafen wieder. Genau, das ist sehr gut. Ja, passt. Weiter. Die Technologie passt. Hier wird er wieder zurückgedrängt. Ich glaube, die Edo, die sind bald vernichtet. Oh, nee. Ja, doch nicht. Ja, fahre ich hier mal mit dem Zug weiter. Ah, jetzt kann er sogar zwei Runden, äh, zwei Gefahren. Cool. Okay, wäre schon. Gehe ich erst mal auf diese Provinz hier. Was geht da? Hier ist alles zu Ende gebaut. Genau, das möchte ich noch bauen. Hier, das möchte ich natürlich noch bauen. Die Kanonen, die Kanonen, dann hier die Felder. Und das war es ja noch schon wieder. Weiter. Und hier ist irgendwie was los, dass er hier, obwohl ich hier, plus drei Zufriedenheit. Na gut. Weiter. Da ist schon der Zug, der fährt hier schön hin und her. Jetzt habe ich den Level 6, oder? Ja. Level 6. Minus 5% Kosten, das nehme ich auf jeden Fall. Gehe damit. Jetzt habe ich noch zwei. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Minus 4% Provinzen, also in Feindlichen, plus eins Repressionen. In allen Provinzen und plus eins Repressionen in Provinzen, in denen dieser Mann sich befindet. Dann nehme ich doch das hier. Was haben wir hier? Hingabe über Attentaten, plus eins Repressionen. Also die Provinz Fukushima, wo dieser Typ ist, auf jeden Fall gut versorgt, mit Beliebtheit. Hier Attentat, Sicherheit und hier, ich nehme mal plus eins, um ein Zettel von Wolten. Hier kann ich noch ein Gefolge wählen. Plus eins Attentate. Ja, nehme ich mal Attentate. Und hier, plus eins Geheimaktionen. Aktionen, plus, also bei Attentaten. Ist da irgendwas mit verminderten Agentenkosten. Was ist denn so richtig nützlich hier? Plus 25% Schaden. Minus 5%, das möchte ich auf jeden Fall haben. Dann nehme ich hier, also plus 5% Erfolgschancen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, nehme ich das mal so. Und dann habe ich hier gesehen, die ausländischen Veteranen sind alle aufgestiegen. Dann nehme ich auch, ja hier kann ich mal abwarten. Gut, ne, aber Moment mal. Das lohnt sich. Plus 5% Nachladefähigkeit, plus 5% Nachladefähigkeit, alle haben sehr genau dasselbe. Äh, in dieser Meer. Warte mal, was ist jetzt der Unterschied? Plus 5 auf Nachladefähigkeit. Ist ja genau dasselbe. Okay. Ähm. Plus 5% Erfolgschancen. Ja, nehme ich das hier. Ähm, ja. 5% Nachladefähigkeit, nehme ich das hier auch, genau. Dann, hier, wie sieht es hier aus. Kann ich hier was bauen? Erstmal noch nicht. Ähm. Minus 5% Unterhaltskosten, ist auf jeden Fall super. Ich warte mal, beim Überwachen der Rekrutierung. Ich lasse es mal. Ich lasse mal hier ein übrig. Ja. Ähm. Minus 10%, genau, das passt. Plus 5% Präzision. Ja, das ist super. Perfekt. Sehr gut. Jetzt kann ich auch wieder was richtig gut bauen, weil ich jetzt richtig viel Geld habe. Hier, möchte ich erst mal das machen. Und jetzt kann ich noch mal was. Ja. Sehr gut. Zweimal noch Bauernhöfe. Äh, hier ist... Ah. So, hier ist irgendwie Probleme. Äh, ich habe jetzt kein Gold mehr. Merke ich mir. Hier tue ich... Auf jeden Fall noch... Hier verbessern. Hier dauert es noch zwei Runden. Hier ist noch vier Runden. Dann weiter. Okay. Sehr gut. Hier noch weiter. Bauernhöfe ausbauen. Wo ist denn noch was hier? Und hier kann ich noch mal rekrutieren. Und hier wieder Steuern einführen. Und maximal alles. Jetzt sind noch drei Runden. Weiter. Sehr schön. Was ist hier? Manipulierer der Menschen. Nein, ich brauche keine Geysha. Hey, warte mal. Ich möchte jetzt erst mal hier den Militärhafen bauen. Und... Äh, nee. Hier genau den Bauernhof erst mal. Und dann kann ich noch eine Fabrik errichten. Ja. Oh, was ist denn hier wieder? Hier müsste ich noch mal einen rekrutieren. Ich kümmere mich jetzt auch in der nächsten Runde mal hier, dass ich hier das hier errichte. Plus fünf Zufriedenheit, das brauche ich hier. Und... Ähm... Hier nehme ich mal die Seidenweberei. Sehr schön. Habe ich mich jetzt hier gekümmert am Militärhafen. Ja, weil minus 15% kosten ist halt schon ein großer Vorteil. Okay, die Edo sind jetzt aber ganz schön deutlich am Zurückerobern. Was machen die hier? Nakaoka. Die haben hier was erobert. Krass. Und schon wieder weiter. Okay, viel ist jetzt nicht los. Nur hier mit den Nakaoka. Ist halt schon ganz spannend. Und hier dem Edo. Da entscheidet sich anscheinend nix. Und ich weiß nicht genau, was der Nakaoka hier zu tun... äh... hier zu suchen hat. Sehr schön. Jetzt kann ich endlich das hier weiterentwickeln. Sehr gut. Und hier möchte ich... Und hier möchte ich... Ähm... Hier bräuchte ich ja die Großstadt und... Also solange ich jetzt hier... Das noch nicht bauen kann, das Trainingslager, dafür müsste ich erforschen... das hier. Ja, das mach ich doch jetzt gleich. Also das brauch ich nicht. Ja, Gatling... Ja, irgendwann vielleicht. Hier. Orientiere mich erstmal hier hin. Das ist auch finanziell extrem effektiv. Und hier kann ich dann halt wirklich richtig überlegen die... Ähm... Also die Präzision halt richtig überlegen machen. Warte mal. Ich möchte erstmal hier weiterkommen. Und zwar... Hier die Seiden. Genau. Äh... Mach mal das hier. Ähm... Achso, genau. Da war ich ja gerade. Sehr schön. Alles schön grün. Perfekt. Hier passt's... Weiter. Bis zum Jahr 69 ist es erstmal nix. Einfach die ganzen Städte ausbauen. Und hier wirklich sich komplett finanziell absichern. Dass man halt die ganzen Armeen finanzieren kann. Und... Ja. Hier mach ich das wieder. Und... Äh... Das leiste ich mir mal. Auch wenn's völlig... Äh... Überflüssig und unnötig ist, aber... Weiter. Ach genau. Hier um den Militärhafen. Da kann ich mich noch kümmern. Da schau ich jetzt nochmal, wie viele Runden er benötigt hat. Ich glaube, hier hab ich ne Trocken-Doc beendet. Okay, also die Nagaoka, die sind jetzt sehr im Bedrängnis. Und die wollen die nicht mit uns verbündet sein und mit uns handeln. Hier. Wo die da jetzt noch auch so viel erobert haben. Werter vor. Hm. Na gut. Also, ich möchte erstmal hier hingucken. Hier kann ich jetzt die tollen Schiffe rekrutieren. Hier ne Fabrik bauen. Warte, dann schau ich erstmal nochmal hier hin. Okay, dauert noch zwei Runden. Ähm. Ja. Brauche ich hier nochmal den Handelshafen. Den Handelshafen. Und das Kohlebergwerk. Achso. Und natürlich hier die Felder. So, dann hab ich auch schon wieder erledigt. Hier noch vier Runden, dann weiter. Hier baue ich mal weiter und den Samurai Dojo und das hier. Und das bringt mir jetzt zwar finanziell nicht so viel, aber trotzdem. Vielleicht möchte ich ja noch Katana, Samurai etc. rekrutieren und dann hab ich das dann hier schon mal gemacht. Gut. Und ich denke, jetzt kann ich hier den Militärhafen dann noch erweitern. Ja. Mich schon fehlgeschlagen. Ja, mir egal. Ordnung bewahren. Was ist los? Rekrutiert eine Einheit in der folgenden Provinz. Nee, hab ich keine Lust. Brauche ich nicht. Ähm. Ne, warte mal. Ich möchte erstmal hier die Wirtschaftsgebäude machen. Hier so. Fabrik. So, was kann ich nochmal? Ja, dann mach ich das hier noch. Ähm. Ja. Zwei Runden noch. Weiter. Genau, ich hab, ich bin gar nicht gekümmert um die, hier um die Kanonenproduktion. Handel unterbrochen mit den Edo. Okay, wieso denn? Warte mal, wie sieht's aus? Ja, wir sind doch gut beieinander. Und hier auch. Ähm. Ja, die werden hier zerschlagen. Die sind wirklich auch ein geschlossenes Gebiet. So, ich möchte jetzt erstmal hierhin zurückkehren. Okay, dauert noch eine Runde. Hier, wie lange dauert's noch? Eine Runde, perfekt. Also hier, das merke ich mir. In die Provinz dann ab, also nächste Runde. Genau. Und dann hab ich auch genug Gold. Äh, 20.000 dürfte ja nicht passen. Ja, weiter. Hm, hier ist... Und hier bei den, äh, Kaiserlichen, da ist hier auch einiges los. Hier mit den, ähm, hier, wie auch immer die sind. Ich schau gleich. Und hier mit den Saga, da ist auch einiges los. Sehr gut. Jetzt kann ich endlich das hier machen. Da kann ich hier meine Präzision wirklich hier meistern. Und jetzt kann ich... Ne, ich warte noch. Ich warte noch. Ich habe jetzt zwar überlegene Präzisionen, aber ich kann ausgezeichnete Präzisionen noch erreichen. Und, äh, da kann ich halt wirklich richtig, richtig heftig die Präzisionen, also wirklich auf den Höchststand bringen. Infrantrie des Schogonats, Streitmacht, Roter Vogel. Ja, die, mit denen fülle ich dann meine Armeen. Die, ähm, werden mir weggenommen, wenn ich dann, äh, die Unabhängigkeit erkläre. Deswegen rekrutiere ich die auf keinen Fall. Ähm, mache ich das nochmal? Ja, auch wenn es eigentlich völlig überflüssig ist. Äh, hier. Okay. Ähm, da möchte ich gerne... Ähm... Plus drei Städtewachstum, ich glaube, das ist für Steuern. Ich mache mal das hier. Ja, passt. Ja, hier habe ich das gemacht. Genau, drei Runden noch. Sehr gut. Weiter. Das ist einfach wichtig, dass man so eine Ruhephase hat, wo man dann alles ausbauen kann, wo man sich dann eben finanzsichern kann. Ja, und dass man halt wirklich auch die überlegene, äh, Schusswaffeninfanterie rekrutiert. Weil da kann man dann wirklich überrennen. Die Gegner. Das ist halt schon sehr, sehr groß von Vorteil. Ja. So, irgendwas kann ich noch bauen. Handelshafen. Perfekt. Wie sieht's aus? Noch sieben Runden. Okay. Minus zehn Prozent, äh, Unterhaltskosten ist halt schon extrem gut. Gut, also da kannst du, ähm, ja, mindestens eine Armee noch zusätzlich rekrutieren halt, weil du halt einfach sehr, sehr viel Geld eingespart hast. Und hier, die, die sind ja richtig hier, also, richtig, ähm, expansiv. Und unsere Vermündung Nagaoka, die scheinen hier richtig, äh, der Verlierer zu sein. Ja, warum konzentrieren die sich eigentlich auch hier drauf? Also, ich weiß gar nicht genau, was die da zu suchen haben. Äh, hier baue ich nichts mehr. Hier, hier kann ich noch vergrößern. Okay, jetzt habe ich eh kein Gold mehr. Wieder zurück. Naja, und hier nochmal was rekrutieren. So, weiter. Okay, hier war irgendwas strittig. Clan vernichtet. Okay, die hier sind vernichtet worden. So, wie sieht's hier aus? Okay. Nehmen wir das hier noch. Äh, Verbrecherhöhle. Na, ich mach erstmal den Handelshafen. Genau. Weiter. Sehr gut. Jetzt habe ich schon 22.000 Gewinn pro Runde. Vorhin waren es jetzt nur 20.000. Und, also es erhöht sich, also man hat ja immer plus 2, äh, plus 4 Wirtschaftswachstum. Das habe ich ja schon erforscht. Also ich halt einfach immer mehr, ähm, Wirtschaftswachstum, immer mehr Geld, Einkommen, bekomme. Ja, da war noch irgendwas. Was war da? Ordnung bewahren. Fehlgeschlagen. Egal. Ähm, mach ich mal... Ähm. Ja, mach ich das mal. So, da habe ich jetzt auch hier mal alles gebaut. Achso. Hm. Na gut, dann in der nächsten Runde. Egal. Eine Runde mehr oder weniger. Jetzt hätte ich jetzt, äh, das schon machen können. Um halt, ähm, die Artillerie. Aber, ich habe noch Zeit. Ich möchte mir auch noch das ganze Jahr, äh, 69 nehmen. Und dann kann es losgehen. So, im Ende 69 oder Anfang 70. Ja, da wird es passen. So, und hier möchte ich natürlich die absolut überlegene Genauigkeit haben. Hier wäre, plus 50% Verstärkungsrate, brauche ich nicht. Plus 2 Moral, brauche ich nicht. 5 Angriffsbonus, brauche ich nicht. Nahkampfangriff, brauche ich nicht. Hier, plus 15 Präzision. Das ist halt noch wirklich richtig, richtig geil. Und in 5 Runden beginne ich dann hier zu rekrutieren. Hier könnte ich jetzt natürlich noch die Gatling Gun. Und dann hier plus 2 Erfahrung für die Armstrong. Wäre vielleicht nicht schlecht. Was wäre denn hier, was wäre noch da? Hier könnte ich die Garde Kavallerie des Schokonats noch bauen. Und das war es dann auch noch. Also das lohnt sich dann auch nicht unbedingt. Okay, hier bin ich schon mal durch. Warte, hier habe ich einmal das hier. Hier könnte ich auch vielleicht das hier machen, damit ich hier, wenn ich hier rekrutiere, die hier, dass ich auch noch mal die Rüstung oder so verbessere. Ja, das mache ich doch. Ich rekrutiere hier mal das Trainingslager noch. Ich baue hier das Trainingslager. Hier die Heimwerke. 10 habe ich noch. Okay, nochmal weiter. Genau, hier kann ich noch ausbauen. So, jetzt kann ich eh nichts mehr bauen. Weiter. Wie viele Runden sind es noch? 3. Sehr gut, 3 Leute. Ich weiß nicht, warum der hier so entlang segelt. Das finde ich ein bisschen bedrohlich. Weil ich habe ja noch kein Schiff produziert. Das könnte ich eigentlich jetzt mal machen. Oder soll ich noch warten? Naja, könnte ich nicht machen. Hier. Ja, das mache ich doch mal. Ich rekrutiere hier mal jetzt mal Schiffe. Einmal gepanzerte Fregatte. Was ist hier? Dieses Schlachtschiff ist... Das ist halt ein Schiff, das kann halt nicht brennen. Oder das kann schon auch brennen. Und mit dem kann man rammen. Wenn man die Technologie erforscht hat. Ich hätte hier so einen Rambock. Ich tue mal die hier rekrutieren. Und dann einmal dieses französische Schiff. Und dann habe ich insgesamt vier überlegene Schiffe. Und das ist auch völlig okay. Genau. Einmal hier... L'Ocean. L'Ocean. Genau. Also in vier Runden habe ich meine Flotte. Was kann ich noch bauen? Für 5.000 muss irgendwas möglich sein. Jetzt kann ich schon für 5.000 nichts mehr bauen. Na gut. Hier sind es noch zwei Runden. Dann weiter. Wenn ich das dann erforscht habe, dann gehe ich auf Brandmunition. Denn das ist auch wirklich richtig, richtig wertvoll. Dadurch kann ich halt die ganzen Schiffe dann in Brand setzen. Das mache ich dann als nächstes. Okay, weiter. Hier Heimwerke. Das hier. Seidenmach. Fabrik zur Baumwollverarbeitung. Plus 6 Modernisierung. Plus 15 Städtewachstum. Ja, das mache ich. Fabrik zur Baumwollverarbeitung. Verarbeitung plus 15 Städtewachstum. Das ist ja richtig der Oberhammer. Ich glaube, das mache ich überall. Also überall, wo ich jetzt noch ausbauen kann, entscheide ich mich jetzt für die Baumwollproduktion. Weil dadurch kriege ich richtig heftig Steuern kommen. Okay. So, ich möchte jetzt erstmal hier drauf gehen, dass ich hier beruhigt bin, dass ich es jetzt zu Ende gebracht habe mit den Schiffen. Okay, plus 5 Städtewachstum. Hier möchte ich, plus Nahkampfangriff wäre nicht schlecht, plus 2 Moral, Nahkampfangriff. Hier, genau das hier. Habe ich dir schon zu Ende gebracht? Plus 15 auf den Angriffsbonus aller in dieser Provinz prioritierten Einheiten. Naja, für 2000 kann ich gar nichts mehr machen. Okay, was kann ich denn hier noch machen? Nix. Einfach noch zwei Runden warten und dann geht's los mit der Rekrutierung der Kanonen erstmal. Die Schiffe habe ich ja schon rekrutiert. Genau. Hier auch sehr kostengünstig auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir wissen, was hier der Unterschied ist. Okay, also hier kostet dieses größte Schiff 3663. Und hier? Ähm, Moment mal. 3900. Oh, hier kostet es viel weniger. Warum kostet es denn hier weniger? Oh, keine Ahnung. Und dann geht's los mit der Rekrutierung der Kanonen. Also, mit dem Gebäudebau sieht es auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ja, knapp 25.000 Gewinn. Nicht schlecht. Und hier die Nagaoka, die sind hier stark in Bedrängnis geraten. So, jetzt geht's los. Hier kann ich auch gar nichts mehr bauen. Jetzt habe ich außergewöhnliche Präzision. Ich denke, ich rekrutiere hier so viel. Warum? Weil ich plane drei Armeen. Und... Also, die Frage ist, soll ich jetzt zwei oder drei? Na, ich rede drüber mal so rekrutieren. Nicht, dass ich es vergesse oder so. Na, aber das kostet... Warte mal. Hier kann ich noch Gebäude bauen. Legendärer Dojo. Ja, mach ich. Ah. Das ist die Baumwollproduktion. Und hier... Das da. Ähm... Eins ne Runde. Okay. Hier ist das Problem mit der öffentlichen Ordnung. Das heißt, hier muss ich nochmal einen rekrutieren. Okay. Und hier dauert's viel lang noch? Drei Runden. Ja. Sehr gut. Also, für die Seegefechte bin ich jetzt gewappnet. Ich... Könnte mir noch überlegen, vielleicht sogar noch eine dritte Flotte zu errichten. Nee, ich brauch keinen mehr. Ähm... Plus zwei Erfahrungen für... Wie für Runden? Zwölf Runden. Ja, das nehm ich. Ähm... Verpflichtend. Warte, dann löse ich hier nochmal auf. Ja. Äh... Egal. So. Und so. Die Baumwollproduktion natürlich. Hier noch ausbauen. Perfekt. Ähm... Die Schiffe. Und zwar... Du segelst hier hin. Und du segelst hier hin. Nämlich hier. Ja. Ja. Und du segelst... Oh. Sehr gut. Du segelst hier hin. Du segelst hier hin. Okay, und hier könnte ich mal überlegen, ob ich noch eine dritte Flotte baue. Und ähm... Naja... Ne, jetzt noch nicht. Später, irgendwann. Okay. Hier habe ich noch gesehen, dass ich hier noch Probleme habe mit der öffentlichen Ordnung. Ja. Hier passt es wieder. Dann weiter. Hier ist auf jeden Fall mal so ein hin und her zwischen den Nagarko und den Edo. Aber wenn zwei sich streiten, dann freut sich der dritte. Jedenfalls, wenn es darum geht, dann die Reisteilung auszulösen. Ich denke, dass ich mich hier so wirklich so nach Süden durcharbeite. Ich könnte natürlich auch hier mit dem Schiff hier landen und hier so Japan in die Zange nehmen. Aber... Das ist mir doch ein wenig zu riskant. Also ich denke, ich gehe hier wirklich so nach Süden dann. Genau. Weil ich muss ja auch mich erstmal darum kümmern, dass meine Provinzen dann hier auch einverstanden sind mit dem treue Schwur zur Republik. Ja, für 3.000 glaube ich kann ich mir nichts mehr kaufen. Opa! Ja. Ja, ich denke ich. Na zwei, vier. Ja. Und zwar. Jetzt kann ich noch ein wenig. Ja, sehr gut. Das brauche ich nicht. Erstmal nicht. Also später auf jeden Fall, weil die ganzen Schiffe sind dann nämlich auch mit Eisen gepanzert und dann wird es halt schon ziemlich schwierig. Ich möchte erstmal das hier machen. Das ist auf jeden Fall notwendig. Und dann denke ich mal, mache ich das hier. Oder soll ich erst das machen? Ne, ich mache erstmal das hier. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Also, das ist auch richtig cool. Also, ist richtig effektiv in den Gefechten. Okay. Ähm, ja. So, war schon wieder weiter. So, war schon wieder auf jeden Fall. Hmm. Okay, die haben jetzt alle super Erfahrung gewonnen, äh, geh du mal dahin, warte mal, was mach ich damit? Ich denke, ich... tu... wo tu ich die hin? Ja, bleib mal so. Ja. Nee, du, Armstrong hierhin. Ähm. Na, soll ich die irgendwo besonders hin tun? Na, die Frage, ne? Wo soll ich die hin tun? Ja, das überlege ich mir dann gleich noch. Gebe ich mir dahin. Hier, äh, plus eins Entschlossenheit beim Ausbilden. Ja, mehr mach ich jetzt noch nicht. Hier Gefolge. Äh, plus Nachladefähigkeit. Ja. Okay, was nimmst du hier? Plus fünf Präzession, perfekt. Ja. Hm, Nachladefähigkeit, genau. Für wie viele Runden hab ich das noch? Für neun Runden? Ja, da mach ich doch nochmal. Ja. Ich rekrutiere mal neun Armstrong-Kanonen. Pro Armee, ähm, drei. Und dann kann ich die Gegner von beiden schon mal richtig zerschießen. Wobei zwei lang eigentlich. Ne, zwei reichen eigentlich. Was soll ich drei nehmen? Hm, ich lass mal so. Für vier Armeen daneben. Hier, Baumwollbeberei. Das hier. Und hier. Okay. Genau, das hier noch. Sehr schön. Äh, hier, so Probleme. Ja, ich geh mal mit den Generälen da. Und mit denen hier. Ja. Äh, ne mit dem nicht. Ne, brauche ich ihn nicht. Aber hier. Eins. Okay, was mach ich da noch? Äh, gut, dann das hier. Ähm, ja. Okay, weiter. Handelsabkommen. Betrachtet mein Angebot nicht nur oberflächlich. Ja. Ja. Ich mach mal. Warum nicht. Ich glaub die haben ja auch genug Feinde. Also, ich glaub nicht, dass die hier uns mit einer Invasion da bedrohen. Wenn nicht, hab ich ja jetzt hier gute Flocken. Also. Genau. Hier ist noch was zu machen. Ähm, minus zwei Zufriedenheit. Dann nehm ich das hier. Plus, wo ich halt mehr Zufriedenheit bekomme. Ja. Ja. Ähm, warte. Geh du mal. So. Na, oder warte, was mach ich denn mit dem hier? Also, ich würd den ganz gerne hier lassen. Falls hier doch noch, äh, es dazu kommt, dass ich hier bedroht werde mit einer Invasion. Dann hab ich hier ne Armee und hier. Ja, das sind halt diese schwächlichen Armeen. Und die kann ich dann verwenden, um die Bedrohung abzuwehren. Ja. Die, also diese Armee lass ich mal. Aber ich brauch die Generäle hier nicht. Hier. Die Generäle, also den General würd ich dann gerne abziehen. Und ich brauch, äh, auch hier die Generäle nicht. Ähm. Also hier hab ich, wieviel Generäle? Zwei. Und ich hab hier den Daimyo, der auch schon recht alt ist, oder? Ne, 23 Jahre alt. Okay. Ja, dann schick ich nochmal ein General hoch. Äh, hier dich. Ja. Geht immerhin. Und hier sieht's, wie sieht's hier aus? Elf Runden, um den legendären Dojo zu errichten. Ah, sehr gut. Äh, überlegen, äh, Nahkampf. Angriffsbonus ist richtig heftig. Also, auch Nahkampfangriff, sehr gut. Ja. Lundenschloss Katschi. Was ist das denn für ein Gebäude? Äh, na gut. Das ist ja eine Schusswaffeneinheit. Die ich jetzt aber nicht so toll, also die ist jetzt nicht unbedingt so toll. Also, die ist auf jeden Fall super. 13 Moral und 24 Nahkampfangriff. Äh, die ist auf jeden Fall viel, viel besser als die hier. Wobei, die ist halt günstiger. Aber die Shogitai, also die ist halt schon super. Bogenki ist auch nicht schlecht. Ja, die kann ich vergessen. Also, vielleicht hier so Katana und die da. Shogitai. Vor allem, wenn ich dann den legendären Dojo habe, dann kann ich hier die Shogitai mit drei Erfahrungen rekrutieren. Und, ja, das lohnt sich auf jeden Fall richtig, richtig heftig. Ähm. Ah, du bist hier noch aufgestiegen. Hm, okay. Weiter. Okay, also ich plane jetzt mal mit vier Armeen. Also, ich habe ja richtig viel Einkommen. Ich denke, vier Armeen kann ich mir leisten. Und, ja. So, wo ist noch was zu tun? Hier, das hier, ähm, erhöht auch nochmal die Besteuerung. Das mache ich aber erst, wenn halt wirklich gar nichts mehr zu bauen ist. Also, hier gerade die Festungen möchte ich auf jeden Fall ausbauen. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Ja. Okay, die Nagaoka, die haben noch wieder zurückgeschlagen. Also, hier ist einfach immer so ein hin und her. Unentschieden hin und her. Hebe ich. Wobei ich teilweise denke, okay, die Nagaoka sind am Rand der Vernichtung. Dann denke ich, die Edel sind am Rand der Vernichtung. Und, dann. Jetzt ist es ja doch wieder total ausgeglichen. Ja. Ja. Gut. Hier. Sehr schön. Ja. So. Da. Äh, okay. Äh, ja. Weiter. So, dann hier. Weiter. Fabrik, genau. Ähm, hier. Okay. Weiter. Okay. Das brauche ich nicht. Also Unterdrückungsfeuer finde ich total überflüssig. Brauche ich nicht. Hier, das hier. Dass die Wirtschaft noch besser vorankommt. Und dann habe ich eigentlich schon alles Wichtigste gemacht. Also, das hier dann noch und dann war es das eigentlich schon. Ähm, genau. Eine Runde noch. Und dann das hier. Ähm, genau. Oder ich mache erstmal die Cavalry. Ich möchte auf jeden Fall noch zwei Cavalry haben in jeder Armee. Ähm, weiter. Okay. Okay. Äh, weiter. Also hier, die, hier, die sind auch, äh, ganz schön aggressiv. Und hier das Gebiet ist wieder getrennt. Und, also die Nagaoka, die sind jetzt ganz schön in Bedrängnis geraten. Äh, die Edo haben hier absolut die Übermacht gewonnen. So. Geh du mal hier hin. Ähm, ja. Ich rekrutiere erstmal die Cavalry. Genau. Ähm, also die haben hier 93, 83, also Streitmacht Roter Vogel, 88, Moral 8, die kosten 120, die kosten 147. Also die Streitmacht Roter Vogel, das ist auf jeden Fall meine Einheit, mit der ich dann spielen werde. Also die haben halt die höchste Präzision. Die haben gute Munition, also 15 Munitionen. Nachladen 40. Moral 12. Ähm, warte mal, nochmal Munition, 15. Die haben zwar mehr Munition, haben aber weniger Moral und sind viel teurer. Naja, nur wegen mehr Munition brauche ich die jetzt nicht rekrutieren. Und die sind auch noch relativ günstig. Okay, also, äh, für drei Armeen hier Cavallerie. Also ich denke mal zwei Cavallerie und ein General. Zwei, ähm, Armstrong Kanonen. Und ich hätte sogar noch für drei Runden, hätte ich, ähm, könnte ich noch machen, aber hier. Das ist völlig ausreichend. Das sind zwei, vier, sechs, acht, neun. Ähm. Neun. Okay, dann vielleicht fülle ich eine Armee mit einer zusätzlich. Also ich brauche eigentlich gar nicht so viele. Ach, das sind für vier Armeen. Also eine kann ich eigentlich schon wieder weg tun. Vielleicht tue ich bei... ...einer Armee... ...zwei Armstrong Kanonen hin. Äh, ne, drei. Hm. Ich lasse es jetzt erst mal. Und, äh, dann überlege ich mir, ob ich da jetzt noch was, äh, weg tue. Genau, also das passt jetzt auf jeden Fall erst mal für vier Runden. Und, äh, ja, dann baue ich hier noch weiter. Was gibt's noch zu bauen? Hier. Sehr gut. Ist noch was. Okay. Ja. Sieben Runden noch. Sehr gut. Also in vier Runden habe ich meine Kavallerie und dann wird die Infanterie rekrutiert. Und da habe ich ja jetzt gerade gesehen, welche Infanterie ich da rekrutieren möchte. Also die hat, also die eine hat zwar mehr Munition, aber ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass in einem Gefecht die Munition ausgegangen ist. Also die haben eigentlich immer genug Munition. Also, darauf brauche ich jetzt eigentlich jetzt nicht zu achten. Aber was mir aufgefallen ist, hier gibt's keine Scharfschützen. Also hier gibt's keine Scharfschützen, aber dafür gibt's hier die Streitmacht Roter Vogel, also so überlegene Linieninfanterie. Und die Infanterie des Schogonats, die rekrutiere ich sowieso nicht, weil die würde ich ja dann verlieren, wenn ich die Unabhängigkeit, ähm, also die Unabhängigkeit erkläre. Also, okay, das ist dann meine Linieninfanterie. Ja. Ja, hier noch weiter. Okay, das war's schon wieder. Dann wieder rauf. Und bald habe ich auch wirklich alles gebaut, was gebaut werden kann. Sehr schön. Die Armee lasse ich hier, einfach zur Sicherung, falls hier irgendeine Invasion passieren sollte, weil die ist ja super erfahren. Das war jetzt nicht so eine tolle Armee, aber ich kann ja hier jederzeit wieder aufstocken. Sklaven der Namban. Ein Chinese hat um unsere Hilfe gebeten. Er sei von einem Namban-Schiff in einem unserer Häfen geflohen. Es gibt, er gibt an, zusammen mit anderen als Sklaven entführt und an Bord des Schiffes unter entsetzlichen Bedingungen gehalten worden zu sein. Die Situation ist äußerst unglücklich, doch wir können nichts in die Anliegenheit von Ausländern einmischen. Ich möchte nichts unternehmen. Wachsende Unruhe. Naja, ich mache zwei Runden. Ah, hier noch. Also hier baue ich dann nichts mehr, aber ich kriege ja doppelt so viel Steuern. Deswegen. Also eins könnte ich noch bauen. Okay, jetzt habe ich alles gebaut. Jetzt gibt es nichts mehr zu bauen. Sehr schön. Kann ich jetzt quasi sparen. Hier ist auf jeden Fall ziemlich viel los, hier. Mit den Sago und den Satsuma. Also hier, die Kaiserlichen, die sind auch miteinander ständig im Konflikt und hier auch genauso. Jetzt haben die Nagaoka auf jeden Fall auch mal wieder was gut gemacht, hier. Ah, jetzt doch wieder verloren. Tatsache, jetzt ist nichts mehr zu bauen. Jetzt habe ich alles gebaut, was ich bauen kann. Na gut. Okay. Jetzt ist einfach nur noch Rekrutierung. Und wenn ich hier 400 Mäden habe, dann platziere ich die. Ich könnte mir jetzt noch überlegen, vielleicht nochmal noch eine Flotte zu machen. Wobei ich das erst später mache, weil das ja mir jetzt hier ständig laufende Kosten vorsachen würde. Das heißt schon ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier so die Verbündeten habe. Ich glaube, ich stelle eine Armee hierhin, eine Armee hierhin und mit zwei Armeen erobere ich hier dieses Gebiet. Und genau. Und dann warte ich ab, bis meine Provinzen sich beruhigt haben, wegen der Unabhängigkeitserklärung. So, jetzt hier. Ich weiß, ich kann nur drei rekrutieren. Achso, wenn ich hier noch einen habe. Okay, dann habe ich hier zwar einen weniger, aber dafür habe ich dann eben zwei. Da habe ich hier eben eine Armstrong mehr. Streit nach Roter Vogel. Ja. Cool. Achso, ja genau. Ich möchte natürlich auch ein bisschen Nachkampfinfanterie mitnehmen. Hier dauert es aber noch zwei Runden. Sagen wir mal drei, also von diesem Shogitai pro Armee. Drei, das wäre schon ganz okay. Ah. Oder zwei. Naja, sagen wir mal zwei. Dann kann ich jeweils... Oder drei. Na, ich muss nur kurz drücken. Also zwei über drei. Also die kann ich ja vergessen, wir haben ja gar keine Moral. Ich glaube, ich nehme halt zwei von denen und eine von denen in jeder Armee. Eine Runde noch. Was ist jetzt das Problem? Achso. Okay, sehr schön. Genau, also hier die Streitmacht Roter Vogel. Richtig, richtig gute Truppen. Warte mal, geh du mal... Äh, geh du mal hier hin. Ne, warte mal, geh du mal da hin. Und da könnte ich eigentlich schon mal... Also ich habe jetzt vier. Könnte ich dich schon mal so hinführen. Ja, wo sind die denn, die... Achso, hier. Okay. Äh, zwei hierhin. Okay, dann kann ich hier gleich noch mal rekrutieren. Äh, warte mal. Ach, warte mal. Hier. Äh... Äh, wie viel da ist noch? Eine Runde. Die haben Moral 9 und 16. Und wie sieht es hier aus? Moral 9 und 16. Äh, 10 und 18. Die sind ja viel besser. 11, 20. 11, 20. Und die... Äh, ich schaue erstmal in der nächsten Runde, wenn ich hier den Legendären habe. Also, so bin ich schon mal zufrieden. Okay. Okay, kann ich noch was bauen? Also schau mal durch. Hier ist noch was frei. Ähm... Ja, jetzt ist halt überall was frei. Ich schaue nochmal einmal kurz durch. Nein, also... Ich habe jetzt alles wirklich gebaut. Äh, dann gehen wir hier zurück. Warte, hier kann ich schon mal einschicken. Also ich habe, äh... Also hier... Ich brauche ich ja hier nicht. Ich schicke ich mal hier nach oben. Ja. Oder soll ich die in so eine Flotte schicken? Ja, das wäre auch nicht schlecht. Nee, brauche ich nicht. Die Schiffe, die erlangen sowieso an Erfahrung. Das, äh... Das brauche ich nicht fördern. Passt schon. Ich möchte ja eigentlich schon eher in die Armeen schicken. Okay. Weiter. Bedenkt meine Worte mit Vorsicht. Nö. Und tut dies auch mit eurer Antwort. Was habe ich denn davon? Nö, brauche ich nicht. Hier ist was los. Ich glaube, ich produziere hier doch noch mal eine Flotte, weil... Nicht das hier... Weil die fahren hier immer so entlang und dann kann ich die hier schön aufhalten. Okay. Also, ich schaue jetzt noch mal. Hier. 10, 18, 7, 10, 4. 10, 18, 4. Okay. Wir sind eigentlich... Also, ich... Also, ich habe jetzt gesehen, dass... Also, wie viel kann ich hier rekrutieren? Also, was brauche ich jetzt noch? Für 4 Armeen brauche ich 8 und ich habe jetzt 5. Das heißt, 3... Okay, das passt. 3. Äh, die Kisho Ninja. Das ist auch nicht schlecht. Wobei, die Kisho Ninja bringen mir halt wirklich nur was im Nahkampfangriff. Also, im Nahkampfgefecht. Aber das habe ich ja nicht. Das sind auch nur 45. Die werden einfach schnell weggeschossen und... Ja, mache ich mal so. Für 6 Runden. Ja. Und hier... Infanterie Roter Vogel. Sehr gut. Eine Runde noch. Sehr schön. Da habe ich das. Dann gehe ich mal hier hin. Okay, es läuft sehr, sehr gut. Ich denke mal, für 4 große Armeen habe ich auf jeden Fall das Geld. Und hier habe ich ja noch die Möglichkeiten, hier abzusichern. Und hier baue ich nochmal eine Flotte, dass hier auf jeden Fall keine Invasion-Truppen landen. Weil dann müsste ich ja die Armeen dann hier nach oben schicken. Und ja, so kann ich das dann schnell abwehren. Und mit den Truppen, also mit den Flotten hier mit den beiden da, möchte ich eher dann die Armeen hier unterstützen. Und hier schon mal die Flotten abfangen. Und hier eine Flotte zum Abfang von Flotten, die halt eine Invasion hier machen möchten. Also hier erst mal. Ja. Dann soll ich das machen? Ja, ich denke, ja passt. Ich könnte natürlich das hier noch machen und Gatlin und halt wirklich die richtig überlegene Infanterie zu rekrutieren, aber brauche ich eigentlich nicht. Naja, hier nochmal für die Wirtschaft. Ja, geht mal da hin. Ja, hier passt alles. Nochmal hoch und weiter. Ja, hier ist es. Ja, hier ist es. Ja, hier ist es. Gut, hier weiter rekrutieren. Hier schicke ich die schon mal nach oben. Ich weiß, einige exzellenten Scherz-Songen. Ich mache das schon mal. Also hier... Zwei hier hin. Zwei hier hin. Zwei. 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 Wobei, wenn ich das jetzt so mache, dann kriege ich hier Probleme mit der öffentlichen Ordnung. Deswegen schicke ich die mal in die Stadt. Und ihr geht hier ein bisschen weiter nach Süden. Zwei. 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 Ihr seid gut, selbst Napoleon des Landes. Äh... Äh, hier muss auf jeden Fall noch einer da hin. Ach so, du. Hier ist ja einer noch. Sehr gut. So, gehen wir hier weiter. Hier dauert es noch, genau. Äh, bauen. Warte, ich blätter nochmal durch, ob ich irgendwas bauen kann. Nö. Okay. Hier passt alles. Äh, Diplomatie, denke ich mal. Passt da auch alles, oder? Ja, genau. So, weiter. Im Gegensatz zu dem Spiel Shogun 2 hat man hier einfach keine Probleme mit der Diplomatie. Also, man wird jetzt nicht angegriffen. Einfach so. Also es geht ja nicht darum, äh, der größte Clan zu sein, sondern es geht ja nur darum, äh, dass der Shogun gewinnt. Oder der Kaiser. Das hier des Zielgespiels. Oder halt dann eben dann die unabhängige Republik. So, du hast... Hier fehlt... Warte mal. Äh, du gehst hier mal hin? Hier hin. Ähm... Ach so, warte mal. Okay. Äh, du gehst hier hin? Hier hin? Und hier hin. So, du hast die Kavallerie, du hast noch gar nichts, dann gehst du mal hier hin. Warte mal. Und hier habe ich gesehen, dass... Ah, die sind so unerfahren. Ja, dann, dann lösche ich die, oder? Ne, warte, die lasse ich mal. Äh... Ja, geh mal dahin. Ja, geh mal dahin. Ja, geh mal dahin. Also, ich habe jetzt hier... ...die Armee. Ähm, ohne halt die Truppen, mit denen ich... ...hantieren möchte. Also, hier sind diese Standard-billigen Einheiten. Einmal... ...Säbel-Kavallerie, das passt. So, dann schicke ich die mal hin. Warum geht man hier hin? Also... ... halb... ...hier habe ich... ...zwei Armstrong. Eine von diesem... ...Marine. Französischen. Und zwei... Kavallerie. Hier fehlt eine Kavallerie. Die kommt dann hier. Ja, weil hier möchte ich dir die schon dann hier mit der tollen Rüstung oder halt hier. Wobei, hier könnte ich tauschen. Und du gehst hier hin. Okay, also hier passt's. Hier passt's. Hier fehlt eine Kavallerie. Und hier passt's auch perfekt. So, hier noch. Merke ich mir. Und dann habe ich hier eine von denen. Wieviel möchte ich dann... Also warte, dann brauche ich... Tu mal die weg. Also, ich möchte zwei von denen jeweils haben in einer Armee. Das heißt, ich brauche acht von denen. Hier habe ich schon mal einen. Das heißt... Ja. Dann hätte ich jetzt sieben. Das heißt, einer fehlt dann noch hier. Und hier halt dann immer weiter rekrutieren. Die Einheit roter Vogel. Sehr schön. Zu bauen ist nichts. Hier passt alles. Sechs Runden. Genau, dann könntest du das hier bauen. Hier mit den Steuern aufpassen. Und weiter. Okay. Hier mit den Nagaoka. Zersplittert sie's hier ganz schön das Gebiet. Und die Nagaoka haben sich hier vorgearbeitet. Äh, geh du mal... Einfach hier hin. Ja, geh du mal hin. Ja, geh du mal hin. Und hier würde ich dann doch ganz gerne das nochmal zurückschicken. Und jetzt drehen würde ich... ... dass ich einfach den Überblick besser habe. Ähm... Warte mal... Habe ich denn jetzt nicht drei rekrutiert von denen? Hm... warte mal ich mache mal folgendes ich tue mal hier die steuern weg und schickt die mal hierhin damit ich hier einfach besser den überblick habe also diese armee bleibt hier passt perfekt und dass ich einfach besser den überblick habe ja kann ich hier erstmal verzichten auf die steuern weiter handel rechte beiden für 1000 finde ich okay hierbei bei dem kaiser erlangt die überlegenheit hier die saga und hier die hier die toser so du gehst jetzt hierhin ja ok weiter jetzt habe ich schon 200.000 gold geld angespart also also im prinzip könnte schon losgehen aber natürlich möchte ich vier überlegene armeen haben mit denen es einfach richtig viel spaß macht und wo man hier einfach alles schnell überrennen kann wieder genau nicht dass ich hier vergesse hier diesmal das und das weiter sklaven der nam bam minus 50 auf diplomatische beziehungen für zwölf runden die anderen daimios betrachten eure jüngsten entscheidungen mit skepsis und bringen euch kein respekt bei der respekt den andere daimios für uns aufbringen hat stark abgenommen sie sehen uns als bloße marionetten der westlichen mächte ok das muss ich mir noch mal genauer anschauen ok also bisher sehe ich davon nix vielleicht dann in der nächsten wandern ja weiter ja das ist jetzt hier einfach hier einen runden wechsel nach dem anderen genau bis ich hier habe ich mir so vorgenommen bis zum jahr 70 wie viele runden sind es hier noch eine runde ok hier natürlich nicht vergessen zu rekrutieren wie sieht es hier aus also ich möchte ich glaube einen katana die sind halt vor allem gut gegen kavallerie sowas brauche ich halt oder soll ich vielleicht nicht warte mal ok ja weiter ich weiß nicht da müsste ich jetzt zwei runden noch warten wegen so einem wegen einer einzigen einheit hier da habe ich eigentlich keine lust zu ich glaube ich schicke einfach die katana dahin das passt schon also nach vier runden ist hier schluss also in vier runden ist es dann schluss und dann kann ich dann loslegen jetzt habe ich gar nicht die technologie vergeben es gibt jetzt eigentlich so wie ich gesehen habe sowieso keine besondere mehr ja schön das möchte ich nicht ja plus 1 zufriedenheit im klaren ist nicht schlecht ja mache ich das mal hier sogar plus 2 zufriedenheit das ist nicht schlecht dann muss ich nicht so viele truppen da lassen um die städte zu beruhigen ja mache ich das doch mal es geht schon ja das bin ich einverstanden mit und ich habe jetzt dieses hier ich kann dieses gebäude bauen yuninroke also das heißt ich kann jetzt hier weiter was bauen ich muss mal gucken wo ich das jetzt bauen kann hier nein hier möchte ich das eigentlich nicht bauen hier ja wo es ein bisschen geschützt wird wo es nicht so angegriffen werden kann ja ok dann hier was bringt mir das also doppelt so viel geld plus 2 zufriedenheit plus 8 städte wachstum ich glaube das ist ein legendares gebäude oder das kann ich nicht zweimal bauen ja ich glaube es gibt mir doch kein jaja wachstum die es stimmt das stimmt ja Sehr schön. Ab in die nächste Wunde. Hier habe ich ja rekrutiert. Ja, das Einkommen sinkt, aber egal. Vier Armeen kann ich mir leisten. Und dann geht hier richtig was ab. Eine Runde noch, dann schicke ich die hier hoch. Und also 2, 4, 6, 8. Perfekt. Und die hier. Und ich denke, einen kann ich noch rekrutieren, weil ich schicke 2 Armeen. Nämlich hier hin. Eine Armee möchte ich hier hinschicken. Ähm. Warte mal. Genau. Eine Armee möchte ich hier hinschicken und eine hier hin. Und mit den anderen Armeen greife ich hier an und hier. Ähm. Genau. So plane ich das. Und da die Armee hier sowieso nach unten vorbeikommt. Ähm. Ja. Kann ich hier auch nochmal ein, also 2 Runden da hier warten. Wenn ich denn schon genug Linieninfanterie habe. Muss ich mal gucken. Also 3. Ähm. Okay. Hier passt's. Okay. Die Armee passt. Du kannst hier schon mal nach unten gehen. Hier hin. So. Und hier du. Äh. Du bist ja schon übervoll. Ähm. Moment mal. Ich möchte gerne die, ähm, die 3 Kanonen hat. Die möchte ich auch gerne hier nach unten schicken. Äh. Genau. Perfekt. Äh. Du hier. Äh. Äh. Okay. Ja. Du gehst hier auch mal nach unten. Gut. Wie sieht jetzt hier aus? Hier brauche ich noch 2. Und dann bin ich schon fertig. Okay. Äh. 2 noch. Ja. Hier wieder rauf. Und. Passt alles. Weiter. Okay. Und. Westliche Wissenschaften. Plus 2 Zufriedenheit in allen Provinzen. Plus 10 Verstärkungsrate. Ne. Ich würde ganz gerne noch mehr Wohlstand generieren. Auch wenn ich jetzt schon 300.000 hab. gut. Ähm. Hier mit dem Daimyo. Du hast genug. Und du brauchst noch 4 2. Sehr gut. Okay. Wo soll ich jetzt, äh, 2 mitnehmen? 2 Veteranen. Hm. Tono. Tono. Ich glaub ich, äh, tu mal den, den Veteran. Tu ich mal hier in die Flotte. Und kann ich hier noch einen Veteran rekrutieren? Nein. Na gut. Äh, egal. Mal. Gut. Also. Marschiert mal hier hin. Und ihr marschiert hier hin. Ja, marschiert mal hier runter. Und du gehst hier hin. Äh, du bleibst hier. Und hier rekrutiere ich. Ach, ich kann sogar noch ein Schiff. All Yaw rekrutieren. Ja, das mach ich doch. Äh, wenn ich hier noch ein All Yaw rekrutieren kann. Dann. Ähm. Also, 2 Schiffe pro Flotte, also so 2 überlegene Schiffe pro Flotte, das ist völlig ausreichend. Und dann schicke ich die mal hier hin. Euch schicke ich hier hin. Äh, damit ihr hier aufpasst. Also hier bei dem Militärhafen. Äh, ne hab ich ja keinen. Ähm, hier. Und dann. Äh, warte. Ich schicke euch. Schicke ich hier auf die andere Seite. Und die schicke ich dann hier nach links. Genau. Geht ihr hier hin. Und du gehst hier hin. So, das passt alles. Hier hab ich noch ein, eine Rekrutierung. Alles aus, äh, hier diese da. Geht ihr mal da hin. Sehr schön. Nächste Runde ist dann die Truppenzusammenführung. Hier wieder ausgleichen. Hier kann ich natürlich wieder Steuern erheben. Und weiter. Sehr schön. Also die, äh, Saga, die haben hier die ganze untere Insel jetzt erobert. Ähm, ja. Die schwingen sich jetzt auf zum, äh, zur Führungsrolle bei den, äh, bei den Kaiserlichen. Genauso, äh, also mit den Tozer. Ich muss mal gucken. Sind die Tozer und die Saga eigentlich miteinander verbündet? Äh, genau. Weswegen. Okay. Ähm. So, äh, dann schick ich mal hier, äh, hier hin. Hier zwei. Und so marschierst du mal hier weiter. Ja. Äh, hier weiter. Ja. Sehr gut. Ähm. Könnt ihr euch hier oft trennen, vielleicht? Das wäre ganz gut. Sehr gut. Du hier hin. Und du hier hin. Sehr schön. Jetzt habe ich meine Truppen zusammen. Ich kann hier nochmal gucken. Was ist hier? Plus eins. Äh, Entschlossenheit beim Ausbilden von Truppen. Äh, Angriffsbonus aller Einheiten. Was haben wir hier noch? Ähm. Abklingzeit für Fernunterstützung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, das ist jetzt nicht so interessant. Okay, ja. Äh, brauche ich das hier? Ähm. Ja, das ist eigentlich nicht so wichtig. Also hauptsächlich hier das hier. Und, äh, ja, wenn ich hier noch habe, dann... Gehe ich doch mal so lang. Plus C, Nachladefähigkeit von Artillerie. Ah, das ist nicht schlecht. Warte mal. Und hier. Ja, das ist wirklich gut. Radius, Fernunterstützung zur See, minus 15 Meter. Also ich möchte ganz gerne hier hinkommen. Deswegen... Also das möchte ich auf jeden Fall haben. Weil... Hier die Unterhaltskosten nochmal richtig reduziert werden. Ja, dann nehme ich das hier so. Super. Ähm. Schau ich hier nochmal. Hier genau dasselbe. Ähm. Und hier. Äh, genau. Ähm. So. Ähm. Sehr schön. Und dann kann ich jetzt hier noch, bei der Flotte... Den hier auch noch. Äh. Radius, Fern... Also nehme ich das hier gleich. Und... Das... Hier. Ne, warte mal. Äh, hier. Sehr gut. Äh, du gehst hier natürlich weiter. Ähm. Ähm. Hier hin. Du... Hier hin. Und wie viele Runden sind es hier noch? Drei. Okay. Hier habe ich noch eine Rekrutierung. Die dauert noch eine Runde. Ähm. So. Und dann... Tue ich hier... Ähm. Mache ich mal so billige Schiffe. Ja, einfach solche... Pasch schon. Und hier werde ich dann unterstützen. Genau. So. Zwei Runden noch. Genau. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Okay. Die Nagaoka, sehe ich gerade. Äh. Haben jetzt wirklich, äh, die Oberhand gewonnen. Und die Edo... ...bis auf eine Provinz besiegt. Äh, warte, das kann ich hier noch kurz nachholen. Äh, okay. Äh, wer ist hier aufgestiegen? Aufgestiegen. Ne, der nicht. Der hier. Ähm. Ähm. Ja, mach ich mal so. Ja. Da. Okay. Hier fehlt nichts. Gehst mal hier nach unten. Und hier fehlt einer. Äh, hier. Ja. Gut. Äh, ihr geht... Warte mal, du gehst... ...hier hin? Ja. Und du gehst hier hin. Ah, hier kann ich natürlich hier in den Bahnhof gehen. Sehr gut. Äh. Äh. Warte mal, hier kann ich ja schon in die Flotte. Geh mal hier in die Flotte. Und... Ja, dann lossegeln. In... ...zwei Runden habe ich hier die Unterstützung. Schlachtschiff. Okay. So, in der nächsten Runde tue ich dann auch noch, äh, ausbauen. Ähm. Ja. Ich muss mal gucken, was der da für riesige Flotten da hat. Was, was hat er denn da für Schiffen in diesen riesigen Flotten? Also ich setze einfach auf zwei... ...wirklich überlegene Schiffe. Mit Brandmunition. Mit... ...Eisenpanzerung. Und, äh, das reicht eigentlich. Also ich hab, äh, die Erfahrung gemacht, ich brauch nicht so... ...große Flotten, wenn man so überlegene Schiffe hat. Hier, da waren doch hier so Flotten. Ich hab doch hier so große Flotten gesehen. Wo sind die denn? Äh, okay. Du bleibst mal hier. Sehr gut. Dann, du gehst hier mal nach Süden. Chef. Ja, hierhin. Ja, hierhin. Und... ...und... ...ääh, du segelst... ...hierhin? Äh, genau. Ah, hier ist sogar... ...hier kann man auch sogar noch hier, äh, verbesserte Truppen rekrutieren. Sehr schön. Äh, geh du mal hierhin. So, und, äh, mit dir geh ich dann nächste Runde hierhin. So, und, äh, mit dir geh ich dann nächste Runde hierhin. So, das ist nicht möglich. Dann möchte ich hier den... ...Nagaoka eigentlich nicht den, äh, Krieg erklären. Aber hier den Sado. So, und wenn die Reichsteilung ist, dann denke ich mal, werden die auch uns hier den, äh, Krieg erklären. Nagaoka. Und dann, äh, kann ich die hier besiegen. Äh, dafür lasse ich ja hier die Armeen hier. Okay. So, wieder hoch. Äh, ja. Plus zwei Zufriedenheit. Das bringt mir dann wirklich viel, wenn ich dann die Unabhängigkeit erklären möchte. Jetzt kann ich hier überall ausbauen. Das mache ich natürlich. Und da ich so viel Geld habe, kann ich das wirklich bei jeder Provinz machen. Auf einen Schlag. Und dadurch kriege ich, ähm, wirklich nochmal mehr Steuern. Auch wenn ich hier gar keine Gebäude bauen will. Okay. So, das war's auch schon. Mehr habe ich auch nicht gesehen zum Bauen. Äh, okay. Dann weiter. So, und jetzt sind dann auch die, ist auch das Schiff hier endlich mal rekrutiert. Okay, die Nagaoka haben sich jetzt, äh, endgültig durchgesetzt gegen die Edo. Das sah teilweise auch knapp aus für die Nagaoka, aber... So ist es jetzt nochmal. Ähm... Ja, nehm ich dich mal. So, hier hin. Äh... So. Und du segelst hier hin. Okay. So. Äh, das mit der Flotte ist jetzt geregelt. Hier ist die Armee, hier ist noch ne Armee. Und... So. 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 Äh, genau. Geh hierhin. Und das ist ein Militärhafen. Äh, okay, das passt so. Das passt mir auch. Ähm, die Armeen sind platziert. Äh, du gehst mal hier weiter. So, und hier kann ich jetzt in den Bahnhof einsteigen. Geh mal hier in den Süden. Oh, was ist denn los? Hier. Okay. Nicht genug Wegpunkte. Alles klar. Dann... Ähm, weiter. Oh, der Schatz. Erdbieben. Wo? Egal. Okay. Speichern. So. Jetzt geht's daran, die Kampagne zu beenden, das Spiel zu gewinnen und Japan zu überrollen mit unserer übermächtigen Streitmacht. So, Krieg erklären. Ähm... Werter Freund. Ja. Sagt, was euch beunruhigt. Dann werden wir eure... Super. Ihr habt euch also entschieden... Aber die Obama haben mir den Krieg erklärt. Na gut. Na gut. Na gut. Ich hab schon alles drauf. Wer kann nicht hier irgendwo landen? Ich würde ganz gerne hier landen mit meinen Truppen. Dann... Okay. Wenn das jetzt nicht funktioniert hat, dann lade ich nochmal. Wenigstens habt ihr hier keine Flotte. Sehr gut. Bombardieren. Ähm... So. Wie sieht's jetzt aus mit der Diplomatie? Mit denen sind wir jetzt alle im Krieg. Außer mit denen hier. Hm. Vielleicht sollte ich doch erst mal mit den... Nagaoka... Äh... Hm. Krieger klären? Hm. Ja, das passt schon. So komme ich schneller voran. Hier, das nervt mich aber. Ich würde ganz gerne hier die Truppen absetzen. Äh... Er kommt mir hier zur Unterstützung. Äh... Okay, jetzt bin ich an denen einfach vorbeigesiegelt. Egal. Äh... Äh... Jetzt aber. Ja. Sehr schön. So. Gehen wir hier in die Grenze. Und hier kann ich auch nochmal den Ninja mitschicken. Und hier den... Den da. Ja. So. Äh... Erhöhen. Technologie passt. Weiter. Ich nervte hier nur ein bisschen, dass ich hier die Insel da nicht angreifen kann. Weil der hier irgendwie... Ähm... Ich muss ja jetzt hier erstmal den Militärhafen zerstören. Das hat ja Gott sei Dank geklappt. Ich hoffe, dass er den jetzt nicht sofort repariert hat. Dass ich hier einfach meinen Truppen absetzen kann. Okay. Er greift meinen Hafen an. Was hat er hier vor? Ähm... Boah. Damit habe ich es nicht gerechnet. Dass er jetzt hier mit so krassen überlegenen... Ähm... Aber... Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn es jetzt nicht klappt... Okay. Dann muss ich, äh... Aufrüsten. Meine Flotten. Aber er hat ja nur Holzplatten. Okay. Los geht's. Das hier sind hier die Schiffe. Hier mit Eisen. Und... Die platziere ich jetzt hier ein bisschen weit entfernt voneinander. Hier kann ich meine Brand-Explosion-Ladungen aktivieren. Das mache ich natürlich. Die möchte ich... Verwenden. Der Feind nähert sich, mein Laut. Ihr solltet ihn aufhalten. Okay. Äh... Vorwärts. Wenn es gut läuft... Wenn es gut läuft... ...wird ein... ...Schiff... ...nach dem anderen... ...in Brand gesetzt. Hupferbeschichtung. Wie sieht es aus? Wie sieht die in Reichweite? Ähm... Mal beschleunigen. Ja, ich glaube, die sind jetzt schon bei den Reichweiten. Ja, ich glaube, das war's dann schon. Warte, ich guck mal, ob es schon reicht. Es könnte schon reichen. Ne, 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 ne. Noch ganz knapp nicht. Aber bei dir reicht's doch schon. Ne, noch nicht. Okay. Hier reicht's schon. Dann... Und hier reicht's auch. Zum Angriff. Boah, was ist das? Äh... So. Schön hierbleiben. Äh... Da reicht's denn jetzt. Wieso hat der eine höhere Reichweite als ich? Euer General steht unter Angriff, mein Lord. Also das ist schon... Hat sich schon ergeben. Und ist schon in Flammen aufgegangen. Der hat eine viel höhere Reichweite als ich. Wieso? Achter, wieso? Wie... Was geht denn? Wie kann der so eine hohe Reichweite haben? Ich fürchte, euer General schwebt in großer Gefahr, mein Lord. Äh... Hier, der hat überhaupt keine Reichweite. Wie? Was... Was ist das? Ich versteh das nicht. Hat der irgendwas erforscht, dass der so eine hohe Reichweite hat? Ich muss hier wenden. Ich kann ihn nicht treffen. Oh, jetzt flieht das Schiff auch noch. Okay, das brennt. Wieso hat der eine höhere Reichweite als ich? Verstehe ich nicht. So, ich habe jetzt seine wichtigsten schon mal in Brand gesteckt. Das Problem ist nur, dass dieses jetzt hier flieht. Das ist eben das Problem. Ich weiß nicht warum. Oh, wenn der jetzt feuern würde. Wie kann es sein, dass der eine höhere Reichweite hat als ich? Ach so. Es liegt an der Munition. Oh, nee. Oh, verdammt. Oh, nee, das wusste ich jetzt nicht. Das wusste ich jetzt echt nicht. Verfluchte Feiglinge. Ein Schiff zieht sich zurück, mein Lord. Nee, das wusste ich jetzt nicht. Nee, das möchte ich jetzt noch mal probieren. Also, auf zum zweiten Versuch. Diesmal mache ich es so, dass ich erst mal hier diese Standardmunition benutze. Weil ich habe ja gesehen, da ist die Reichweite höher. Und dann, wenn es eng genug ist, dann wechsle ich zu der Brandmunition. Weil ich habe ja vorhin gesehen, dass sie auch wirklich extrem effektiv ist. Also, die hat ja hier drei, vier Schiffe da sofort in Brand gesteckt. Der Feind nähert sich, mein Lord. Ihr solltet ihn aufhalten. Okay, dann ist es ein bisschen schneller geht. Ich glaube, das dürfte schon reichen, oder? Ja. So. Halt. Stopp. So, und du gehst hier auf die Brandmunition. Weil ich glaube, du kannst schon treffen. Ein Schiff brennt. Die Flammen könnten überspringen, mein Lord. Äh, mein Schiff? Nein. Okay, also hier, denke ich mal, ist die Reichweite ziemlich hoch. Aber hier. Schnelles Nachladen. Hier, du mit der Brandmunition und du mit der Standard. Ja, was ist denn hier? Okay, das hat sich erledigt. Äh, dann. Stopp. Äh, du bleibst mal. Mein Lord, ein Schiff steht in Flammen. Für die Besatzung besteht keine Hoffnung. Welches denn? Äh, dann reparieren. Äh, los. Ähm, Kanonenkugeln. Äh, repariert. Jetzt schneller. Nein. Es ist schon wieder geflohen. Das gibt's doch nicht. Hatte ich denn keine Chance hier? So eine verdammte Scheiße. Das ist doch nicht zu fassen. Du bist doch also. Aus Heavens friend. Oh. Nein. Gut. Er wurde jetzt. Hatte ich? Suszeh adversisiere geht mir. Ich weiß es ist genau. Ähm. AllMO conditions nuestros wirken. hier nochmal brand munition das problem ist nur dass der hier und dass ich hier den nicht mehr zurückholen kann wenn der einmal geflohen ist selbst wenn er noch so unverletzt ist kann ich den nicht mehr zurückholen das ist das problem also ich lade jetzt noch mal an der stelle wo ich jetzt anfangen wollte mit dem großen über rennen von japan weil ich merke dass ich hier noch eine stärkere flotte brauche ok ich bin gezwungen jede flotte mit drei bis vier schiffen zu füllen und die flotte muss auch eine erfahrung haben also die sind ja hier sofort geflohen also dann nochmal laden